So, hallo meine Freunde des Dichten Dattelns. Hier bin ich wieder und ich hab den Go-Board mit im Gepäck. Hallo Go-Board. Hi. Alles fit bei dich? Och ja, mir geht's gut. Heute langer Arbeitstag, aber sonst alles fit, wie es sein muss. Das hört man gern. Ah, heute Just Lagging. Ja, ich seh's auch gerade wieder. Wir haben wieder Laggy. So, ist es jetzt? Ja. Ja, du hörst dich ja auch an wie ein Superheld gerade. So wie ein Elektro-Superheld. Hm. Oh, nur Momento. So, ist es jetzt besser? Ja, jetzt zumindest der eine Satz schon. Okay. So, jetzt muss ich mal kurz die Stream-Avatar ausmachen. Wir lecken immer noch. Ein bisschen leicht immer noch, aber du hörst dich nicht mehr so an der Zedze voll die God Power. Wie? Ich hab keine God Power mehr? Ja, ich meinte eher so die Super Saiyajin God Power, nicht die God God Power. Ah, ich verstehe. Warum ist das jetzt schon wieder so ein Leggy? Blöde Scheiß. Also, ich kann dir zum Beispiel bei mir zu Hause sagen, wo ich wohne. So, um 19 Uhr ist immer extrem, weil da viele online kommen. Da ist ja meistens Einbrüche von einer Viertelstunde. So extreme. Und dann nochmal um 20 Uhr und 21 Uhr. Also, kannst du echt fast genau die Uhr noch stellen. Ah, okay. Das ist krass. Aber jetzt hab ich jetzt Leggy-Stream. Ich hab gute Verbindung. Irgendwas stört die mir im Hintergrund wieder hier. Das liegt dann bestimmt an dem Harry Potter Bösen ohne Nase, an diesem Kalkschädel da, dem, wie heißt der? Woidermord. Der, dessen Name nicht genannt werden darf. Genau. Weil wir gerade dabei sind, wir, unser Thema ist heute die Wizarding World, also die Welt des Harry Potter Universums. Alter, jetzt mach ich hier nochmal die Iris zu, damit dieser Streamer aufhörzeugen muss. Was hat er denn jetzt für ein Problem? Du weißt, jetzt hab ich die ganze Decke schweißt und alles läuft schon flüssig und jetzt kackt er hier so ab. Jetzt geht's wieder runter. Ich weiß zum Beispiel, dass man Leute wie mich, die keine Ahnung von Magie haben und sie nicht wahrnehmen können, als Muggel bezeichnet. Ja genau, ihr seid Muggel. Also nicht Magi... Genau, ich bin ein Muggel. Nicht Magi, ähm, Magikar, Menschen sind Muggel. So, hier bin ich. Ich bin auch in fast jedem RPG, das ich spielen kann, will ich eigentlich immer Krieger. Das heißt, ich bin der, dem du sagen musst, das linke Schaf. Und wenn mehr als zwei Schafe sind, der überfordert ist. Okay. Das war ein Seitenhieb und ein Gruß an Balor, wenn du das überhaupt mal hörst. Der ist legendär, den kennst du bestimmt, oder? Äh, nee. Der hat viele World of Warcraft-Parodien gemacht, wo er sich dann immer eine Klasse vorgenommen hat. Und er so innerhalb von zehn Minuten das meiste halt dann auch seinen eigenen Erfahrungen, wo sich drüber lustig gemacht hat. Ah, okay. Zum Beispiel beim Jäger, wo die Tiere dann den IQ haben von Hackfleisch, überfahrender Straßenkatze und noch irgendwas. Das kann sein, wenn du ein bisschen falsch sagst, aber so ungefähr. Ah, okay. Oder der Druide, musst du mal, musst du wirklich mal suchen, Balor und dann World of Warcraft, da schießt du dich weg. Vor allem, wenn du das Spiel so ein bisschen kennst. Ich kenne Warcraft 3. Ja, ich hab World of Warcraft ganz gerne gespielt mit Burning Crusade bin ich eingestiegen und hab's gespielt bis zum Mist von Pandarien. Da hatte ich keine Lust mehr, weil mir das mit dem Panda, Panda, boah, bei dem Panda, das hat's mir einfach nicht gefallen. Ja, ich glaub, das ist auch nach wie vor immer noch das schlechteste Add-On, was jemals rausgekommen ist. Glaub ich. Was war das? Ich hab das nicht verstanden. Nach wie vor schlechteste Add-On, was jemals zu World of Warcraft rausgekommen ist. Ah, das nach wie vor hatte ich nicht verstanden. Ah, okay. Gut, aber wir wollen ja hier nicht über World of Warcraft reden, sondern über The Visiting World. Warum bist du ein Muggel, warum muss ich dich aufklären? Klär uns mal auf, bitte. Also, ich verbinde eine persönliche Geschichte mit Harry Potter auch und zwar, ich war damals elf Jahre alt, als Harry Potter neu war. Ich sah dem ziemlich ähnlich. Ich hatte sogar auch eine Narbe auf der Stirn, damals durch einen Fahrradunfall. Das Problem war, die haben mich halt mit gehänselt, weil ich eben auch damals auch schon Übergewicht hatte, heute zum Glück nicht mehr so. Da war ich dann kein Harry Potter, da war ich dann der Fetty Potter. Das hat mich halt so sehr immer beleidigt und geärgert, dass ich halt tatsächlich einen Hass auf dieses Franchise hatte. Weswegen ich da nie irgendwas, also weder Buch gelesen noch Film geguckt habe. Allerdings mag ich gern Fantasy. Ja. Und so mein Zauber-Learning-Spiel mit Zauber-Akademie, das hat für mich was genauso wie ein Tanten bei der X-Men-Akademie zu spielen dann. Das ist interessant, aber mir fehlt halt noch so dieser letzte Punkt, weil ich ja mit diesem Universum gar keine Ahnung habe. Ja, und hättest du da mal Lust, dir da mal einen Film anzugucken irgendwann? Ähm, das ist jetzt die Sache. Also ich bin kurz davor, mir eventuell in das Spiel zu holen, wenn, dann würde ich es morgen machen. Und wenn es mich sehr interessieren würde, würde ich mir die eh alle dann komplett holen. Aber ich will erst mal gucken, ob ich in diese Welt auch richtig eintauchen kann. Und das ist mein Problem, weil ich ja bisher immer so Abscheu vorhatte. Naja, weil du es eben immer negativ quasi in Verbindung bringst, was ja verständlich ist. Genau, ich bin jetzt aber, denke ich mir halt 37 Jahre alt. Gut, das hat halt nachgelassen, aber tatsächlich in meiner Teenager-Phase hat ich deswegen echt immer Hass drauf, weil dieser Spitzname, ich kenne vielleicht einige, so ein Spitzname, der ist dann wie Pech, der klebt ewig an einem. Ich dürfte noch sieben Jahre mich mit diesem Spitznamen rumschlagen. Boah, das ist hart, sieben Jahre noch, fast ein ganzes Jahrzehnt, Alter. Ja, war nervig. Das ist schon mega hart, glaube ich, das ist nervös. Aber theoretisch können ja die Filme da, oder die Bücher, das Universum, ja da nichts dafür, deswegen... Richtig, genau. Möchte der Gobult sich da jetzt rantasten? Finde ich gut, die Einstellung gefällt mir. Was möchtest du denn zum Spiel wissen? Oder über die Welt? Also erst mal möchte ich sagen, was ich noch weiß, was ich kurios fand, was ich ja damals rausgefunden habe durch Zufall. Ja, was denn? Ich weiß nicht, ob du, oder ob ihr, liebe Zuschauer oder Zuhörer, damals den Plagiatstreit wegen dem Namen Harry Potter mitbekommen habt. Denn es gibt einen Film, in Deutschland heißt der Troll 1, hat nichts mit den computeranimierten Trollen zu tun, die mit den Haaren. Das ist ein Horrorfilm, glaube ich, oder? Die Hauptfigur, da heißt die Hauptfigur tatsächlich Harry Potter. Und sein Vater heißt Harry Potter Senior. Und dieser Harry Potter Junior muss mit einem magischen Ring einen bösen Troll bekämpfen, der er zauberreich vernichtet ist. Und er sieht dem Harry Potter aus den Büchern von der J.K. Rowling ziemlich ähnlich. Er hat auch so dasselbe Alter. Ha. Was war zuerst da? Der Film Troll. Weswegen es ja diese Plagiatsvorwürfe gibt, aber ich weiß nicht, ob das im Sande verlaufen ist. Wird sogar genau identisch geschrieben. Ich habe den Film auch hier. Ja, ja, okay. Vielleicht wird sich das irgendwie außergerichtlich mit dem geeinigt haben, wird irgendwie eine Summe gezahlt haben und gut war es wahrscheinlich. Schätze ich mal. Ich fand das halt kurios, weil ich habe den Film, also es ist einer der geilsten Trashfilme überhaupt, der Nachfolger, der eigentlich nicht der Nachfolger ist, ist der genialste Trashfilm überhaupt, wo der Böse mit einem Wurstbrot bekämpft wird, aber gut. Da habe ich dann nachgeforscht und das fand ich halt interessant. Okay. Zu der Zeit kam das auch mit dem Hogwarts Legacy, wo ich dachte, ach, ich habe da jetzt gerade geguckt, das hört sich ja interessant an. Mal schauen, wie das Spiel wird. Das ist mega gut. Ja, das würde mich jetzt interessieren. Du weißt ja, ich bin ja RPG-Veteran. Ich spiele sehr gerne, sehr viel. Also ich spiele mich auch gerne meine Figur rein. Wie ist das, wenn ich mir jetzt eine Figur erstelle? Also ich kann bestimmt Mann, Frau wählen, Hautfarbe, kann ich auch irgendwie Alter machen? Oder ist das so ein Volksschrieb? Das Alter ist festgelegt, weil du bist ja auch in einem bestimmten Lehrkurs quasi. Du bist in der fünften Klasse. Okay, in der fünften Klasse. Das heißt, es ist zwölf. Die Figur. Nee, so kannst du es jetzt nicht sagen, weil die werden ja, glaube ich, mit sechs nicht eingeschult oder so. Die gehen da mit acht oder so hin, glaube ich. Ah, okay. Dann heißt das quasi nicht fünfte Klasse bei den Muggels, sondern fünfte Klasse bei den Magiern. Ja, ja, ja. So ist er dann ein Teenager. Ja, kannst du sagen, ja. So Anfang Teenager. Und bist du jetzt da ein Mensch oder kann ich... Ja, du bist ein Mensch. Also das heißt, ich kann nicht... Gibt es da überhaupt Fantasy-Wesen? Also Orks und sowas? Es gibt Kobolde. Kobolde? Theoretisch gibt es auch Feen und andere magische Pflanzen und andere magische Wesen. Es gibt ja auch jede Menge magische Tierwesen und so und Zeug. Kannst du auch im Spiel... Ja, da gab es ja, glaube ich, die Filme, so diese Fantasie-Wesen, gell? Da gibt es, ja genau, Fantastic Beasts, quasi fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind, war der erste zumindest. Da geht es auch um die Tierwesen. Auch im Spiel kannst du welche, ähm, musst du sogar welche quasi einfangen und retten und kannst die auch züchten. Helfen die mir dann im Kampf hier bei Pokémon oder sind die einfach nur irgendwie so nebenbei, dass ich von denen irgendwas bekomme? Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen, so weit bin ich noch nicht, aber Pflanzen hast du, die dir im Kampf helfen. Aha. Wie eine Alraune zum Beispiel, die ziehst du aus dem Topf, die schreit ganz laut und die Leute fallen dann eigentlich in Ohnmacht. Oder andere Pflanzen, wie so eine riesengroße, fleischfressende Pflanze, kannst du dir das vorstellen, und die schießt dann irgendwelche Geschosse auf die Gegner. Das finde ich schön, weil die Alraune hat ja auch tatsächlich auch in der Folklore die Bedeutung, dass sie tatsächlich angeblich schreit, wenn man sie rauszieht, weil das ja menschenähnliche Pflanzen sind. Ja, genau. Also sagt man so von der Form her. Die hat quasi schon auch, ähm, also das Universum hat, ähm, gewisse Sachen auch gleich mit uns. Und, wo du sagst gleich mit uns, spielt das zu irgendeiner gewissen, äh, ja, also zu einem gewissen Jahr, also heißt das, gibt's da Handys oder ist das irgendwie... 1800 irgendwas. Also eher viktorianische Zeit. Gegen Ende 19. Jahrhundert müsste das sein. Also, ja, so viktorianische, ne? Ja, so um den Dreh, ja. Es ist auch noch kein Harry Potter geboren, es ist auch noch nicht mal ein Voldemort geboren, also das ist, äh, 100 Jahre davor. Okay. Das heißt also jetzt quasi für mich, der keinen Film geguckt hat, ich kann quasi das Spiel einfach spielen, ohne je irgendeinen Film geguckt zu haben. Ja. Also das heißt, die haben sich da quasi auch, ähm, also nicht nur bei den Büchern geschaut, sondern auch geguckt, dass sie die Filme mit reinnehmen, also als Hommage zwischendrin. Ja. Also das Aussehen von den Filmen ist quasi das Universum, in dem das Spiel spielt. Mhm. Und gibt's auch Figuren, die man kennt? Also ich glaub, dieser Gandalf, den gibt's da ja auch mit drin. Ich nenne jetzt Gandalf, weil ich nicht weiß, wie der heißt. Der Chefzauberer. Gibt's den da schon? Äh, Dumbledore? Nein, nicht mal der ist geboren, glaub ich. Gibt's irgendwie Figuren, die es da schon gibt? Nein. Also die es, äh, in den Filmen gab? Also das heißt wirklich, ohne irgendwie was aus dem Kanon kaputt zu kommen? Also theoretisch würdest du den Mr. Ollivander kennenlernen, das ist dieser Zauberstab-Fuzzi, aber ich glaub nicht, dass das derselbe ist, der später auch dann in diesem Laden, äh, dann, ich glaub, das ist irgendein Opa von dem. Wollte ich grad sagen, ist dann vielleicht ein Vorfahre. Ja. Also das heißt, also für mich jetzt, was ich jetzt schon so raushöre von der Lore her, das ist nicht so, dass einer von denen quasi, ähm, durch die Magie Unsterblichkeit erlangt oder sehr viel länger lebt. Genau. Geht zwar auch, das ist aber dunkle Magie, die ist ja, halt, wie du dir wahrscheinlich denkst, auch verboten in dieser Welt, aber wird halt trotzdem angewendet. Voldemort hat so sein Leben zum Beispiel verlängert, aber das, wer war's für die Filme und Bücher, da möchte ich dich nicht spoilern, falls du sie dir irgendwann angucken willst. Äh, ich wollte noch irgendwas anderes sagen. Doch, es gibt Wesen, die du jetzt schon sehen kannst, die später in Harry Potters Zeit auch noch da sind, und zwar sind das Geister im Hogwarts. Okay. Sag mal kurz, frag, gibt es an mir das Ganze knacksen? Was? Es knackst immer mal wieder. Ich weiß, ob das an mir liegt. Ich kann ja nix knacksen. Dann, ich muss mal kurz mein Mikro reinrauben. Ja. Weißt du mich? Ich bin wieder da. Hallo? Yes. Ah, ja. Ähm, jetzt noch mal zum Spiel. Also, ich hab ja schon mal ein bisschen den Anfang gesehen, weswegen mir das überhaupt Lust auf das Spiel gemacht hat. Also, ich glaub, was sind die ersten zehn Minuten, wo da was in dem Zug passiert, gell? Ach, wo du in die Bank rein bist. Ja, ja. Das ist Gringotts. Das ist eine Bank. Das ist unterirdische. Ich werd quasi nur zu dem Verlies gefahren, wo ich hin will. Quasi der Safe. Ne, ich mein ganz den Anfang vom Spiel, mein ich. Da sitzt du doch auch in so einem Zug drin. Wo doch dann was passiert, wo man doch dann angegriffen wird. Ne, das ist eine fliegende Kutsche. Ah, eine fliegende Kutsche. Das ist eine fliegende Kutsche, ja. Die wird von einem Drachen angegriffen. Ja, das fand ich nämlich richtig beeindruckend. War das dann auch Spiele-Grafik oder war das eher Render-Video? Das ist, das ist In-Game-Grafik. Ist zwar ein Render-Video, aber es ist In-Game-Grafik. Oh, das war aber dann Hammer aus, du. Sieht gut aus. Und, äh, ist richtig, die Kinder hat er runtergefallen, weil mit diesem Ding hab ich überhaupt nicht gedacht. Auf einmal, zack, ist die halbe Kutsche weg und drei hängt da. Ich so, wow, fuck, was ist los? War schon geil. Ja, wollten sie anscheinend Cabriolet draus machen, aber haben sich ein bisschen verschätzt. Kann ja auch mal passieren. Und der dritte Typ war gone. Einfach gefressen. Ja, siehst du, das hab ich gar nicht mitgekriegt. Ja, war echt gut gemacht. Ja, das ist cool. Ja, die waren zur dritte Drakutsche. Drachen haben ja Hunger. Und, wo du jetzt sagst, es gibt da Drachen, das sind ja meine Lieblings-Fantasy-Wesen. Ja. Meine zweitliebsten sind Einhörner. Gibt es da auch Einhörner bei Harry Potter? Theoretisch ja, mein Zauberstab hat ein Einhorn-Haar drin. Ah, cool. Also Zauberstab, also das heißt, sie können auch nur mit Zauberstab zaubern. Dann können die auch ohne Zauberstab zaubern. Also Menschen eigentlich nicht. Das können eher nur Kobolde. Aber der Zauberstab, wenn es einer kann, es gibt manche Menschen, die können das. Aber der Zauberstab fokussiert das alles viel besser. Du bist mächtiger. Also quasi wie so ein Medium. Und muss das dann ein Zauberstab sein? Oder könnte es auch sein, dass man das in die Hatschuhe irgendwie reinmacht oder so? Es ist ein Zauberstab. Den suchst du aus, sondern der Zauberstab sucht dich aus. Also heißt das, man stellt den nicht selber her, sondern der ist einfach fertig. Und dann sagt der eine, okay, ich bin Grünspan, ich mag den jetzt, ich nehme den jetzt. Du gehst zum Oliweander quasi, zu dem Zauberstab-Händler. Und der holt ein paar raus, gibt den in die Hand. Du schwingst einmal und dann siehst du, ob der Zauberstab kompatibel ist mit dir oder nicht. Gibt es da verschiedene Stärken? Also dass man jetzt zum Beispiel sagt, Eichenholz ist das mächtigste oder ist das irrelevant? Die haben alle verschiedene Eigenschaften. Holz hat eine Eigenschaft und dann der Kern des Zauberstabs ist... Das spielt alles... Einen Zauberstab kannst du dir fast wie eine Art lebendiges Wesen vorstellen. Die haben ja einen eigenen Willen. In dem Spiel zum Beispiel gibt es einen Blinden, der sieht durch seinen Zauberstab. Der Zauberstab sagt dem, was quasi da vor dem rumläuft und so. Wie ein Blindenhund. Ja. So ungefähr. Ein Zauberstab kann auch ein Eigenleben. Bei meinem Zauberstab zum Beispiel, der kann sterben, wenn ich ins Böse drifte. Durch das Einhorn haben. Also das heißt, das ist dann so wie... Jetzt mache ich einen kleinen Knick. Das heißt jetzt wie die ganzen Artefakte vom Dr. Stephen Strange. Also vom Dr. Strange. Weil der hat ja auch zum Beispiel seinen Umhang. Der hat ja seinen eigenen Charakter. Ja, genau. Der hat ihn, meine ich, in den Comics damals auch ausgewählt. Ich glaube, im Film war das genauso. Nee, im Film ist er in einem Schaukasten gewesen und er ist quasi dagegen gedonnert und der Umhang hat sich dann an ihn herangesetzt. Okay. Weil er hat das so ausgesprochen. Also im Comic war es halt so, dass jedes Artefakt, das er hat, das hat er auch mit seinem Blut so ein bisschen besiegelt. Also dann an sich gebunden. Also die haben quasi einen Pakt geschlossen, aber einvernehmlich. Aber so wie den Umhang, ja, so kannst du dir die Zauberstab vorstellen. Und gibt es dann in dem Spiel selber, also auch abhängig vom Zauberstab, auch verschiedene Klassen, weil als RPGler ich spiele ja immer gerne Tank oder Frontkämpfer, das mag ich ja gerne. Gibt es das da auch oder ist das da eher flexibel mit dem Talentbaum? Wenn es überhaupt einen gibt, ich rate jetzt einfach mal. Es gibt einen Talentbaum, ja, aber den kannst du dir, musst du dir ganz anders vorstellen. Also es gibt keinen Tank, keinen Heiler und so. Du bist ein Zauberer. Alle Zauberer lernen auf Hogwarts dasselbe. Tränke brauen, sich um Tierwesen kümmern, Verteidigung gegen die dunklen Künste, Wahrsagen, Zauberkunde und so weiter und so fort. Also ist das eigentlich, wenn ich das richtig verstehe, also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, oh, ich mag gerne Telekinese, ich kann mich dafür spezialisieren und besser werden als die anderen. Das geht nicht, also das heißt, jeder ist quasi gleich. Naja, also in dieser Welt kannst du dich schon auf gewisse Sachen spezialisieren, aber jetzt im Spiel halt nicht. Ja, ist alles gleich. Okay, also das heißt, im Spiel, wenn ich jetzt quasi eine zweite Figur mache, also ich könnte jetzt nicht sagen, ich lege da und da meinen Schwerpunkt, weil es das so nicht gibt. Ja, genau. Du kannst dich ein bisschen anders killen und dann ist der Charakter ein bisschen anders, aber im Grunde ist eigentlich alles dasselbe. Okay, also das heißt, ich habe quasi meine Figur, so wie sie ist, das heißt, irgendwann am Ende ist die halt dann mächtig. Ja. Und nicht einfach nur, dass ich sage, okay, der ist jetzt einseitig mächtig, weil ich mich eher nur darauf versteift habe. Genau. Mhm. Auch interessant. Das heißt dann, ich brauche mir eigentlich gar keine Sorge so machen, dass ich mich verskille. Ich habe quasi so mal ein Angst. Das heißt, das Spiel ist dann auch, ist es anspruchsvoll oder ist es eher so, dass es einen zwar mitnimmt, also von der Geschichte und es macht viel Spaß, aber man geht nicht so in die Tiefe rein. Ähm, Kämpfe können fordernd sein, aber das sage ich jetzt, einer der auf normal spielt, du kannst auch auf leichter oder Story spielen, dann ist das, äh, zum Beispiel wenn du auf Story spielst, haben denen ihre Schutzzauber eigentlich keine Wirkung mehr, die gehen auch bei einem normalen Treffer sofort kaputt. Auf normal musst du, weil die Schutzzauber haben verschiedene Farben, gelb, rot, lila und ich gibt es noch. Und jedes verschiedene Schild musst du mit einem anderen Zauber, äh, quasi hitten, damit das, äh, zerstört wird. Elementar-Affinität, gell? So ungefähr. Entweder musst du einen Zauber machen, wo es der, ähm, fliegen lässt oder wo es zu dir her zieht, äh, so verschiedene Zauber musst du dann anwenden, damit diese, äh, Schutzzauber von denen dann kaputt gehen. Damit du sie ankreisen kannst. Also das heißt dann, es ist eher, Entschuldigung, jetzt das Wort, aber jetzt im Vergleich zum Divinity 2 zum Beispiel, was ich im Moment spiele, ein bisschen seichter. Also von der Charaktererstellung her. Ja. Also bei Divinity 2, also ich hab ja zum Beispiel meinen Ritter, meinen Nahkämpfer. Ich hab den aber so geskillt mit Necromantie und zum Beispiel als Talent, wenn er in der Blutpfütze steht, dass er sich dann heilt, der, also der ist sich permanent am Durchheilen, wenn er in der Blutpfütze steht. Und als, äh, Nahkämpfer steht man ja im Blut, nur das kennt man nicht. Ja. Zum Beispiel. Aber was war jetzt die Frage? Das hab ich jetzt nicht mitgekriegt. Ähm, ich hatte doch nach den Klassen gefragt, wie das ist oder auch mit dem Skillen, ob ich den auch, ähm, anpassen kann. Aber mit anpassen ist auch schön. Also, ähm, es gibt, hab ich gesehen, verschiedene Kleidung. Heißt das jetzt, ist das so wie bei Cyberpunk 2077? Gut, dass ich, ähm, quasi das Beste nehme und teilweise dann aussehe, ja, wie ein Punker halt, aber auch nicht das, was mir gefällt. Ne, du, du, du kannst, äh, du hast ein Transbox-System von Anfang an. Geil. Das heißt, du kannst immer schön das stärkere Kleidungszeug anziehen, ähm, und gibst ihm aber das Design von, von dem, was du halt tragen willst. Das ist doch schön. Und kann man das Gesicht, also was ich nicht so gerne mag bei Spielen, wenn das Gesicht irgendwie verdeckt ist oder wenn es Hüte gibt, also könnte ich jetzt auch quasi sagen, ich mach den Hut unsichtbar. Kannst du ausblenden. Schön, sehr schön. Aber jetzt, dass ich eine Figur rumflitzen lasse, also dass sie nackig ist, das geht nicht, oder? Ne. Verdammt. Äh, ne, okay, gut. Das geht nicht, du, Herksel. Und ich hab schon gesehen, du kannst grüne Haare machen. Ja. Kann man auch die Augenfarbe irgendwie ein bisschen anpassen, dass die anders ist, oder ist das eher nur bei den Haaren? Ne, du kannst auch die, äh, Augenfarbe anpassen, da gibt's auch verschiedene Farben. Also das heißt quasi, ich könnte mir jetzt eine Figur machen mit schneeweißen Haaren und roten Augen. Ich glaube ja, das geht. Okay, interessant, da können wir sich einen Albino machen. Der Chat kann übrigens auch, äh, sich melden, wenn ich mal Scheiß verzapfe oder wenn die irgendwas zum Ergänzen haben oder so. Ah, okay. Weil die sind so still, die hören so zu, weißt du? Ja, ich glaube, sowas hat man ja nicht auf, dass man jemand hat, der komplett von einem Franchise so gar keine Ahnung hat, aber halt dran interessiert ist. Ja, selten heutzutage, glaube ich. Ja, vor allem, ich glaube, Harry Potter kennt ja irgendwie jeder. Fuck yes. Das wäre, glaube ich, genauso, wenn ich sage, ich kenne keinen Herr der Ringe. Passt schon. Genau. Ich habe ja der Ringe nie gemocht. Und wie ist denn eigentlich die Alterseinstufung? Ich glaube, ab 12 ist das, gell? Das Spiel. Ja. Das Harry Potter Spiel, meint er, das Hogwarts Legacy, meint ich. Ab 12 oder 16. Ab 16? Ja, du kämpfst ja auch gegen Menschen. Okay. Ich weiß nicht, 12 oder 16, ich möchte jetzt meine Hand nicht ins Feuer legen. Ähm, wie heißt es denn, da ist auch härtere Themen oder ist das eher so lockerflockig? Och, wir haben Schule, dann verkloppen wir ein paar Böse, dann kuscheln wir mit Tieren und weiter. Oder wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe gerade einen Faden verloren. Ob es auch Dramatik gibt von der Geschichte, also auch Erwachsenen-Themen eher dann mit drin sind? Ja, unterschwellig vielleicht, aber ja, du kannst auch solche Erwachsenen-Botschaften in dem Spiel finden. Wie eben zum Beispiel durch die Kontroverse mit J.K. Rowling, mit dem Transphob. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe ein Video gesehen, was das alles ein bisschen anders ins Licht bringt. Und eigentlich hat sie sich nie wirklich Transphob geäußert, nicht direkt. Ja, das habe ich auch am Rande mitgekriegt. Aber ich denke mir einerseits, du kannst dir ja einen Transphoben-Charakter erstellen, meine ich, wie bei Cyberpunk. Entschuldigung, wenn ich das immer so vergleiche, aber da war das ja auch so. Du kannst keinen Transphoben-Charakter stellen, sondern du kannst einen Trans-Charakter stellen. Ein Trans, das meine ich, ich meine nicht vor, sorry Leute, das habe ich nicht. Das heißt quasi, ich könnte mir jetzt eher einen androgynen Jungen machen, der eher eine weibliche Stimme hat, also weil er eigentlich ein Mädchen ist, aber sich halt gerne, also sich eher als Junge fühlt, sagen wir es mal so. Genau, das heißt aber, also kann ich auch... Du kannst deinen Charakter völlig divers kreieren. Divers, genau, aber das finde ich doch auch schön. Gibt es auch diverse Figuren dann eigentlich im Spiel? Ja, es gibt aber auch eine, die dust so relativ früh im Spiel, die gibt ja auch später sogar Quests. Okay, kann man dann auch im Spiel Liebesbeziehungen führen? Gibt es sowas? Keine Ahnung. Oder Freundschaften aufbauen zu den Figuren? Oder ist das einfach nur, ich gebe dir eine Quest, und weil die Quest-Gamers mag ich dich, aber es hat keine Relevanz. Ja, ich glaube Freundschaften kannst du schon aufbauen. Helfen die einem dann auch mal im Kampf, oder ist das dann eher so in Zwischensequenzen, dass man dann sieht, dass ich irgendwie... Wenn du gerade mit jemandem unterwegs bist, helfen die dir natürlich auch. Ja, das ist gut, weil ich würde nämlich nebendran stehen und würde sagen, jo, mach mal. Aber ich muss dir auch sagen, ich bin bei dem Spiel noch nicht durch, ne? Ach, ich dachte, du wärst durch, weil du so bist ja mit zweiter Figur. Ja, aber die spiele ich offline quasi, weil ich bin ja nicht immer am Streamen und ich will ja das Spiel auch spielen, wenn ich nicht streamen tue, weißt du? Ah, ich verstehe. Aber mit dem bin ich jetzt auf demselben Stand ungefähr wie mit meinem Streaming-Charakter. Diese Welt ist einfach riesengroß. Also die Map an sich ist jetzt zwar nicht riesengroß, das sind ungefähr nur, äh, weiß ich jetzt nicht wie viel Quadratkilometer, aber, äh, du hast so viel zu tun und so viel Nebenquests und, weißt du, ich bin halt voll abgedriftet Nebenquests, Hauptquests schiebe ich immer hinten rein. Wollte ich gerade sagen, kommt dir darauf an, wie diese Welt gefüllt ist, gell? Die ist gut gefüllt. Das heißt quasi, das Sammeln, äh, zum Sammeln ist eigentlich eher optional. Also es wird einem nicht so aufgedrängt, dass du musst das jetzt machen. Ein paar Sachen schon. Ja, aber nicht alles, oder? Nicht unbedingt, aber es sind jetzt nicht unbedingt so schwere Sachen, die du wirklich nicht findest, weil du hast einen Zauber, Reveglio, und, äh, der zeigt dir dann so gewisse Highlights an. Zum Beispiel Sammelgegenstände, äh, werden geheighlighted und sowas. Du kannst sie jederzeit lockerflocker finden. Okay, wo du jetzt sagst, ja, Reveillance ist so ein Zauber, das heißt quasi alles, was man so von Spielen kennt, wie ich sag's jetzt mal bei Batman mit seiner Detektivsicht, bei den Arkham-Spielen, das hast du dann als Zauber quasi. Ja, genau. Dann leuchtet das alles für eine kurze Zeit auf, den kannst du später mit einem Skill auch machen, dass das halt länger dargestellt wird, oder weitere Sachen, die weiter weg sind, äh, die angezeigt werden. Ja, das kann eine fliegende Seite sein, die du fürs Handbuch brauchst, das kann ein knackbares Schloss sein, das kann eine Truhe sein, wo Kleidungsstücke oder, oder Kohle, drin ist, das, whatever. Kann ich meine Spielfigur, also ich komme jetzt wieder auf die Spielfigur drauf, vom Erstellen, ich will manchmal so, ich erstelle meine Figur und denke dann, oh, mir gefällt die Frisur jetzt auf einmal doch nicht mehr. Also ich hab mich dran satt gesehen. Kann man das im Spiel ändern wieder? Ich bin Friseur. Friseur, aber das heißt, das Gesicht könnte ich jetzt nicht ändern, also ich könnte die Nase jetzt nicht verändern, weil es nicht mehr rum wird. Nein, aber du könntest eine andere Narbe hinsetzen ins Gesicht, falls dir die Narbe nicht gefällt. Ich glaub, du kannst die Augenbrauenfarbe ändern, solche Sachen kannst du machen, aber so direkt einwirken aufs Gesicht, das geht, glaub ich, nachträglich nicht mehr rein. Okay. Kann man im Spiel, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mann macht, also einen Jungen macht, ist ja 15, 16, kann der dann auch schon einen Bart haben oder geht das noch nicht? Nope. Ah, schade. Und ich wollte noch was zum Rebellion sagen, wenn zum Beispiel eine fliegende Handbuchseite oder allgemeine Handbuchseite irgendwo in der Nähe ist, dann macht das auch so ein Klingelgeräusch, wenn du den Zauber wirkst. Ist nicht so eine Handbuchseite in der Nähe, macht's kein Klingelgeräusch. Ah, so ähnlich wie bei Grounded, wenn da auch Science ist, gell? Ja, so, bloß das, was bei Grounded ist, das ist ja immer dann da, wenn das quasi wirkt. Bloß bei dieses Klingeln hast du nur, wenn du den Zauber gerade wirkst, den Rebellion. Dann macht's bingen oder nicht. Was gibt es noch so für Zauber? Also kann man da so Blitze schießen oder Flammenfeuer machen oder sowas? Du hast eine alte Magie, also du bist einer, der alte Magie sehen, spüren und verwenden kann, da kannst du quasi Finisher-Moves machen, da zieht es sich aus den Wolken Blitze runter oder so. Also du kannst Feuerzauber wirken, du kannst Eiszauber wirken, du kannst die Leute fliegen lassen, herziehen, wegschießen und ja. Kann ich die auch so betören, dass sie für mich kämpfen? Ja. Ah, das mag ich immer gerne. Das ist einer der drei unverzeihlichen Flüche. Oh, dann heißt das, das ist ein böser Zauber? Ja. Darf ich den, äh, gibt's Auswirkungen, also werde ich dann böse? Ich glaube nicht. Weil ich möchte nämlich eigentlich nicht, dass mein Zauberstab stirbt, weil ich finde das eigentlich schon cool ist, wenn man... Du bist halt ein Schüler und du lernst da in dem Spiel die Flucht, Ava, Gdava, das ist der schlimmste Fluch, den du ausbrechen kannst, das ist ein Todesfluch. Die Leute sind sofort dort. Das heißt also, man tötet wirklich Leute? Wenn du Ava, Gdava, dann ja. Aber ja, aber du bist auch da. Das ist nicht einfach nur ein Kämpfen, dass die K.O. gehen. Ist dann auch ein Schadensmodell, du fließt dann Blut oder wir können uns wieder zerstellen. Nein. Du bist meistens gar nicht, ob ich direkt eine Hand in den Drang, weil du schießt die Zauberer. Ziemlich geil eigentlich. Also das heißt eher, man ist so auf mittlerer Distanz. Ja. Mittel bis fern. Oder man ist quasi so ein Sniper-Zauberer. Da kommt einer vorbei, auch da ist ein Stuhl, den drüber steht mit in die Fresse und dann ist Ruhe, oder wie? Gewisse Gegenstände, da kannst du auch hernehmen und dann den hingegenwerfen, ja das geht auch. Das ist cool. Telekinese. Aber alles muss halt in einem gewissen Umkreis sein. Was heißt Telekinese, es ist einfach nur ein Zauberspruch. Ja, aber ja. Aber du kannst es dir wie Telekinese vorstellen, weil du mit dem Zauberspruch ziehst es dein Herz, schmeißt es weg und so. Kannst du dir wie Telekinese vorstellen, ja. Ja, deswegen sag ich es ja also. Es ist so ein Fliegenlasten, Herziehen und Wegschießen, das sind ja alles quasi, jedes jeweilige Ding ist ein eigener Zauberspruch. Also nicht ein Zauberspruch. Und ist das dann leicht vom Kämpfen her? Wenn man mal drin ist, ja. Weil ich bin ja, du weißt ja, ich bin ja sehr langsam bei Knöpfe drücken. Ich würde dir das sowieso empfehlen, dass du das auf Story oder Life spielst. Normal könnte für dich zu zwickig werden. Ja, muss ich mal gucken, weil ich bin nämlich halt auch jemand bei RPGs allgemein. Oder bei Spielen, der ist ein Horder, der kompensiert viel durch seine Ausrüstung, die er hat. Ah ja. Weil ich halt so langsam bin, also deswegen immer gerne Tank. Ich habe dir ja, glaube ich, damals erzählt bei Skyrim, das habe ich ja auch in jedem Schwierigkeitsgrad gespielt. Da hatte ich dann meinen Ork irgendwann so stark mit der Rüstung, dass ich den Alu-I mit zwei Schlägen, also mit seinem Blutrausch, den der Ork ja hat, aber trotzdem mit zwei Schlägen Blatt gehauen habe, war er tot. Auf einem Meister-Schwierigkeitsgrad. Ja, ist geil. Ich habe auf Meister so gespielt, ich konnte, scheißegal welchen Zauber ich gewirkt habe, meine Leiste blieb voll. Weil ich hatte auch vier Kleidungsstücke, minus 25 Prozent Kosten, Mana, weißt du? Also viermal minus 25 heißt, minus 100? Null. Ja, das heißt, ich habe diese richtigen mächtigen Zauber, die da wie so ein Kamehameha aussehen, die habe ich wirklich durchziehen können. Alles weg. Ja, ich habe das bei Magieresistenz gemacht, aber wir schweifen ab. Ja. Ähm, die... Ladies and Gentlemen, ist das dein Haus? Ja, das mich ja noch interessiert. Also die Kleidung ist dann halt wirklich eher so... Viel Glück an die Teilnehmer. Also viktorianisch halt geil, das heißt eher Mäntel und sowas. Ja. Aber auch in der Neuzeit tragen Zauberer überwiegend Mäntel. Also das heißt, ich könnte mir... Ah ja, genau, man kann sich ja seine Figur machen, wie man möchte. Könnte ich mir auch ein Moppelchen machen, also einen, der ein bisschen dick ist? Oder haben die alle so dieselbe Körperstatur? Ich glaube, die haben alle dieselbe Körperstatur. Also das heißt, ich kann wirklich nur das Gesicht dann verändern? Ja. Okay. Das ist schade. Ja, ich finde, das muss da nicht zu sehr ins Detail gehen. Der Charakter, der so wie er ist, für dieses Spiel ist eigentlich ziemlich gut. Ja, weil ich bin halt jemand, wenn ich halt machen kann. Hast du ja gesehen, wir waren 6-2-Spiel, da möchte ich mich schon so ein bisschen nachmachen. Du bist einer, du zockst halt heute das Spiel 4 Stunden und 3 Stunden hast du nur einen Charakter gebaut. Äh, richtig, genau. Ich bin jemand, wenn ich, ich verliere mich da, weil ich, während ich die Figur mache, verknüpfe ich was. Aber es hat sich ja auch eine andere Frage von mir jetzt beantwortet, weil ich mag ja gerne mit Hintergrund, äh, kannst du ja machen. Also das heißt, die Figur hat auch immer denselben Start. Also du kannst ja nicht zum Beispiel sagen, dass der irgendwie im Sklavenlager aufgewachsen ist oder so. Jetzt als krasses Beispiel da natürlich nicht, aber du weißt, was ich meine. Nop, das geht nicht. Okay. Die Geschichte deiner Figur ist festgelegt. Die ist festgelegt. Nun, das heißt dann auch, man kann, also zumindest bis zu deinem Standpunkt, auch keine Entscheidung treffen. Nicht so wirklich. Also du machst Entscheidungen in Gesprächen und die können sich vielleicht theoretisch auf irgendwas später auswirken, glaube ich. Okay, also soweit bist du noch gar nicht, das weißt du noch. Ja. Weil es gibt ja schon Spiele, wo das Auswirkungen hat, wie du dich verhältst, zum Beispiel. Ja, ich weiß, ich weiß. Bei Infinity 2 habe ich zum Beispiel die Leute so gegeneinander aufgerätzt, dass ich das ganze Gefangenenlager gegenseitig umgebracht habe. Und ich habe dann nur gelootet. Hehe, äh, gut. Loot ist gut. Und ein anderes Mal habe ich einfach die Suppe in der Mitte vergiftet. Die sind dann alle so gestorben. Du bist schon krass. Tschüss. Ja, ich bin fies. Ich mache so Sachen gerne. Ja, ich auch. Ich lasse in Wikispielen alles raus, was ich im echten Leben eigentlich niemals machen würde. Ja, und ein wieder anderes Mal habe ich alle in Skelette dann verwandelt. Da hatte ich meine Skeletter-Armee. Gut, die sind alle dann draufgegangen, aber es war schon witzig. Okay. Du bist weird. Ich weiß. Muss man ja sein. Ja, heutzutage schon. Vor allem, ich mag das sehr gerne, wenn ich Entscheidungsfreiheit habe, aber ich mag auch gerne wirklich einfach nur Story spielen, wo ich wirklich weiß. Wie zum Beispiel bei Marvel Midnight Suns. Gut, da kann man gut oder böse spielen, sage ich mal. Also von der Figur her. Da weiß ich auch noch nicht, ob böse spielen eine Auswirkung hat. Aber dass man trotzdem halt einer tollen Geschichte folgt, wenn sie denn toll ist, das mag ich auch mal ganz gerne. Also du kannst, da möchte ich eins gerne, du kannst jetzt nicht direkt einen bösen Charakter spielen. Du kannst böse Antworten geben oder Arschloch-Antworten halt. Du kannst auch bei einigen Leuten Arschloch sein. Zum Beispiel eine Quest, du sollst für ein Mädchen Steine suchen, Kubolsteine. Das ist irgend so ein Spiel bei denen. Und wenn du quasi verlierst, du hast du mit dem stinkenden Gas und so angeschwitzt und stinkst halt dann. Das heißt, das hat die mit denen gespielt, die haben verloren, die sind angepisst, haben ihre Steine geklaut und haben die überall im Schloss versteckt. Du musst jetzt finden. Du kannst dich dann entscheiden, ob du ihr wiedergibst oder nicht. Dann ist sie halt entweder von dir begeistert oder nicht. Okay, und sie stinkt oder nicht? Ernst von beiden dann? Nee, nee, weil du spielst ja nicht mit ihr, das Spiel. Also sie stinkt ja nicht, aber du kannst sie entweder die Steine wiedergeben oder du behältst sie. Okay. Weil sie schickt dich ja eigentlich los, die Steine ihr wieder zu besorgen, weil die anderen sie quasi damit jetzt gemobbt haben und so. Und mit meiner Besitzerin habe ich die eiskalt behalten. Das heißt, man kann auch richtig schön den sarkastischen Charakter spielen. Du kannst ein Arschloch sein. Mhm. Aber ich glaube, egal wie du deinen Charakter spielst, es läuft sich immer aufs selbe Ende raus. Ja, vielleicht müssen sie dann gewisse Sachen anders sagen. Ja. Und dann sind halt andere Figuren dann eben dann später für dich noch verfügbar oder eben nicht mehr. Ist aber dann halt ein bisschen anders. So leicht. Ich nühe an. Und es gibt einen gravierenden Unterschied. Es kommt schon... Eigentlich ist es ja wurscht, in welches Haus du quasi als Schüler gehst. Gryffindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw. Aber... Aber für was stehen die Häuser? Das waren mal Menschen. Es gab einen Sohn so Ravenclaw oder eine Ravenclaw. Das waren vier Menschen und die vier Leute haben quasi das Schloss Hogwarts gegründet, diese Schule. Ja, aber stehen die für irgendwas? Ich sag mal so, das eine Haus steht dafür, dass viel gekocht wird oder so. Und das andere für Zauberdränke oder so. Sind eher persönliche Eigenschaften. In Slytherin... Ja, aber ich meine, steht jedes Haus für was? Ja. Gryffindorfer Mood zum Beispiel. Ravenclaw für Wissen. Hufflepuff für Hartnäckigkeit und Gutmütigkeit und so ein Zeug. Weißt du, sowas. Hufflepuff steht dann... Du hattest doch, glaube ich, da irgendwas mit Schlangen gewählt. Was war das? Hufflepuff. Das ist, äh, mein offline Charakter, das ist Slytherin. Boah, Slytherin. Slytherin. Die können auch, äh, Parsel sprechen, das ist die Sprache der Schlangen, das heißt, die können sich mit Schlangen unterhalten. Okay, also alles falsche Schlangen, ich verstehe. So eine Art. Ähm, ja, und für was stehen die? Stehen die dann für Hinterlistigkeit oder für was stehen die? Auch, ja, die sind eher so auf dem dunklen Weg unterwegs. Also sowas quasi wie graue Jedi. Du kannst sie dir wie die Bullys auf der Schule vorstellen, das sind auch meistens Bullys. Die Dinge sind die besten. Ah. Haustern zugeteilt. Das habe ich gemacht und bei mir kam Hufflepuff raus. Äh, deswegen bin ich ins Hufflepuff gegangen. Zum Glück. Bei dem Stream war es am geilsten. Die haben Azkaban zu sehen geklickt. Azkaban? Azkaban ist das Gefängnis. In der Wizarding World. Und in das Gefängnis möchte niemand gehen. Das sind Dementoren. Die saugen dir alles, was dich glücklich macht, aus dir raus. Aber okay, das hört sich ähnlich an wie die Dominators vom DC Comics. Also Leute, die jahrzehntelang in Azkaban sind, sind nicht mehr dieselben, die sie vorher waren und werden es auch nie wieder. Werden die Dementoren, das sind dann sowas wie, ähm, Lebenskraftvampire? Ungefähr ja. Also sowas kannst du dir nicht vorstellen, ja. Okay. Und auf jeden Fall, äh, das ist das Ding. Nur als einer, der im Hause Hufflepuff quasi Schüler ist, hat die Möglichkeit, äh, in der Story mal einen Abstecher nach Azkaban zu machen. Wusstest du das vorher, dass du das im Spiel rausgefunden hast? Äh, ich hab das nachträglich rausgefunden, weil ich dann eben den Slytherin gespielt hab. Äh, und der Chibi auch gesagt hat, er war nicht in Azkaban. Das geht auch nicht. Wo kommen dann die Slytherin? Was haben die dann besonderes? Die kriegen, ähm, das Ding, was du durch die Quest kriegst, ähm, durch einen anderen Charakter. Du kriegst dann quasi eine andere Quest. Du hast eine andere Quest. Ah, die haben eine andere Quest. Das heißt quasi, der einzige Unterschied zwischen den Häusern, weil ich denke, abgesehen von den Freunden, ist dann, ähm, eine besondere Quest. Ja. Die irgendwas mit Harry Potter dann zu tun hat. Nee. Du brauchst was. Du brauchst irgendeine Info oder so und bei dem einen Ding kriegst du das quasi durch einen Kobold und bei dem anderen Ding gehst du halt nach Azkaban und redest da mit einem Gefangenen. Okay, das ist mir gerade ein bisschen... Muss ich dann gucken, weil das... Es ist verwirrend zu erklären, dass das, äh, ja. Also das heißt quasi, der Questgeber ist gebunden an das Haus, entdeckte das jetzt. Es ist kein Questgeber. Äh, äh, ich glaube, das ist ein Gegenstand. Und, äh, die Info, wo der Gegenstand ist, kriegst du halt dann quasi durch zwei verschiedene Personen. Okay. Ähm, und man kann alle vier Häuser werden. Das heißt, man kann quasi das Spiel viermal durchspielen. Ähm, theoretisch. Okay. Und also du hast gesagt, ich muss da so ein Quiz machen? Du kannst auf der Webseite so ein Quiz machen. Und da, und wenn du da deinen Account dann quasi mit dem Spiel verknüpft... Ja. Ähm, sorry, Pupsi hat mich angesprochen. Ähm, dann, ähm, holt sich das Spiel quasi von dieser Webseite dann die Daten. Da kannst du quasi dann spielerisch entscheiden, in welches Haus du kommst, was dein Patronus ist. Das sind Schutzzauber gegen Dementoren und was du für einen Zauberstab haben würdest. Ich nehme eine Fledermaus, wenn es das gibt. Ich weiß es nicht. Ich habe eine Eule. Okay, eine Eule. Ja, gut. Ähm, und das heißt dann, dieser Schutzpatron ist der dann irgendwie als Tierbegleiter? Oder wie ist das? Das ist nur ein Schutzzauber. Wenn ein Dementor quasi da ist, dann machst du Expectum Patronum. Dann fliegt das Ding aus deinem Zauberstab raus, als irgendein Viech. Und vertreibt die und ist dann weg. Also das heißt dann quasi, wenn das jetzt bei dir wäre, als Beispiel, du hast eine Eule. Dann sagst du eben Expectum Patrone. Und dann kommt da so eine Eule raus und hackt die dann weg. Nee, das ist einfach nur eine weiße Eule. Die kannst du dir so wie so eine Geistergestalt vorstellen. Und die leuchtet ganz grell und vertreibt einfach Dementoren. Die fliegt bloß kurz rum und ist weg. Achso, das ist quasi wie so ein besonderer Schutzzauber einfach. Ja. Und der ist an ein Haus dann gebunden? Also dass ich jetzt sage, okay, nur in dem und dem Haus gibt es nur den und den Schutzgeist? Der Patronus kommt, je nachdem, was du für eine Person bist, jeder hat einen anderen Patronus, sage ich mal. Bei jedem kommt man anders. Also das heißt quasi, ich könnte das Spiel, ähm... Das hängt von deinem Wesen ab. Ich könnte sechsmal spielen, äh, viermal spielen und ich hätte die Möglichkeit, jedesmal einen anderen Schutzgeist zu kriegen. Unabhängig von meiner Figur. Ich glaube, ja. Ich glaube schon. Wie? Und du hast ja jetzt gesagt mit diesem, äh, wenn ich das jetzt nicht machen würde, auf die Website mit Account verknüpfen, weil ich mag das eigentlich nicht so gerne. Ja, ich weiß. Dann, wie kann ich dann das Haus wählen oder kann ich einfach sagen, ich nehme das oder das? Ich glaube, du kannst dann einfach sagen, ich nehme das oder das. Okay. Da müsste ich halt, da würde ich halt trotzdem mal jetzt, ich mal persönlich überhaupt mal, weil ich kenne mich ja mit diesen Häusern gar nicht aus. Du kannst den Test machen, auch ohne das mit dem Spiel zu verknüpfen. Ja, das meine ich. Da würde ich einfach nochmal so die Frage, was ich für einer bin. Ja, ich kann mal, äh, den Link raussuchen und dir schicken. Das können wir jetzt rein theoretisch auch mal machen. Da kannst du die Fragen vorlesen und dann antworte ich. Nee, ich müsste das Minispiel spielen und, äh, hab ich jetzt gelassen. Oder ja, doch, könnte man machen. Aber ich muss das auf dem Handy machen jetzt. Dann, 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 dann. Ja, das ist, ich. Das war, glaube ich, äh, Wenn es dich stört, äh, Leute, interessiert euch das überhaupt? Ich weiß es ja nicht, ich habe ja, ich sehe ja gar nichts. Beschreiben tut jetzt keiner, die hören zu. Sechs Leute sind da. Wie viele sind das denn? Wie viele Zuhörer, Zuschauer? Sechs Leute haben wir, es war von sieben. Ui, das ist aber gut, oder? Ja, du musst erst mal einen hinkriegen, weißt du? Ja. Und ich meine... Weil für mich ist halt immer noch das, also das ist jetzt halt viel Input, weil ich sag mal so, bei vielen Fantasy-Universen, egal welchen, wo du Zauberer hast, ist alles immer ein bisschen anders. Aber halt doch manches ähnlich. Und zum Beispiel Schutzgeister, die einem dann Boni geben oder was, weiß ich, egal was. Es ist, es ist kein Schutzgeister, es ist nur Zauberer. Es gibt ja da, bei Harry Potter ist ja mehr Zauberer. Aber gibt es da zum Beispiel auch sowas wie, jetzt vom klassischen Sinne her, so Schurken oder Krieger, gibt es da sowas auch? So, dass es dann noch einen Ritterorden gibt oder so? Jein. Jein, okay. Okay. Und was wäre jetzt, ich sag mal, so ein Zauberer ist böse. Wird er dann, gibt es dann irgendwie sowas wie eine Zauberer-Polizei? Es gibt das Zauberministerium. Die, die Hand über die komplette Zauberwelt machen. Weil ich meine, die ist ja auch ein Geheimnis vor den Muggeln. Das heißt, wenn jetzt ein Zauberer das vor einem Muggel zeigen würde, willst du ab nach Azkaban wandern, du warst nie mehr gesehen. Ja, okay, was macht man da mit dem Muggel? Wird er dann auch bestraft? Er ist zwar drauf gesetzt und vergisst alles, was er gesehen hat. Ah, okay. Und was ist, wenn jetzt ein Muggel, das... Es gibt ja bestimmt auch Menschen, die wirkt keine Magie. Was wäre jetzt, wenn das ein... Nein, das gibt es nicht. Oder gibt es das überhaupt bei Harry Potter? Ein Muggel, bei dem das nicht wirkt? Nein. So ein Zauber, muss man den dann einsperren oder sowas? So, das gibt es nicht. Gibt es aber auch in der Welt von Harry Potter, also jetzt selber Muggel, die Bescheid wissen? Ja. Es gibt Muggel, die sind mit Zauberern verheiratet. Aber das muss dann auch irgendwie durch dieses Zauberministerium wahrscheinlich erst mal gebilligt werden. Okay. Und, oder dass die dann vielleicht auch schützen, weil ich könnte mir vorstellen, wenn es so leicht irgendwie, dass mir das... Also, äh, jetzt FBI oder sowas, wenn da einer dann ist, der sagt, hier, okay, Zauberer Sachen müssen mit Zauber rufen, da macht einer irgendwie Missbrauch oder holt da und da die... Die Zauberer leben in einer ganz eigenen Welt, die haben ihre Welt neben unserer. Ja, aber ich meine jetzt, wenn jetzt jemand böse ist, wie zum Beispiel ein Voldemort, ich weiß nicht, ob er das gemacht hat, deswegen, ich habe ja die Filme nicht geguckt, und er greift die Muggelwelt an. Gibt es da dann auch sowas, dass der dann aufgehalten wird und dann auch Muggels mithelfen, die Bescheid wissen, den aufzuhalten? Oder muss man das wirklich eher komplett getrennt sehen, wie mit Digi-Welt und Menschenwelt? Also, Muggels können da eigentlich überhaupt nicht helfen. Was wollen die gegen den Zauberer ausrichten? Ähm... Gegen einen richtig mächtigen Zauberer, da hast du keine... Also, gegen den Voldemort hat der Muggel keine Chance. Gut, aber er könnte den rein theoretisch ablenken und die Zauberer können den dann mit einem Zauberer aufhalten, was weiß ich. Der Muggel kann den ablenken, der Zauberer sieht den Muggel tot. Ja, okay. Und der Zauberer ist immer kurz abgelenkt, weil er hat den Muggel töten müssen. Aber er darf abtun, Muggel tot. So, ich hab... Also, das heißt, als Muggel bist du quasi genauso wie ein normaler Mensch in der Dragon-Ball-Welt. Ja, also, die ist Leben quasi versteckt in der Welt und die machen einen Zauber. Und das Haus, so wie es jetzt aussieht, sieht dann nicht wirklich so aus. Das geht dann voll auf und lauter so Sachen. Du musst aber dann halt später schnell reagieren. Ich lese einfach vor, dann gucken wir mal. Du musst später dann nämlich schnell reagieren. Ich sag dann immer drei Worte und das Erste, was auf dich zutrifft, sagst du dann. Okay. Ja. So. Was? Ich muss ein Update machen? Okay, wir müssen ein Update machen. Okay, also Zaubernachladen. Hehe. Ja, genau. Da bin ich jetzt gespannt bei sowas. Es ist ja eigentlich wie so ein Persönlichkeitstest. Ja, genau. Genau, genau, genau. Oh, wei. Was ich wohl bin. Ich war auch über Havelpah verstanden. Ja. Wie gesagt, ich hab hier so keinen Bezug. Deswegen weiß ich ja gar nicht, was da was ist. So. Wir sind bei knapp 70 Prozent. Ja, aber würdest du jetzt sagen, das Spiel lohnt sich auch für jemand, der mit Harry Potter nicht viel am Hut hat? Für jemanden, der auf Fantasy steht und Bock auf diese Welt hat, lohnt sich das Spiel definitiv. Es ist echt mega gut. Ja, interessant ist, dass wir diesen Drachen fand ich beeindruckend. Wie gesagt, ich mag ja gerne Drachen. Wie gesagt, ich bin jetzt eigentlich nicht der übergroße Harry Potter Fan. Ich mag die Welt. Ich mag die Bücher, Filme. Aber ich bin jetzt nicht so ein übergroßer Fan. Ich hab jedes Buch einmal gelesen, das hat gereicht. Aber die Welt ist halt geil. Ja, das glaub ich. So eine richtig schön designte, liebevolle Welt. Ich glaub, die ist auch liebevoll. Also hab ich zumindest bei Testberichten gehört, aber nicht so weiter reingeguckt. Und auch teilweise weird, wie Häuser teilweise aussehen. Also richtig abstrus. Wenn du das so bauen würdest, das würde dir 0,0x wieder zusammenklappen. So, unser Titel an. So continue. Ohne Kamera machen wir jetzt, ja. Continue. Let us begin. Consider your answers carefully. Dawn or dusk? Was? Dawn? Also Morgengrauen. Dann, given the choice, would you rather invent a potion that would guarantee you love, glory, wisdom or power? Oh, das ist schwer. Ähm, Liebe. Wisdom. Wisdom. Weisheit würde ich eher nehmen. Weil Liebe darf man nicht manipulieren. Gut. Once every century, the flutter by bush produce flowers that adapt their scent to attract the universe. If it lured you, it would smell of a crackling long fire, the sea, a fresh parchment or home. Für eine Pflanze, die dich in Duft ausstrahlt, der dich quasi anzieht. Wonach würde es sich riechen? Nach zu Hause? Frischem Papier? Dem Ozean? Oder einem schönen Lagerfeuer? So, es muss nach Hause, zu Hause riechen. Das habe ich schon verstanden. Das war ein bisschen schwer. Aber ich bin dann eher, ich muss das dann eher lesen. Ja, ich glaube, ich dir. Which of the following do you find the most difficult to deal with? Hunger? Cold? Loneliness? Or boredom? Ähm, Hunger. Eindeutig Hunger. Ja. Ich bin gerne mal alleine. Langweilig wird mir selten. Aber Hunger, Hunger ist immer böse bei mir. Ja, bei mir wäre es Hunger oder Kälte? Wahrscheinlich eher Hunger, weil das ist gut. Kälte macht mir gar nichts aus. Ich stehe bei dem Wetter im T-Shirt draußen, weil ich die Jacke vergesse also. Wir sind bei Frage 5 und 8. What are you most looking forward to learning at Hogwarts? Operation and Dispiration, being able to materialize and dematerialize at will. Transfiguration, turning one object into another object. Flying on a broomstick. Hexes and Jinxes. All about magical creatures and how to befriend care for them. Secrets about the castle or every area of magic that I can. Also ich finde Tiere ja immer sehr interessant. Wissen allgemein. Aber das mit der Materie umwandeln ist auch interessant. Da könnte ich quasi durch Wände gehen, ne? Nein, du kannst zum Beispiel aus einem Tisch ein Bett machen. Aus dem Tisch ein Bett, okay. Oder eben du tust dich dematerialisieren und woanders wieder materialisieren. Also teleportieren. Ja, so eine Art. Ich glaube, ich nehme die Tiere. Die Tiere mag ich einfach. Auch selbst, vor allem wenn es Fantasietiere ist. Und vielleicht kann ich mich ja mit einem Drachen anfreunden. Ich lese aber nochmal vor. Also entweder das Materialisieren und Dematerialisieren von dir auf Wunsch. Dann eben ein Objekt in ein anderes verwandeln. Fliegen auf dem Besen. Hexes und Jinxes. Dann alles über magische Kreaturen. Geheimnisse des Schlosses. Oder alles, was mit Magie zu tun hat und du lernen kannst. Das war sehr geil. Alles mit Magie. Das schließt dir auch Tiere mit ein, oder? Das ist der Ort der Abitur. Dann mache ich das letzte. Weil alles... Dann mache ich das mit der Magie. Also alles, was man über Magie lernen kann. Habe ich genommen. Gut. Nächste Frage. Du und zwei Freunde müssen eine Brücke überlegen. Glauben von einem River-Troll. Wer ein River-Troll macht, einen von euch zu kämpfen. Er wird alle von euch passen. Habe ich? Habe ich versucht, den Trollen zu verabschieden. Sie lassen alle drei von euch passen, ohne zu kämpfen? Habe ich schaue, die Bilder zu entscheiden, welche von euch kämpfen wird? oder suggest that all three of you should fight without telling the troll oder volunteer to fight. dass ihr alle drei kämpft ohne es dem troll zu sagen oder volunteer to fight, was ist jetzt volunteer? quasi wie so ergeben oder so. das heißt wenn ich einfach sage ich also ich würde ihn dann ja hypnotisieren weil dann können wir ja alle drei durch ohne gegen ihn richtig zu kämpfen. da muss keiner verletzt werden oder? ist das damit gemeint? mit confuse? ja wahrscheinlich. konntest du dir sowas darunter vorstellen ja. dann sag ich mal das. weil man muss ja nicht reden den kämpfen der wohnt ja da. genau. gut dann. if you were attending hogwarts which pet would you choose to take with you? a cat? a toads? oder owls? ein hund. ne es ist kein hund das ist äh mh. ach den witzig ist aus wie so ein haariger. das war jetzt eule, frosch und was war das andere? tatsen, toads oder ne eule. ich hab mal in der eulengruppe gearbeitet dann würde ich ne eule mitnehmen. brauchst du sowieso weil die bringt dir deine briebe. ok die nenne ich dann archimedes. wird das ne braune eule, ne weiße eule, ne große braune eule oder ne große weiße eule. ne braune eule, also ne kleine braune eule. ne kleine braune eule. black or white? wie schwarz oder weiß? ja. ich dachte braun. ne ne das ist die nächste frage. black or white? äh schwarz. so, wir sind durch. jetzt warten wir. bis der hut sich entschieden hat. es ist ja ein hut den du eigentlich aufgesetzt kriegst, der das dann entscheidet. der sprechende hut. the sorting hat is ready to make its decision. jetzt bin ich gespannt. he's talking. hast du genauso geantwortet oder anders? anders. so, wo sind wir denn? just loyal? was? patient? was wird er denn jetzt von mir? ach, jetzt kommt die entscheidung. you could be great in hufflepuff. mega! du bist auch in hufflepuff. okay. das heißt, wir werden zusammen, wenn keine rivalen dann. aber obwohl du so arg anders geantwortet hast. ja. ich hatte auch andere fragen, weil ich das auf dem pc gemacht habe. ich habe das jetzt hier in der app auf dem handy gemacht. es gibt auch eine handy app dafür. und auf dem pc hast du dann ganz andere spiele und ganz andere fragen. da kam zum beispiel eine frage, zu was wirst du dich eher hingezogen? feuer, erde, das andere war nicht wasser und luft, das waren andere sachen. ich glaube dann gestein und noch irgendwas. also ich würde dann erde nehmen. habe ich glaube ich auch genommen. ich bin nämlich gerne. haffelpuff ist eh sowieso mehr geerdet und so mehr die pflanzen leute. also mehr die gechillten. ja genau. mhm. und ist das gut? sind da viele leute in dem puffelpuff drin? ich glaube die sind alle gleichmäßig verteilt. okay. also das heißt, da sind eher die ruhigeren leute beim Slytherin hast du ja schon gesagt. das sind eher so die krawall leute. gravenclaw sind so eher die mutigen und tapferen. und ravenclaw sind eher die wissbegierigen, die in die sterne gucken, forschen und so und so. okay. also quasi die astronomen und die anderen sind die astronauten. hey. ja so ungefähr. grob gesagt. ja. ja. aber ist schon interessant. aber ist dann haffelpuff eigentlich ein gutes haus oder eher ein schlechtes haus? ich glaube jedes haus hat seine vor und nachteile. das heißt also quasi haffelpuff sind nur feiglinge drin oder wie? nee. du kannst ja natürlich nicht alle über einen kamm stellen. das geht natürlich auch wieder nicht. ja. nee. aber du hast gesagt, dass das steht für mich. du kannst bei Gryffindor einen haben, der theoretisch eigentlich vom wesen her einen Slytherin wäre zum Gleisstift. warum ist der dann nicht bei den Slytherins, sondern beim Gryffindor? frag den sprechenden Hut. okay. wie der seine entscheidung macht, kann ich nicht sagen. was denn? wie der seine entscheidung macht, kann ich dir auch nicht sagen. da wollte ich nämlich gerade fragen, ist der dann allwissend oder was ist der? keine ahnung. das ist ein hut, der spricht, der wird dir aufgesetzt und der geht bisschen durch, sieht irgendwas in dir, plappelt ein bisschen rum und sagt dann in welches Haus du gehst. okay. ja. und dieser sprechende Hut läuft oder fliegt der dann irgendwie auch mal rum und kann man mit dem dann Tee trinken gehen oder wie ist das? oder ist der irgendwie so ein zauberstab da? nö, der ist irgendwo weggesperrt, wenn der nicht gebraucht wird. der kommt nur einmal im jahr raus. armes sau. aber ähm, harry potter hatte schon das glück, dass ein phoenix ihm den hut zugeworfen hat und er hat dann das schwert von Gryffindor. rausgezogen, was er gebraucht hat. gegen einen basilisken. ein basilisk ist ja... eine riesengroße Schlange. ...böse, der versteinert ja. wenn es so ist, wie es halt bei Dungeons & Dragons ist. ist eine riesengroße Schlange, die sehr gefährlich ist. ja. ja. ja, genau. und die kann einen auch versteinern mit ihrem blick. okay. ähm. die wirst du aber im spiel nicht treffen. auch gegen so monster kämmen oder kämpft man dagegen böse andere magier oder wie? du kämpfst gegen drolle zum bleistift, gegen spinnen in verschiedenen größen. mhm. drolle, äh, obwohl... man betäubt auch tatsächlich. man betäubt nicht nur, man tötet auch richtig. ja, ja, ja. weil die wollen sich ja auch töten. ja, aber gut, batman wollen auch alle töten, der haut sind nur ko. gut, je nach inkarnation natürlich. ja. genau. okay. ist echt guter spiel. oh, ich habe schon ganz viel erfahren. wie ist denn... ne, es hatte ich ja schon gesagt mit deiner einschätzung. also es ist auch schönes story spiel, es ist auch gemütlich. also, das heißt, ich habe auch so meinen eigenen gang, so ein bisschen was ich jetzt raus gehört habe. du kannst es dir wie skyrim im harry potter-universum vorstellen. ah, kann ich die dann auch enthaupten? nein, das nicht. kann ich einen käse auf dem Boden legen? du lernst zwar einen zauber, der quasi sachen... ich mach da nur spaß. der sachen zertrennt. also, wenn es im echten leben wäre und du würdest den zauber auf den menschen gezielt kopf machen, würdest du wahrscheinlich den kopf in zwei hälften schneiden oder abschneiden, aber im spiel geht es natürlich nicht. ja, klar. sonst wäre es ja auch ab 18. muss ja auch einer sauber machen hinterher. ja. aber das heißt quasi, wo du sagst, ich lerne da einen zauber zum z-rennen. kann ich den für irgendwas dann auch einsetzen? ist der zum beispiel einfach nur da, wenn ich sagen muss, ich muss jetzt hier irgendwie was von der wand abschneiden, dass ich da durch kann oder ich muss büschisch klein schneiden? sowas gibt es schon, dass du mal irgendwie an einem kran hängt was dran und du musst das ding runterschießen, damit das durch den Boden durchfällt und dir eine öffnung macht und sowas gibt es schon. wie ist die deutsche synchro, weil ich mache immer viel auch abhängig von den synchronsprechern, ob die gut ist, wie die deutsche synchro ist. sehr gut, also alle charakter klingen gut, das einzige was jetzt nicht gut klingt ist, die figur die du spielst, die spricht ein bisschen, also es klingt ein bisschen blechern. aber nur bei dieser, bei der figur die du spielst, alles andere klingt wirklich sehr gut, ist sehr gut synchronisiert. ich spiele sie auf deutsch. weißt du auch die synchronsprecher, also wer zum beispiel die hauptfigur spielt? also spricht? nope, 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 nope. und wie viele stimmen habe ich da so aus? ich kenne so allgemein nicht mal die synchronsprecher. äh, ich glaube das ist alles nur eine stimme und die machst du einfach nur, die pincht du entweder höher oder tiefer und das hört sich halt dann komisch an. okay, ja, sowas mag ich eigentlich nicht, weil das heißt quasi, du hast dieselbe stimme für beides, nur höher wäre dann für ein mädel sag ich mal, tiefer für einen jungen. ja, wobei tiefer nicht wirklich tiefer ist, das ist ganz weird. okay, ist es vielleicht ein bug oder es ist halt einfach nur gut, es ist vielleicht einem stimmbruch, den jugendlichen, den man spielt. oder haben sie den grundsprechern gespart. oder das, ja das finde ich schade, weil bei, ähm, dragon age inquisition zum beispiel hast du für den mann zwei verschiedene stimmen und für die frau zwei verschiedene stimmen. okay, ja ne, hier ist es ehrlich. das ist auch, ähm, du kennst bestimmt breaking bad, oder? ja. da ist, also als mann hast du als höhere stimme, weichere stimme, die vom jesse pinkman. mhm. und als tiefere stimme, der heißt torsten michaelis, das ist der zum beispiel, der den niegen spricht. der spricht ihn aber nicht so ganz krass, er spricht ihn eher ein bisschen netter. mhm. selbst wenn er wütend ist, also nicht so locker flockig, aber gut, die sprechen ja allgemein etwas. ja. ja. und bei der frauenstimme, die eine ist auch etwas höher, die kramm ich jetzt nicht drauf, aber die andere ist zum beispiel von malcom mittendrin, die von der mutter. von der lois? ja, richtig. mir ist der name entfallen. das kommt dann halt richtig gut. okay. hä? ja, ich kenne die meisten Synchronspräche bei den namen eh nicht, aber es gibt bestimmt einige Stimmen, die du wieder kennst. zum beispiel, ähm, die professor weasley wird von der gespielt, die in ähm, ghostbusters die janine spricht. ah, von der... diese piepsi. ja, ich weiß, wenn du meinst, wie heißt sie denn? ich komm jetzt an. keine ahnung. aber ich weiß, wenn du meinst. du kannst dir die stimme ungefähr vorstellen. ja, genau, wenn es halt auch die ist, die sie im deutschen dann halt spricht, so. meine ich ja. diese stimme ist das, die deutsche. ach so, die deutsche ist das, oder? okay. das ist doch schon mal gut. zum beispiel, also, man kann definitiv welche erkennen. okay. und du sagst die eigene, also von der eigenen hauptfigur, die hört sich etwas plechern an, ja, hast du ja schon gesagt. aber ist die sonst gut von der betonung her? ich glaub, ich hab grad einen bot follow angriff hier. ich mach mal die alerts aus. ich pausier sie mal. ähm, lauter bots folgen mir grade. wie viel follower hab ich jetzt reingekriegt? aber sie werden nicht gezählt, das ist gut. wow, sind das viele. leck mich doch im pinsel. was passiert jetzt? also, wenn du angegriffen wirst, also, ähm... mein follower wird heute jetzt die ganze zeit quasi durchgespielt werden. aber ich hab den jetzt passiert. ah, ein nikon! hallo! guck an, guck an, wir in der untergrund da ausgesprungen. der nietz, ja moin. grüß dich nikon, alles fit bei dich? quable ist auch da. hallo! ja, ich hab jetzt bei mir quasi laute avatare unten rumlaufen. aber die follower werden nicht gezählt. das find ich irgendwie geil, ist nicht mit gezählt worden. also heißt das jetzt quasi hat einfach jetzt jemand lauter bots geschickt einfach so zum ärgern oder wie oder machen die was ja die drücken bei mir auf follow und dann würde mein follow alert die ganze zeit jetzt abgespielt werden und würde mich jetzt wahrscheinlich nerven aber ich hab dem passiert ja mir geht es auch gut die können danke der nachfrage warte mal wenn ich jetzt so macht müssten sie jetzt alle durchlaufen genau aber es gibt sie einfach so eigentlich auch beim hogwarts legese beim harry potter jetzt hat einfach auch so was wie untote oder so cool das auf jeden fall die kannst du auch nur quasi angreifen wenn du einmal ein feuer zu aber auf die wirkst okay und sind die als gibt es auch nette oder sind die einfach wirklich dann nur seelenlos so ohne kam also einfach nur trash mobs ja gibt es auch ein rpg system das heißt dass man auflevelt quasi und dann immer stärker wird die level aufjahren kannst dann quasi stärkere sachen freischalten und hat ausrüstung auch ein sinn außer optik höhere werte okay ja gut das weiß ich ja nicht ach doch die 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 sind massenfahrt da so viele avatare sind 14 die lange okay musst du jetzt die alle dann einzeln weg machen nö das macht wird irgendwann selber okay also du kannst aber im e-mail das ist dass du ärger kriegst ich krieg da keine kommentiert von mir ist auch nicht das erste mal als die hatte ich zu anfangszeiten hatte ich die öfters das war jetzt echt lange ruhe also falls da wirklich ein echter follower mit drin ist sage ich danke dafür und bei dem rest sage ich ich verstehe halt den sinn dahinter nicht man könnte mich jetzt damit ärgern weil der die alerts sind eigentlich laut und die würden jetzt den ganzen fluss hier stören und ploppen bei den zuschauern quasi bei mir mitten im bild jetzt auch auf okay ja das ist dann blöd ich frage mich was das dinge bringt mir treibt die volle zahl hoch irgendwann bleibt es wieder runter stört mich jetzt nicht wie gesagt ich kann dir auf jeden fall jetzt schon mal sagen von mir so du hast mir noch mehr lust drauf gemacht dass das war quasi ein user der ist da mit lauter bots jetzt rein hat gefollert und ist wahrscheinlich schon wieder weg oder gemerkt hat ich lasse mich davon nicht beeindrucken alle sind jetzt weg und gut okay also wie gesagt du hast mir schon noch mehr lust drauf gemacht und ich glaube morgen habe ich ja meinen kurzen tag habe ich schon um ein uhr feierabend von sieben bis eins da werde ich vielleicht auch einfach mal schauen ich werde mir mal die spielpackung in die hand über ich hatte also wer dann vielleicht mediamarkt oder sowas hinfahren wenn ich das nicht sagen darf oder expert klein oder müller je nachdem wo ich dann lust drauf habe ich werde dann einfach mal schauen ob es mich auch so anspricht noch weil ich lese doch immer gern den klappentext ja ja wie ist es denn eigentlich ich habe ja gesehen wie es ja natürlich mittlerweile typisch ist es gibt verschiedene versionen also die normalerweise die normale und die deluxe glaube ich was ist bei der deluxe anders bei der deluxe die zehn euro mehr kostet kriegst du flugviecher kriegst du kriegst die möglichkeit die dunkle arena zu betreten wo du quasi die unverzeihlichten flüche benutzen kannst und was noch und es gab drei tage früher zugang das ist jetzt eigentlich hinfällig geworden okay und diese dunkle arena kann ich nur betreten wenn ich die deluxe hole ja aber die zauber lernst du im spiel sowieso irgendwann aber die arena gibt es nur mit diesem deluxe ding okay jetzt könnte ich natürlich fragen was bringt mir die arena ja mal auf von 84 auf 120 follower kannst du dir vorstellen wie viel er mir sein geballert hat 40 der wollte mein 100er voll kriegen aber ja ich lasse das jetzt da unten so voll und und irgendwann ist das dann wieder weg ja wenn die leuten so langweich ist das zu machen okay und gibt es für dich auch jetzt kritikpunkte beim Hogwarts legacy wo du irgendwie sagst na das hätte man besser machen können ist nicht so toll also bis auf diese blechstimme jetzt anfangs hätte ich jetzt bevor der letzte patch am freitag rauskam hätte ich noch gesagt ich hätte übel hatte stellenweise üble frame einbrüche aber ist heute keiner aufgefallen das scheint scheint mir ein freitagspatch gelöst wurde selber ich habe ja wann habe ich das letzte mal gespielt dienstag oder so also ich habe quasi seit dem patch nicht mehr gezockt vom patch schon nicht mehr und jetzt läuft eigentlich richtig schön smooth aber sonst hätte ich jetzt eigentlich keinen kritikpunkt nein nicht wirklich ist das spiel denn auch spannend oder es eher so ist das gemütlich ist das schön diese welt zu erleben oder ist das er auch mal so ein bisschen das auch mal richtige spannungsmomente kommen beides würde ich sagen ja wodurch was machte spannend also gut dieser drachenangriff darf man auch gegen den kämpfen oder ist ja einfach mal davon kurz an dieser szene wird da kannst du nicht dagegen ob du später mal gegen den kämpfen muss i don't know okay wie weit bist du denn im spiel ungefähr ich würde sagen vielleicht die hälfte da habt ihr dann hast du jetzt schon gespielt lang wie viele stunden habe ich müsste glaube ich um die 16 bis 20 stunden haben okay ja genau also ich werde definitiv noch näher angucken vor allem weil ich gebe auf es nicht viel also prozente oder schulnoten gehe ich gar nicht drauf ein ich lese ihr test und schaue was ich schon mitnehmen kann gameplay videos gucke ich dann auch mal ja und guck mal was dann da ist bei dir zum beispiel habe ich auch ein bisschen reingeguckt weil du halt jemand auch kennt bis den ich kenne und ich gebe halt das meiste drauf von leuten die ich kenne wo ich weiß okay der tickt da so und so der tickt so ähnlich wie ich oder ich weiß es sieht sachen anders als ich wo ich dann noch mal wer für mich mit rausnehmen kann ja ja ich meine du kannst ja in die anderen streaks von mir noch reinschauen und so und kannst ein bisschen durchschnitts ist halt auch ein bisschen was vom gameplay und vielleicht auch story schnipsel je nachdem oder ein zwischen würdest ja das habe ich schon gemacht bei dir deswegen kam ich ja auch drauf dich mal so zu fragen das ist schon fast zwei stunden am reden ja ja oder beziehungsweise anderthalb so um die drehe ab aber es ist schon sehr interessant definitiv das spiel macht echt lang also ich hatte irgendwann meine zweifel ob das spiel wirklich so gut wird wie sich das jetzt ausgesehen hatte aber es ist wirklich kein sogar ein schubi ist sofort hockt und damit der mal hockt bei einem spiel ist oder da wird schon mal die helle vorher zu und also dann eher so wie ich war ich bin ja auch sehr schwer zu beeindrucken macht ja mal gut ich muss jetzt sagen dass evil dead hat mir also das hat sehr teufels spielt das hat mir sehr viel spaß und das hat mich richtig in vorne versetzt weil halt auch so schön liebevoll ist wie ist das auch jetzt bei dem Hogwarts legacy also das ist auch sehr liebevoll gemacht habe ich zumindest überall mal so raus gelesen findest du das auch das ist liebevoll gemacht ist ja ja finde ich schon gut also was finde ich immer wichtig war einfach nur da so lizenz und hingerotzt das ist die angst die ich immer habe also spielen wo so eine große lizenz hinten dran steht ja das ist immer wirklich keine lizenzgurke okay jetzt hoffen wir auch mal dass der star wars survivor auch keine lizenzgurke wird da habe ich nämlich auch gut ich mag ich mochte den vorgänger sehr gerne und bin gespannt wie der hier jetzt wird wie der teil wird so wird dass der auch richtig gut wird den habe ich aber auch schon vorbestellt muss ich sagen okay ich weiß jetzt nicht ich glaube ich könnte legge stream haben ja weil ich gerade ein paar von den avataren unten raus lösche okay weil das ist werbung sehe ich nämlich grad hat er dir eine so eine werbebombe reingemacht die heißen hier joint server irgendwas und so ein zeug also tut mir leid für legge stream ich muss jetzt den ganzen avatar weg dann ja also das heißt quasi dass die bots geschickt die die avatare schicken die werbung machen bei allen anderen stellen sobald ein user bei mir vorlott kriegt er automatisch so einen stream avatar ja und er hat den so gemacht dass der quasi die haben so einen namen dass das quasi ist so ein server irgendwas okay das ist aber ganz schön schäbig hier kann man die melden wenn die richtig existieren die accounts dann theoretisch ja aber warte mal ich kann ja kämpfries sind teilweise stock der stream ja ich habe gesagt sorry für legge stream ich kann ja auch diesen machen glaube ich wie ist denn eigentlich bei harry potter was mir gerade einfällt weil ich muss ja gerade auch der space ist ja auch ein zum einen absoluten lieblingsspiel vor allem der erste und ich liebe ja das h und d von der space wie es denn das h und d bei harry potter ist es überladen oder so ein bisschen eingepflegt in die figur es ist nicht eingepflegt ist es nicht aber es ist jetzt auch nicht überladen was heißt ich habe quasi lebensbalken gibt es irgendwie zauber magiebalken dass meine magie auch mal weg geht oder gibt es dann cds bei den verschiedenen zaubern cds cool da uns es gibt cool da uns es gibt cool da uns ja okay dann hast du mir jetzt sehr viele fragen beantwortet und wie gesagt ich werde es mir morgen noch mal näher angucken und dann entscheiden ich weiß auch schon wenn ich meine figur machen wie ich sie nennen ich habe ja für fastnacht habe ich hier extra erschaffen und auch wenn ich mal beim gratis comic booker oder so hingehe zauberer gustav der grüne das wird dann mein gustav ok cool namen kann es dir geben und kann man auch mit nachnamen machen oder ja 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 ich finde es nur mit vornamen vornachnamen gustav grün sparen klingt gut oder ich nenne einfach gustav der grüne oder geht das nicht das wäre jetzt schon ein titel ok sie hören uns noch aber sie sehen mich jetzt erstmal nicht mehr ansonsten darf ich dir noch eine spiele empfehlung machen zum ende und zwar das divinity original sind zwei von dem ich ja schon ein bisschen erzählt haben ja du kannst dir ja quasi eine archetypen klasse machen kannst du ja auch selber eine eigene figur stellen oder eine von den sechs die vorgegeben sind auch mit untoter spiele ich zum beispiel gerne weil du musst ja auch sehr auf die welt achten dass du quasi immer verschleiert ist ja du kannst dir quasi nekromant machen du kannst dir auch irgendwann also du hast quasi deine startklasse und die kannst du entsprechend dann später anpassen okay ich habe zum beispiel eigentlich ein ritter das heißt reiner nahkämpfer und den habe ich ein bisschen noch mit nekromantie gemixt das heißt er macht er kann direkten lebenskraft schaden machen er halt sich durch blutfützen er kann auch seine gegner essen wenn er das möchte okay krass wenn teile von denen rumliegen und die wirsten elfen überhaupt wird war richtig nur also für gruselig denn du weißt ja die elfen werden ja meistens eher zu vegetarisch dargestellt ja die elfen hier sind kannibalen auch krass wenn sie nämlich von irgendeinem der gestorben müssen körperteil essen dann kriegen sie auch die erinnerung von denen das ist krass aber wir können die technik weg was ist los hier und in dem spiel musst du das teilweise sehr oft machen und dass der clue ist jetzt dem spiel auch man kann das auch mit mehreren leuten spielen was dann jeder quasi eine figur spielt und wenn du zum beispiel einen von den sechs original charakteren nimmst ich spiele im moment zum beispiel den ibn l metzdan oder so ähnlich heißt er der gehört zu den einsamen wölfen als söldner der hat seine eigenen quest seine eigene dialoge du kannst zum beispiel sah also ich kann dann zum beispiel sagen hier mit der person muss ich reden besonders dann läuft dann mein dialog ab und es kann dann sein das hatte ich schon gehabt dass der entweder total gut läuft oder es kann sein dass auf einmal das ganze die ganze leute dann gegen die sind weil du dem auf einmal dann halt ausweidest sage ich mal so ich verstehe das ist jetzt los hier ich kotze ab hat er dich gehackt die technik einfach ab und zu mal ab es läuft ja gerade kein game aber es werden zu viele frames übersprungen das ist nicht gut okay soll ich aufhören mit erzählen das stört jetzt nicht glaube ich das gelaber von uns ich weiß nicht was dem rechner jetzt ein problem ist weil ich wollte nämlich nur was zum gameplay sagen was nämlich auch geniales es ist nämlich ein sehr logisches gameplay das heißt wenn du zum beispiel jetzt gegen gegner kämpfst du die haben eine blutpfütze hinterlassen ja was meinst du was du mit dieser blutpfütze alles machen kannst du kannst du unter strom setzen du kannst sie einfrieren dass alle planer hinfallen auf dem potel landen das tatsächlich so wenn es eingefroren ist kannst es mit feuer dann quasi das eis schmelzen dass dann dampf entsteht den dampf kann man da nur die gegner sehen wenn man neben dran steht also ist eigentlich ein sehr intelligentes spiel da kannst du zum beispiel je nachdem auch als untote heizt du dich nicht durch heidränke da kriegst du schaden oder durch heizt aber du musst gift trinken und ich zum beispiel zu halten du könntest quasi einen untoten als nahkämpfer machen der vorne ist dann hast du einen zauberer mit nekromantie weil nekromantie ist dafür gift oder als wildling zum beispiel kämpfst gegen die gegner und produziert dabei gefütze das heißt du halt seinen skelett tank der vorne ist der gegner nimmt gift schaden klingt wie jetzt und das schöne ist am gift wenn du dann noch feuer drauf machst macht's bumm okay löst zu explosion aus du kannst auch hatte ich in einem gespräch tatsächlich hingekriegt einen gegner ein einfacher den habe ich so sehr in frage gestellt mit seinem glauben dass er sich selbst hingerichtet hat und ich darf nur seinen coolen krassen hammer mitnehmen okay ich weiß nicht ob das spiel was für mich ist weil ich bin ja sowas selten aber das wäre dann zusammen also ich du wärst dann mit mir und du kannst mit tieren sprechen wenn du das willst okay jetzt will ich erstmal dass dieser legge streamer für dass ich die kamera wieder einschalten kann und ich hatte schon richtig geniale dialoge mit den tieren das hat die sprachausgabe es englisch hat sein aber ist gut gemacht wenn du zum beispiel einen untoten spielst du dich mit einem schaf unterhältst du am anfang das ist einfach weil man ein untoter ist und wenn man denselben dialog mit einer anderen figur hat wenn du zum beispiel du kannst du auch einen hintergrund wählen dass du adliger bist oder gesetzlos bist oder barbar bist kannst du zum beispiel als gesetzloser sagen dass dein feld bestimmt sehr viel auf den markt bringt wenn es sich die klappe erhält dann ist das schaf beleidigt und geht weg ja ich glaube ich muss hier den stream ausmachen weil es bleibt bei 97 prozent ist es nervt mich gerade mega okay aber es war sehr sehr schön ich hoffe ihr anderen leute die hattet auch sehr viel spaß ist mir viel spaß nur einfach nur mal reden ja ich würd's gern noch länger lust auf das hogwarts legacy auf jeden fall bekommen das ist ein mega gutes spiel ich kann es wirklich empfehlen ich mag ja gern so story getriebene spiele auch wenn es nicht mein haupt franchise ist aber es schön ich glaube es geht langsam runter ich hoffe so was kommt irgendwann mal mit herr der ringe ja könnte vielleicht interessant sein ja es hat oder was ich weißt du was ich gerne wenn ich geld hätte für ein spiel entwickeln würde was denn wenn ich es könnte und zwar ein adventure in resident evil und zwar die vorgeschichte von resident evil 1 dass man da einen von den wissenschaftlern spielt oder ein wachpersonal wo immer mehr und mehr quasi die sache kippt bevor auch das virus dann ausbricht das würde ich so gerne spielen das wäre ja vor allem mit deinen entscheidungen dass man dann trifft weil man hat ja zum beispiel den einen wachmann wenn du dich erinnerst das von dem juckt lecker 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 ja genau dass man dann das quasi selber irgendwie dazu kommt wie das mit diesen hunden war und dass man dementsprechend um auch andere zeiten linien freizuschalten die zum spiel nicht füttert oder sowas als beispiel jetzt oder diesen weg dahin ja es wird definitiv interessant ja und man würde rein theoretisch william berg ihn auch mal kurz treffen auch den albert wester mal je nachdem kurz treffen das denke ich wäre schon interessant definitiv definitiv interessant statt ich kann die stream-avortare wieder das ist noch mal kurz legge stream so vielleicht bisschen wie so ein telltale spiel allerdings nicht gut ist gut ist mag ich nämlich in der regel nicht wenn ich mag die telltale games nicht warum wegen dem qts oder aus welchen gründen auch ja hat mich einfach nicht gecatcht bei mir kommt es auf das spiel drauf an also auf das zum beispiel die von walking dead die fand ich den ersten fand ich sehr gut den zweiten fand ich wegen der szene mit dem hund überhaupt nicht gut weil ich hasse ist wenn spiel der entscheidung vorgabelt nur ist dann doch keine wahl wenn es am ende doch auf dasselbe raus läuft ja also dass sie das das war ein großer kritikpunkt den ich hatte von telltale hat mir aber batman zum beispiel sehr viel spaß gemacht na gut du bist ihr so ein batman fern die beiden ja ich bin absoluter batman fan batman die turtles tanz der teufel predator alien das sind so meine haupt franchise und dann hört irgendwann noch terminator ja klar das ist es dann zumal ich auch sagen muss bei terminator bin ich bestimmt einer der einzigen oder wenigen der den ersten teil besser findet als den zweiten aber auch aus dem grund weil ein anderes genre ist er ist für mich mehr horror okay ich mag den zweiten auch total gerne aber an und schwarznäcker als böse ich finde ihn ich mag den t1000 aber ich finde ihn so wesentlich bedrohlicher ich finde es eigentlich eher krass dass ich die avatar eigentlich an habe und sie tauchen nicht auf das sollte die mal fixen dass erschossene gorillas nicht klingen wie erschossene hunde series 1 ja jetzt sind die avatar da das habe ich nicht verstanden sagt noch mal dazu sollten die mal fixen dass erschossene gorillas nicht klingen wie erschossene hunde series 1 aber ich glaube das war es nicht so ja das waren die affen weil die haben versucht die anders darzustellen die eliminatoren das aber nee warte mal doch die hunde hören sich doch teilweise so an doch die sabri das stimmt schon da hat er nicht unrecht die hören sich teilweise an wie affen wenn die kommen aber tatsache ist dass das ist einfach nur ein extrem hoher laut ist ich habe ja auch ein schäferhund und er macht manchmal auch so geräusche aber tiefer ich glaube die haben sie einfach nur höher geschaltet weil sie der diebel ich weiß nicht ob er das jetzt gehört hat ja ich habe gehört die können bestimmt auch ich muss die aber tatsächlich ein geräusch was wirklich möglich ist okay ein fun fact die hunter machen eigentlich alle vogelgeräusche da haben es gemacht wie bei thoracic park die haben tatsächlich geräusche von anderen tieren genommen und die einfach nur anders skaliert okay wenn du mal t-rex hinderst du erkennst du zum beispiel den elefanten wenn er am rollen ist zwischendrin ja stimmt und nikon hat geantwortet klappt da auch schon schon ja und das selbst in der steam version schon führen ja weil das eigentlich nur noch im master ist es ist ja nur noch ein master also die sagen wenn sie nicht geändert haben waren sogar auch noch im remake also vorpass auf dem gamecube kam dieselben geräusche die haben die geräusche eigentlich nur ein bisschen verfeinert aber die machen ihre selben geräusche weil sie signaturgeräusche genauso die zombies die stöhnen alle gleich stimmt okay das hat sich jetzt ein bisschen komisch angehört aber ich glaube jetzt geht's runter ja geh runter das dauert nur immer so lang naja gut ist halt manchmal jetzt immer wieder also leute tut mir leid zu ihm aber das jetzt erst mal aus gibt keine mini spiele zwischendrin mehr nur noch unser blödes gelaber findet euch damit ab oder findet euch damit ab genau hört uns zu weil ich auf welches spiel freust du dich denn jetzt überhaupt demnächst also was wirst du spielen wenn du Hogwarts legacy fertig hast ähm dead space wieder wieder dead space hast du es mittlerweile auch mit dem alternativen ende schon gesehen oder das ist einmal seitdem ich hab's nur einmal durch hab's nicht mehr gespielt darf ich dir was kleines sagen ohne zu spoilern also nur meinung mir hat das alternative ende besser gefallen als das vom ursprünglichen ersten teil und als das vom remake ersten teil viel besser war absolut genial ähm ich muss aber nichts machen um das zu triggern das kommt beim zweiten durchspiel von hause aus oder du musst eindeutig was machen doch ach was oder wird mir das andere zeigen soll ich es dir verraten oder willst du es selber ausfinden ich will es eigentlich selber ausfinden weil du mich ja gerade gefragt hast also du musst definitiv was machen aber es wird irgendwas passieren wo ich weiß ah ok das führt mich definitiv zu dem anderen ende ähm nein gut du musst du kennst doch ähm bestimmt dieses lila blinken wenn da irgendein besonderer gegenstand ist ja nein das wird dir im laufe des spiels bis zu zwölf mal wirst du es sehen manchmal musst du telekinese einsetzen manchmal musst du irgendwas kaputt hauen um da ranzukommen ich muss dieses ich muss also was einsammeln ein paar mal und dann habe ich das ende 12 items sammeln ok dann musst du allerdings dir auch einen gewissen speziellen ort platzieren ok und wenn du das dann gemacht hast und dann den kollektiv verstand besiegt also den half meint dann hast kommt am ende das zweite ende aber nur dann ok und das kannst du auch verpassen wenn du nicht wenn du nicht aufpasst wird mir wahrscheinlich passieren so muss der noch mal per disco schreiben der felder er macht das nie können und schuhe sagt ich sag was los ich kann es dir ja kurz sagen was zu sammeln muss damit überhaupt weiß worum es geht ja was muss ich sammeln mini marka ok 12 an der zahl soll ich dir auch sagen wo du die dann platzieren muss weil das kann man auch übersehen wenn man es nicht weiß was noch mal ich sag sei die musst du auch an einem besonderen ort platzieren ich kann dir auch sagen welcher ort das ist wenn du möchtest ne das werde ich dann rausfinden du musst im discord noch den mit journey board einbauen keine ahnung woher und ob der was kostet aber let's do it wird jetzt gar nicht getriggert weil ich glaube habe ich das hier noch gar nicht drin im overlay hier in diesem im just chatting habe ich das hier nicht drin doch muss da nicht drin sein wieso wird es nicht getriggert nein let's do it wird nicht getriggert warum soll ich den bot einbauen was macht er hat ich dich jetzt unterbrochen ja du willst du hören aber ich wollte ja noch sagen auf was ich mich jetzt demnächst freue ja was denn das spiel also wie gesagt je nachdem was zuerst kommt entweder resident evil 4 oder halt dieses neue star wars bei resident evil 4 freue ich mich weil die qts raus sind weil ich gehört tatsächlich zu jemanden der das spiel nur einmal schafft hat durchzuspielen weil ich den kampf gegen krauser einfach nur von 50 mal einmal geschafft habe oder noch mehr also ich habe da acht oder neun stunden dran gehangen bis ich diesen zwischen sequenz hatte okay das krass ich werde es wäre gar nicht kaufen warum ich dachte du magst den lion oder magst du den vierer nicht ich mag den ganzen vierer nicht ich auch fast nicht aber ich muss halt sagen ich würde dem spiel eine chance geben weil viel verändert wird und weil ich hoffe dass viel mehr weise haben sie damals angedeutet beim remake 3 dass da viel mehr drin steckt im vierer also auch mit nemesis hat die verknüpfung gleich ich habe ja da haben sie immer wieder verknüpft da findest du auch also ich habe ja auch alles gefunden da gibt es auch sogar schon da verknüpfung zu den ganadors ich weiß dass sie sich nämlich den emmelsis parasiten genommen haben zum weiterentwickeln da haben sie es halt jetzt so da hast du halt es war glaube ich das letzte oder vorletzte was man gefunden hat von den dateien also von den dokumenten und da stand das so drin da stand auch schon mit den ganadors drin ich glaube das dokument habe ich nicht eingesammelt und das spiel war eh scheiße lagers ja ich fand es sehr gut wieder aber gut ist halt immer alles geschmackssache für mich ist das spiel halt einfach wie so ein action film zum durchspielen aber als ur resi 3 kommt es nicht dran das auf jeden fall einen dreck draus gemacht naja gut obwohl ich sagen muss die haben dem ist es mehr persönlichkeit verliehen also nicht vom aussehen her sondern von seiner art her und spürt mehr seine wut und außerdem mag ich den insider gag mit doomsday mark ist sehr gerne also ich habe nicht seine wut gespürt ich habe nur gemerkt er ist nervig und sieht scheiße aus und verwandelt sich in was ganz was doof ist also sehr gut gefallen hat mich weil es aber gut ist es halt wieder geschmacks das war für mich voll das no go für mich war halt alleine schon wie er sich wie er sich halt bewegt hat dadurch klar der ist die unaufhaltsame killermaschine hier haben sie ihn allerdings schwächer gemacht verwundbar also ich hat teilweise ich wollte ihn eigentlich eher umarmen statt vor ihm wegzurennen gut das hört sich bescheuert an aber es ist so er ist nicht mal halb so bedrohlich wie mr x im remake vom 2 aber noch mal das habe ich nicht verstanden ist nicht mal halb so bedrohlich wie mr x im remake vom 2 aber weil der nemesis war komplett gescriptet das war total ja gut das fand ich auch ein bisschen blöd ich fand halt auch gut also im ures initiative 2 war der mr x ja auch gescriptet der kam ja auch nur ein bisschen nach reform richtig aber trotzdem aber ich weiß was du meinst also der nemesis bin ich mit dir einig ist im originalteil definitiv bedrohlicher und gefällt mir vom kopf besser aber mir gefällt hat seine zweite form im remake 3 besser mir gefällt auch seine finale form besser war die finale form die fand ich höchst der lich und das ist einfach nur ein riesen plopp mit alien kopf gewesen tut mir leid ja das andere war nur ein riesen plopp mit dem kurs aber nicht den fisch naja eigentlich eher nach möbel finde ich viel ekelhafter als ein riesen plopp mit alien kopf ich fand den nemesis sind keiner weise widerlich der hat nemesis hat er das ding mich erinnert also ja nikon du hast recht was schreibt also was ich so vom remake von der easy 2 und 3 so sah naja im vergleich mit drei original schmutz zu viel verändert aber wie er meint geschmackssache da hat er recht das ist geschmackssache aber schmutz ist jetzt für mich wieder ja gut wie gesagt das geschmackssache für mich ist halt einfach ich sag mal so wenn ich mal einen kleinen action hunger habe für mich sind remake 2 und 3 action also horror action für mich so ein kompromiss ich war schon nicht so mit den änderungen im 2 remake einverstanden er hat auch so viel gefehlt das stimmt und da das ist ein gutes remake hat alles drin was das original hat und ergänzt es sinnvoll schaut euch das ist halt die frage also für mich ist eigentlich remake 2 und remake 3 sind für mich eigentlich eher reboots persönlich weil wie gesagt dass remake wer für mich so wie das vom 1 aber für mich ist bei sind evil 1 remake das perfekte remake und dann kommt für mich direkt das dead space von gefühl her also dass in evil 1 remake und dead space remake sind bei mir auf einer stufe ja ich muss sagen für mich steht da beim dead space remake noch mal so ein besonderes leckerchen wie zum beispiel lisa treiber das ist die hat sich bei mir direkt in top 3 der absoluten lieblings bobs reingeschossen weiß was du meinst aber dieses leckerchen gibt es in dieser form eigentlich in dem du figuren siehst die ist im original nur als textbetiz gehabt hat es zum bleistift ja gut aber halt nicht so intensiv ich sag auch die menschen als der teufel dann halt mehrere andere räume diese ganze story mehr gut jetzt natürlich muss man dazu sagen beim dead space remake ohne zu spoilern wir haben figuren mehr ausgebaut und vor allem auch die beziehung zwischen isaac und zwischen der nicole die für dich viel viel schöner dass da war es greifbarer vor allem und für mich das beste und wichtigste ko kriterium warum meiner meinung nach dead space remake besser als das original dead space ist das isaac spricht ja und dass er viel mehr mit drin ist das macht die geschichte gleich viel runder und auch glaubwürdiger vor allem was er dann so sagt vor allem er ist ja rein theoretisch voll der abgebrühte typ der hat der ist der mcgyver im weltraum ist ja irgendwie er macht er kann ja alles ich habe zwischendrin schon gedacht ist bestimmt nachfahre von batman der batman ist ja auch so von seiner art ich habe gedacht am anfang wo er das mit dem mit seinem explosiv geht er hinspringen achten lockt der bestimmte das einzige und des origins was ich nicht gespielt habe was das original nicht gespielt ich habe die ersten halbe stunde gespielt dann habe ich ausgemacht weil man denkt was für ein scheiß oder du das du nein das muss ich dir sagen das kann ich selber hauen hau dich selbst ich bin erst mit arkham city eingestiegen okay arkham city ist aber auch tatsächlich der beste teil der trilogie finde ich ja finde ich auch was ich schade finde bei arkham knight es wird sich zu sehr aus bett mobil versteift weil ich finde man hätte so einen geilen kampf noch mit der stroke machen können was ist panzer kampf der kommt raus ich dachte jetzt geht es richtig los ich bin k.o. ich bin der flog doch toll ja aber ein bisschen ich mochte das bett mobil auch nicht wenn ich ehrlich bin erst mal nicht so gut nein das war nicht organisch das hat sich nicht so gut aber für gut so zum fahren mal und ich habe mir gedacht mensch das lässt sich aber scheiße steuert ich bin immer wieder in wände reingekracht und sowas naja gut passiert na aber durchs bett mobil hat sich nicht rund angefühlt hat sich der arkham city wesentlich runde angefühlt es gab mehr überraschungen ich habe mich vor allem über mein liebling hasch gefreut dass er so schön aufgebaut wurde der wurde im arkham night leider so beiläufig abgehakt okay schade ich mach mal kurz die cam iris zu weil ich mach da was okay aber ja arkham city ist echt ein gutes spiel gewesen uns arkham asylum ist halt alles viel persönlicher fand ich schon vor allem der 1 joker das hat sich viel zu gezogen noch mal was hast du gesagt dann alles hat sich viel zu ihm gezogen wie hingezogen ist der war dir zu langartig oder was meinst du spiel ja den fand ich grad genial licht ist aus ich hab schon wieder guter bad bin haut bestimmt ist in die fresse und was was denken alles gut ich hab gar nicht aber und das gleich am anfang des spiels das geht gar nicht das war doch nicht viel das war eine menge für mich war das zu viel mein freut du spielst nicht viele japaner pg ist da geht teilweise der anfang wenn sie labern zwei stunden ja das ist auch das was ich nie verstehe haben sie sich damals gründer final fantasy 10 hat so und soviel minuten video material fuck alter das ist ja ein film kein spiel ja gut ich muss sagen ich bin fall ich bin kein zu großer final fantasy ich mag am liebsten den sechsten teil den siebten finde ich auch sehr gut aber es ist wie du sagst es ist manchmal dann zu viel ich habe nur den zimmer gespielt und das nicht mal durch also wie kann man sich nur rüber ein videospieler zu soviel video material bin ich am zocken oder bin ich am gucken ich verstehe auch nicht den ganzen halt mit shinjimikami wenn ich ehrlich bin mit metalgear und jetzt sprichst du aber was durcheinander shinjimikami nein nein shinjimika nee wie heißt er der mit metalgear wie heißen der ist es nicht shinjimikami shinjimikami ja du hast den evil gemacht okay dann entschuldige ich mich wer war das der metalgear gemacht hat er ist so in karl auf den namen nicht ich habe auf der zunge liegen ich komme nicht drauf koschima das ist ja auch sowas ewig 1000 1000 video sequenzen dann das das training wo ich sage okay aber aber das erste mädchen hat jetzt auf der playstation 1 damals das ist wirklich gut das spiel ich habe das als twin snakes auf dem gamecube also ich finde dass das fand ich auch ganz gut vor allem je nachdem wie du dich angestrengt hast haben sie sich total lustig gemacht über einen oder haben gesagt manches sehr gefährlich das fand ich halt total gut aber ich muss ja mit den anderen konnte ich schon wieder gar nichts mehr anfangen ich habe ich halt weil das mir auch zu lange waren die sind ja auch geschichtlich sehr durcheinander gewürfelt weil es dreier spielt glaube ich sogar in die 50er 60er jahre oder so ja der dreier du spielst dann quasi naked snake das ist quasi der vater in anführungsstrichen solid snake auch könnte ja im ersten teil spielst und die nes teile sind auch noch mal vorgeschichte von dem playstation 1 ersten teil als es ist obstrus also genau aber das ist halt auch was das hat aber die bei mir gezündet weil ich auch nicht gerne schleiche aber gut ist da hat es ja also sein der erste teil hat er mir gezündet die anderen dann nicht mehr ich weiß nicht das hatte mich damals einfach voll gecatcht das spiel mit diesem stealth und dann kämpft es ist eins aber wirklich cool auch story mäßig war das richtig gut gemacht ich fand halt cool dass ich töten oder betäuben kann das fand es war für mich damals bahnbrechen das war ja quasi das winter cell prototip auch richtig wobei es drin dass dann habe ich auch irgendeinen timer gespielt ich glaube es ist der vierte gewesen wo er dann auch nicht mehr sein ganzes equipment da hat vor irgendwie doch drauf war als wäre im gefängnis das ist der sonst hat mich der vierte ja nie interessiert double agent ja ich habe pandora tomorrow gespielt das war es zweier das war ziemlich gut und danach habe ich teil 1 gespielt und dann kann es mal ja ich habe nur diese vierer gespielt ich fand manche figuren sehr sympathisch aber ich habe es auch glaube ich nie durchgeschrieben weil ich irgendwann keine lust mehr hatte ich kann es hier habe ich angefangen das spiel ist alpha protokoll das ist ein sales spionage rpg wurde auch entscheidung treffen muss ok ja ich mag es da war eigentlich nicht drin zum beispiel du kannst du auch lieb schafft du kannst wie james bond kannst du verschiedene haben mit verschiedenen frauen natürlich auch total einfallslos die deutsche 40 jährige die einfach nur sie heißt oder ski und dieser die red auch von sich in der dritten person sie findet dich attraktiv ist dann hat das typische böse bond girl und am ende kannst du entweder mit ihr frieden schließen oder so verarschen dass es selbst in die luft gesprengt wird mit ihrem eigenen sprengsatz hey geil dann hast du was wo du die wahl hast also es ist so quasi verschiedene blöcke du kannst auch mit deiner kollegin eine beziehung eingehen du kannst dich auf waffen spezialisieren du kannst wirklich eher voll in den nahkampf gehen mit schrotflinte und so weiter oder wirklich was ich gerne gemacht habe mit pistole weil die konntest du tatsächlich dass eine mag nur mit schalldämpfer quasi gehabt von der stärke her ja mit einer pistole mit zwei konnte seine figur auf gewisse art und weise anpassen und hast dann quasi auch mit deiner eigenen partnerin dann zum beispiel auch wenn du wolltest eine affäre dann gehabt also konnte es quasi mit jeder frau im spiel schlafen die du gefunden hast du ferkel du konntest ja natürlich habe ich das gemacht ich war jetzt james bond für arme ich habe halt einen blonden gemacht habe ihn halt auch johnny blond genannt irgendwie sowas habe ich schon gedacht ist schon lange her reagieren mit gadgets dann hattest du aber auch harte missionen wo du wählen musstest entweder rettest du die frau die du liebst im museum ja aber die habe ich dann tatsächlich geliebt und die wir entweder mit nervengas getötet oder du rettest alle anderen leute die wird die im museum eingeschlossen sind mit nerven es muss echt wählen die frau die du im spiel liebst oder die ganzen und schuldigen leute da war auch eine schulklasse mit dabei das war ich glaube ich weil wenn du jetzt zum beispiel diese die ganzen leute rettet mit schulklasse die eltern von der die rufen dich an die geben dir übelst böse paroli du hast du so oder so hast du ein schlechtes gewesen erga sogar ganz am ende gab es verschiedene enden du konntest quasi sogar ein richtig böses ende haben wenn du nämlich alles was du rausgefunden hast auch die ganzen akten von denen mitnimmst und dann quasi zu den bösen gehst zur ski zum beispiel konntest du dann gehen die organisation zu einer anderen okay du konntest aber auch so am ende machen das habe ich gemacht alle mit denen ich geschlafen habe die haben wir dann am ende geholfen und schieße auf ihrer seite du bist auf ihrer seite deswegen ist sie bei dir okay sie ist auch bescheuert irgendwie nikon schreibt ich hatte gerade flashbacks zu good of war psp da games ja auch solche mini games was ich wollte ich was machen sachen den wollte ich ja aber das sind halt so spiele so perlen von dem es leider die im wieso nachfolger gab und ich habe mir damals tatsächlich alpha protokoll das ist bestimmt auch mal 15 jahre her oder noch mehr als es das war so ein ding das hat sich kein interessiert ich habe das für fünf euro mehr gekauft und das war genial ja okay ich finde es nicht viel im media im media bar klack das darum das war sogar noch xbox 360 sorry cool also so richtige perlen die man dann mal entdeckt ich habe damals für fünf euro shadowman für playstation 1 auf einer krabbelkiste gekauft hat damals geiles kind auch shadowman 1 war geil vor allem der als synchron sprecher von der schlange aber blöd was es war die deutsche version ja ja da wird ja im deutschen von der alt vom als gesprochen ja aber ich meine die version ist ja geschnitten ach so ja gar nicht mehr ich hatte das n64 aber ich kam mit der steuerung nicht klar ich hab jetzt auch das hier ist das waren immer noch sachen die habe ich mir mal ausgeliehen in der videothek dann shadowman hätte ich jetzt dafür die series x ja siehst du das müsste ich das gab es ja auch mal zum runterladen ja da habe ich dann irgendwie ich habe noch hoffnung dass in teil zwei noch remastern und den auf die xbox bringen weil den gab es damals noch auf playstation 2 glaubt der war doch voll schlecht oder ne den gab es noch playstation 2 ne aber irgendwas war da doch der war irgendwie schlecht irgendwas fieses doch aber ich habe auch von comics habe ich tatsächlich noch ein geiles crossover du weißt ja das hier von acclaim damals gewesen da ist ja von der kleine bescheidung man to rock auch von erklärung die spiel bei dem selben comic universum ich habe tatsächlich ein comic crossover mit turak und mit shadowman wiese gegen untote dinosaurier menschen soldaten kämpfen muss man sich mal vorstellen ja genau so krass ich habe nicht mal gewusst dass es gut auf der psp gab doch das gab es das hatte ich da hast du dann auch mit da musst du da die tasten da drücken und da hast du damit den frauen da geschlafen und die dann befriedigt werden sagte da gab es auch solche fsk 18 mini games naja da kann sie spiel bei fsk 18 wenn ich mich recht erinnert ich muss sagen ich hatte damals bei meiner was playstation 3 des gott of war ascension da habe ich total im multiplayer gerockt fragt mich nicht wieso ich war da saugut drin ok ich habe das 1er gespielt ich hatte mir damals die trilogie geholt für die playstation 3 muss aber sagen der 1er denn habe ich doch durch geschafft der war der war richtig gut er hat spaß gemacht den zwei jahr habe ich bis heute nicht durch geschafft mit wenn man nämlich mit dem pferd fliegen muss ich habe die steuerung nicht hingekriegt du weißt ja durch mein handicap habe ich einfach nicht hingekriegt deswegen habe ich nie durch gespielt den dreier der hat mir am meisten spaß gemacht ich glaube ich habe einfach irgendwann den faden verloren deswegen habe ich dann mal wieder halt total brutal total aber das problem war halt dann für mich irgendwann ich konnte zu dem gratos kann zug aufbauen ist einfach narschloch er hat das meine ich ich kommt mit dem gut der hat seinen grund gehabt und dann hat am ende gegen zeus die augen ausdrücken und so ich habe immer zu schauen siehst du ist doch immer gut mann der hat dann voll die wut in sich na ja und da bringt er seinen halbbruder den herkules um wo ich dann auch erst dachte okay das ist jetzt auch auf einmal ein halbgott ich habe irgendwann den faden herrkules ist immer ein halbgott ja aber ich dachte der wäre ein halbgott dadurch geworden weil er vom gottes krieges auserwählt wurde aber nicht dass er der sohn vom zeus war herkules doch herkules ist der sohn von zeus nein herkules meine ich nicht mal den kratos ach so weiter herkules sind ja auch immer als bruder betituliert okay das meine ich das hat mich das hatte ich irgendwie komisch das war mir so spekt das hat nicht gepasst so und dann habe ich ja irgendwann dann den gott of war 4 bei der playstation 4 noch gehabt ich muss sagen ich fand den teilen überhaupt nicht gut weil gerade die krassen boss kämpfe die immer so cool waren waren hier überhaupt nicht da weswegen ich auch gesagt habe für mich ja ich brauche eigentlich kein nachfolger den atrio fand ich ganz okay also der junge der mit einem damit läuft ja der bub gratos aber selber immer noch unsympathisch wie ein stück pferdejauche ist einfach so und aber vom gameplay her hat es eigentlich spaß gemacht aber ich kann mir immer noch vor bei dem neuen teil als würde ich eigentlich eine brutale version von zelda spielen aber halt nicht dass es nicht so gut ist da gab es dann noch als easter egg den handschuh vom thanos mit den ganzen edelsteinen aber hat mich einfach nicht gecatcht er glaube ich dir wie du es jetzt gesagt hast das problem ist aber auch mit nordischen göttern ich bin da so übersättigt über die jahre wikings dann das mit wallhalla und was weiß ich nicht noch alles ist es ins krieg es ist einfach zu viel wikinger in meinem leben ich verstehe wikinger war eine sali so mein ding genauso wie red dead cowboys ist auch nicht so mein ding ja ich hätte mir fast den zweier mal geholt dafür 20 euro aber ich muss sagen ich habe das den red dead redemption war für 360 gespielt fand das hauptspiel ganz nett wie gesagt ganz nett aber es war jetzt jetzt so der ober burner aber dann den zombie dc den fand ich genial also ich habe ich ungefähr zwanzig mal durch gespielt oder so alleine nur wegen dem lied am ende wenn man reitet okay ich habe sagen normales spiel durchgespielt ich habe mir das damals auch nur gekauft weil das einer multiplayer mit mir spielen wollte einmal haben wir es gespielt und dann nie wieder ich habe dann durch gespielt den zombie dc hatte ich angefangen aber dann die lust verloren ich hatte ich halt total lustig vor allem wenn das hauptspiel gespielt hast du wie sie dann hat die figuren dann durch den kakao gezogen haben eingesetzt das hat schon spaß gemacht aber das beste multiplayer zum beispiel ist für mich bis jetzt date of the k2 ja ich hoffe dass der dreier einen richtigen kub kriegt und nicht wieder so eine halbgare scheiße ja das hoffe ich auch weil das wäre dann für mich jetzt was wo man sagt hey okay zu dritt oder zu viert das wäre wieder lange seine eigene das könnte wieder so ein geiles langzeit wo die projekte streamen oder so werden weißt du ja dass dann jeder so seine eigene siedlung auch hat was ich auch enttäuschend waren sie haben erst gebrauchen im 2 dass man seine eigene figur bauen kann haben sie dann doch nicht gemacht das höre ich jetzt erst mal was sagt nikon muss mir immer noch eine 360 cam holen weil soll ja 3d scannen können mit software ach du meinst die kinect die kann alles möglich die kannst du sogar zum geister suchen hernehmen kein scheiß so leute die paranormale sachen untersuchen die haben auch mal eine klinik dabei wärmebild hat glaube ich nee die die nutzen das wo quasi die kinect den körper kennt wo du quasi nur diese striche dann siehst das benutzen wir haben oder war das nicht wärme das war nicht wärme wir haben es dieses blaue bild wo du wärme dann farbe auftaucht das einfach nur schwarz und dann es gibt ja infrarot auch und sowas das meine ich alles ist halt nur die gestalten also als strichförmchen und wenn halt quasi ein geist da ist erscheint quasi eine zweite figur neben dir die ja nicht da sein dürfte weil du ja alleine davor stehst richtig deswegen finde ich das ziemlich krass das thema ist sowas sieht man wenn ich weil ich gucke ja immer wieder gast wie das habe ja auch mit dem gecko schon so ein stream gemacht wenn dann leute die kinect dann auch benutzen und dann wirklich hinter einem dann eine person auftaucht und du siehst auf der kamera alter der steht da alleine obwohl ich weiß ob es manipuliert ist weil ich glaube irgendwie so astral wesen gibt schon aber ich glaube wir können die mit unserem spektrum aber auch mit der wissenschaft den spektrum einfach nicht wahrnehmen das glaube ich nicht ja doch ich kann mir das schon vorstellen ich glaube wir können es einfach nicht ich glaube das ist eher sowas wenn dann entscheiden sich selber dazu also manchmal hast du doch das gefühl das habe ich zum beispiel wenn meine hunde als man einer hund gestorben so was so früher ich habe immer noch das gedacht der läuft mit ich habe über das gedacht ich rieche dds bei mir und ich glaube nicht dass es nur ein bildung war sondern dass das von ihm einfach dann kam und du hast aber gerade noch gesagt du glaubst ich dann dass das möglich ist aber doch ich glaube nein ich habe gerade du hast mir nicht zugehört ich glaube nicht dass es wenn die es nicht wollen dass man sie dann einfach war also nur das ist wirklich mehr ja ich glaube nicht dass man das mit wissenschaft und so wahrnehmen kann richtig was wir haben ich glaube du kannst sie mit gewissen geräten wie sie diese paranormale leute kannst du sie ansatzweise erspüren sage ich mal aber wirklich richtig feststellen nur wenn sie es wahrscheinlich wollen ja das ist die nötige power dafür haben weil die brauchen ja die power auch dafür also ich bin da halt der meinung tatsächlich dass man sie wirklich nur wahrnehmen kann wenn sie es auch wirklich wollen und sonst wenn ein geist du hast wenn ein geist keine power hat kann auch dein gerät nicht antippen damit das ein neues macht wasser es gibt ja auch sachen wo ein geist also in diesen videos die energie von so einem geisterjäger abzieht und siehst du richtig wie es dem schlecht wird und so oder die batterien gehen viel schneller leer weil der geist sich die energie saugt damit er halt irgendeinen scheiß bewegen kann oder so was ich meine ich weiß was du meinst aber ich glaube wenn die geister was bewegen wollen können sie das nicht glaube nicht alle die müssen stark genug sein ich weiß es nicht also ich das glaube ich nicht weil sonst wer die welt voller geister die er schabernackt treiben würden wenn die wirklich alle diese kraft hätten und die geister die wirklich hier bleiben würden da würden wir viel mehr solche phänomene haben ich glaube einfach den fällt die power dafür ich glaube nicht stehen für die power ich glaube die wollen einfach nicht ich glaube das ist eine bewusste entscheidung oder halt auch möglich eher so was ich finde das gleich ist für mich immer noch so sehe ich es als zwischenstand also zwischenstand wenn zum beispiel einfach nur zum tschüss sagen einfach gucken okay ich hinterlasse den jetzt was ich erlass den eine schöne brise meinen menschen den ich liebe einfach nur so dass es den vielleicht besser geht ich habe das bei super das war zum beispiel und da ist mal gewesen bei meiner uroma als sie damals gestorben ist die hatte ich die hatte immer diesen einen wunderschönen klarschmann den habe ich als kind geliebt als sie gestorben ist es der zersprung der ist kaputt gegangen einen tag danach nachdem sie nicht mehr auf der welt war das ist krass aber wie gesagt ich finde das aber super natürlich gut gelöst selbst wenn du jetzt kein böser mensch bist du bist aber als geist in der menschlichen welt gefangen nach laufe der zeit wirst du halt einfach böse weil du oder der oder wie der bobby weil das ist ja glaube ich diese manipulation wenn du dich erinnerst als er damals gestorben ist und dann seine flasche verankert war es an seinem flachmann die frustration dass sie nichts machen kannst deswegen wirst du irgendwann böse ja aber auch dadurch dass er das gemacht hat dass er böse weil er hat ja quasi manipuliert er hat ja die welt beeinflusst aber gut ich ich glaube auch ehrlich gesagt nicht dass es böse geister gibt so viel ich glaube es gibt böse menschen und ich glaube es gibt energien in uns für mich ist das dann gott der sagt hier okay hier ich schickte jetzt wenn du vor einer entscheidung stehst die gut oder böse für irgendjemand ist dass du eher die guten sachen machst und dann gibt es aber glaube ich auch immer was was in uns drin ist was sagt mach er das böse was für dich mehr von vorteil ist und für die anderen schlechter das ist das was ich glaube ich glaube okay in seiner gedanken und woran ich auch glaube es kam also das glaube ich ab sie kamer gibt es ja definitiv ja ich glaube nämlich wirklich das was du aussiehst erntest du wenn du immer nett zu anderen bist beziehungsweise anderes so behandelst wie sie behandelt werden möchten aber ich glaube kammer kann auch wirkend wirken das heißt wenn du deinem vorigen leben irgendeine scheiße gestellt hast kriegst du das in deinem neuen leben auch noch ab wenn das du vorher nicht abgekriegt hast was ich mein okay das heißt deswegen habe ich immer so viel pech ich kann auch das thema wiedergeburt vorstellen und zwar die seele wird so oft wieder geboren bis die seele wirklich verinnerlicht hat was das leben bedeutet wie man zu leben hat und so weiter und dann erst kann die seele aufsteigen in die nächste dimension die vierte ja ich finde das ist schwierig also einerseits denke ich da ist irgendwas dass ich meine das mit dem aufsteigen wie sie das bei star geht zum beispiel macht wenn du es komplett gecheckt hast wie das leben zu laufen hat bis zur vierte dimension und bist ein allmächtiges wesen ja gut da gibt es hier nur allmächtige also ich glaube einfach nur das ist alles nur so ein übergang und ich glaube ich glaube auch alles was es gibt kein ende wenn das eine endet fängt was neues an das glaube ich schon aber was das ist kann ich mir einfach nicht vorstellen also ich kann mir jetzt zum beispiel nicht vorstellen gutes wäre jetzt meine fantasie aber jetzt zum beispiel zu sagen da gibt es einer auf einer wolke und guckt fernseh guckt jetzt was ich mache ja das ist glaube ich eher jetzt sowas wo ich sagen würde das würde für mich funktionieren das könnte ich mir so vorstellen was man möchte könnte sein zum beispiel wie es bei auch bei super natural gemacht haben aber nicht dass die getrennt sind sondern wie es halt am ende gemacht haben dass die alle zusammen sind hier sind ein teil wie ein eigenes grundstück am himmel aber können sich halt sehen ja das finde ich auch gut ja genau weil die erste version des himmels war ja eigentlich scheiße du hast einfach nur die besten erinnerungen die du erlebt hast immer wieder erlebt ist ja eigentlich mist richtig was das für die zweite version genau ich glaube schon wenn wenn du möchtest kannst du gewisse sachen dann auch wieder erleben wenn du sagst hier das war wunderschön wie ich damals meinen bei dir zum beispiel ich damals meinen mann kennengelernt habe wenn du sagst du wirst es gerne noch mal richtig erleben und auch die gefühle damals also das geht glaube ich auch also stelle ich mir vor eine andere sache die für mich total logisch und unumstößlich ist ist dass es außerirdisch gibt das glaube ich ich glaube aber nicht banane zu glauben in dem universum werden wir allein so riesig und so alt wie das ding ist richtig das wäre arroganz deswegen glaube ich das auch ich glaube halt nur dass das vielleicht so ist die sind vielleicht so weit entwickelt wie vier bisschen weiter oder viel weiter aber ich glaube nicht begegnen wird dafür müsste man halt in der entwicklung großen quantensprung machen weil allein schon mit lichtgeschwindigkeit zu reisen man altert ja auch und dann ich glaube das sind alle sehr viel andere wesen sein das universum ist 14 milliarden jahre alt die sind alle tot glaube ich wir sind einfach spät zünder das könnte gut sein es könnte aber auch sein dass es irgendwo diese angst habe ich dass die alle tot sind das würde mich sehr enttäuschen würde ich finde ich glaube das nicht also ich glaube es gibt einfach nur verschiedene planeten in verschiedenen sonnsystem mit entschiedenen ich meine die außerirdischen waren früher schon da aber wo sind sie jetzt es kann vielleicht aber auch sein dass das unsere vorfahren waren die haben sich entwickelt oder verändert oder die sind hier geblieben vielleicht sind wir auch in wahrheit alle stammen wir von außerirdischen ab das kann genauso gut sein steckst du halt nicht drin wir werden allein schon außerirdische wenn der einzeln auf einem asturin auf diesen planeten aufgeteilt wäre wenn wir auch schon außerirdische ja richtig genau du weißt worauf ich raus will ja hast du den film und voll gesehen empfehle ich dir wenn du auf geiles popcorn kino stehst schau dir den an wie heißt der moon voll wo der mond auf die erde fällt okay interessant ich finde auch den gedankengang den die in dem film aufgreifen sehr interessant gemacht weil der mond ist nicht das wie gesagt ich sein ich denke hat einfach es wäre vermessen zu sagen wir sind allein dass wir menschen die einzigen lebewesen im universum sind gut ist ja eh quatsch es gibt offen maß bakterien da kann im jahr millionen ja auch was wert der mars war früher erden ich sage ich leben und sie haben ja auch dem letztes erst wieder einen planet gefunden in einem anderen sonnensystem der ähnliche bedingungen wie die erde hat der erd ähnliche oder erd ähnliche natürlich ist das auch nur insoweit wie man es wissenschaftlich sind es immer einen unterschied zwischen wissenschaft und dem was man sich vorstellt zu glauben also wenn man so eine wissenschaft ausgehen müsst ihr alles auf kohlenstoff basieren das außerirdische leben ähnlich ist wie unser menschliches leben ist das eben was ich auch immer sage warum müssen die denn genauso aufgebaut sein wie wir die können ganz anders entstanden sein das leben muss ja nicht nur unsere baustein haben das leben kann ja was völlig wild durchdrehen und kreaturen erschaffen sie in einer hitze leben von 800 grad oder so richtig oder dass es lebewesen gibt die die aus dem wasser rausgekommen sind ja könnte genauso sein oder eher lebewesen die tatsächlich das periodensystem umgekehrt leben was haben sie doch damals bei dem film evolution ja auch so wenn du dich erinnerst ja das war ganz komisch daher da war einfach nur das periodensystem umgekehrt umgedreht die haben zum beispiel durch stickstoff konnten die leben was uns umbringt aber sauerstoff hat sie im umgekehrten umgebracht deswegen ich denke heute im gewaltigen universum es ist alles möglich ja und es gibt wie gesagt so viele galaxien im universum wie mehr als wir sandkörner auf der erde haben wir facken viel sandkörner auf der erde und wie viel stern hat eine galaxie fackigen viel und dass wir da alleine sind das ist einfach anmaßend das zu glauben das ist völlig banane hinnig was man sagen könnte als aussage ist wir sind die einzigen so hochentwickelten lebewesen die wir kennen das könnte man sagen die wir kennen jetzt sind wir nicht mal hoch entwickelt ja gut also jetzt finde schaust wir sind hier immer noch tiere im vergleich zu anderen tieren schon aber nicht wegen unserer technik obwohl eigentlich schon also da nicht von unserem verständnis wir haben zum beispiel im moment im kindergarten ist schulbuch wo die kinder sagen der schickern den kennst du ja den tiger der das den mogli essen der fressen möchte ja vor allem wenn er dann ein säugnis die kinder ja warum frisst er das sind das doch böse da habe ich mit den kindern diskutieren sondern das ist nicht böse der tiger ist ein jäger der denkt einfach nur leichte beute fressig der empfindet dabei nicht dass es eben richtig egal der spürt das nicht er kann auch nicht sagen ich mache das jetzt nicht sondern jäger und beute mir ist das ja aber ich als mensch kann sagen wo ich möchte das nicht ich als mensch möchte keine tiere essen weil ich sagen kann ich kann auch mit pflanzen gut leben das ist der eine hauptunterschied der andere hauptunterschied ist der mensch ist an seinen körperlichen gaben eigentlich unterentwickelt also wäre eigentlich eher beute aber seine stärkste waffe ist seine intelligenz deswegen kann er gegen alle lebewesen siegen weil er weiter denkt noch mal wenn er denn in dieser situation schnell genug denkt weil wenn er langsam genug dann macht das tier in erlaub ja gut aber ich sag mal so du sagst jetzt aus spaß auch ich jahre jetzt eins der größten killermaschinen auf der welt ich gehe zum potwahl jagen wie machst du das du holst dir ein u-boot tritt sie ja torpedos potwahl sagt du machst bumm potwahl tot hast gewonnen ja das ist eine drastische maßnahme in potwahl zu jagen aber ja ich sag nur weil potwahl ist ja einer der größten räuber den wir haben aber nein wie du gesagt das ist drastisch die macht weniger kaputt in einem direkten kampf ist es natürlich wieder wer sieht es direkt anders aber der mensch bereitet sich vor das ist ja auch das der mensch studiert seinen gegner und nutzt die schwächen aus tiere machen das zb nicht die machen dass sie sich auf ihre körpereigene stärke diese haben die dieses taktische denken was der mensch hat oder ich sag mal jetzt so da ist jetzt ein tiger ich habe nutzt meine umgebung vor mir ist eine fallgrube sag ich jetzt wurde eine schlucht wo es runter geht ich versuche dann den irgendwie so zu locken dass wenn er auf mich ansetzen will und springen will dass er dann in die schlucht kann ein tiger jetzt zum beispiel dich als beispiel das heißt nicht dass man es jetzt machen soll aber das ist halt so dieser große unterschied hat auch verstehen worauf ich raus will ja ich will damit jetzt nicht sagen dass die tiere also nicht dass die tiere dumm sind tiere sind auch intelligent aber der mensch hat denkt dann noch mal anders der keine dimensionen denken ja jetzt zum beispiel es gibt ja manche affen die können schach spielen die können aber nur das spielen was sie gesehen und was sie gelernt haben die können aber nicht denken jetzt dass ich das jetzt quasi eine taktik irgendwie machen außer sie haben gesehen wie das geht da waren sie aber auch nur die taktik ohne zu wissen warum sie das machen ja verstehst du worauf ich raus will ja ich glaube schon gut jetzt muss man natürlich auch dazu sagen aber vor allem menschen auf und schimpansen sind ja intelligent werde denen sie zum beispiel die mit gebärdensprache beibringst sie können das auch verknüpfen ja ja vom kopf her allerdings natürlich auch nur bis zum gewissen grad die könnten der jetzt quasi nicht dich verarschen sag ich mal ja weil sie das nicht kennt was jetzt was zum beispiel mensch könnte ja die würden sich auch nicht so richtig in gebärdensprache setzen mit dir unterhalten also das können die wahrscheinlich auch nicht aber so gewisse schlagwörter würden sie wahrscheinlich hinkriegen ich hunger genau wie du hast mir langweilig oder danke ja wohl gut danke geht ja leicht das ist ja dann die so eine leichte wie ich weiß nicht du kennst du das die gebärdensprache für danke welches ist gebärdensprache hat auch dialekte mein freund aber ich rede einfach nur vom standardisiert ohne jetzt dialekte da ist danke ja zum beispiel einfach nur wenn du die gekrümmte hand unter dem hals hast du machst sie zu dem anderen hin so wie wenn du die hand aufhälte ja du es weiter hoch machst ist das quasi essen ja das ist so zum mund hin für ist wenn du es von dir weg fürs heißt das danke ja genau also so einige so das ist ja das wobei 40 euro man es kostet die kineck nur noch 40 euro echt mit ich so viel schärbel ich dachte ich dachte mir teurer geworden das hatte ich gehabt in dem einen forum wo wir uns drüber unterhalten haben bei dem xbox deines die ein wo er gesagt hat hier emuliert habe ich ja warum weil er gerne beim gamecube mario die legende vom eonentor möchte so wir haben halt ein bisschen so normal diskutiert also ja der gamecube für ich glaube damals es war 50 50 und 100 euro auch seit es geht ja dann hat er gesagt ja guck mal das spiel da habe ich mal geguckt mario legende vom eonentor damals 50 euro gekostet im dreh 50 oder 60 das hat dann bei amazon 280 euro gekostet das günstig krass da habe ich auch gedacht die das ganz schön buchern kennst du die projektion reihe die projektion reihe geister fotografieren ja 3 und 3 für die playstation oder 300 euro aufwärts das ist krass er ist genauso wie ich wollte mal die x-men 90er serie schaffel 1 und 2 weil die anderen staffeln danach waren ich hatte das mal gehabt wollte ich gucken staffel 1 und 2 zusammen 300 euro läuft fack genauso wie von irgendwas von irgendeinem spiel des soundtrack wo ich gucken weil ich weiß nicht mehr was es war spiel oder film 300 euro und noch was ist doch insane und janikon für den preis würde ich zuschlagen 40 euro aber 300 euro und so aufwärts ist schon heftig ich hatte gekauft ich habe mir project 02 für die xbox 360 geholt das ist nicht ganz so teuer sieht auch schön aus wie die playstation version hat auch ein paar vorzüge und das dreier habe ich glaube für 80 euro gekriegt ich glaube das handbuch fehlt oder was ich auch nicht verstehe wenn du den namen kaufst ich mag ja gern steven king da habe ich ja einige hörbücher also wirklich wo zum beispiel david nathan deutsch ist ein grundsprecher von johnny depp der liest die ganz toll vorab gesehen davon habe ich mir das stand geholt das stand kennst du bestimmt oder das hat das geht sehr sehr lange ich glaube also über 30 stunden sein längstes buchjahr also ich bin nicht ganz sicher also auf jeden fall sehr lange herr der ringe geht genauso lange also alle drei bücher hatte ich es gesehen als hörbuch wollte ich mir holen und jeder teil wird halt von dem anderen also zum beispiel von dem vom gandalf vom deutschen sprecher und so vorgelesen das doof gibt es halt da nur in der collectors edition also ist aber ein bisschen kürzer sogar als dieses stand habe ich mich gefreut auch schön habe ich wieder neues futter wohlgemerkt das stand hat unter 20 euro gekostet ja was schätzen wie viel das herr der regel kostet gut war so eine besondere box hatte ich es nicht gebraucht was schätzen wie viel das gekostet hat sich der ringe sag noch mal 80 noch mal 80 180 euro es ist einfach nur schwarz plastik box wo das dann mit drin ist ja mit silbernen sternchen und so drauf was diese tor diese tür form von moria wo sie bellend sagen müssen hast du quasi drauf und das kostet dann so viel und er hat sich genau so lange wie sie stand kürzer als es denn ich glaube so lange wie es war das und es hat mich damals auch nur 15 euro gekostet 180 für so ein fucking buch juck über 3 ist gutes es ist ja viel was du hören kannst warte mal ich guck mal gerade weil es ist doch keine 180 euro wert oder ja das meine ich auch da kann das noch so gut ich hätte jetzt noch vielleicht ich hätte gedacht okay collectors edition 50 euro vielleicht 60 wenn du jetzt guckst system hat 3263 minuten auf 7 mp3 cds ok 666 track 666 ist lustig das war für mich in ordnung hätte für was heißt in ordnung war steppchen eigentlich für 15 euro ich hätte dafür jetzt aber auch 30 euro ausgeben hat sehr viel ist ja zum hören aber 180 180 euro mehr hat sich erst viel vor allem ist es keine statue es ist kein nix dabei hätte ich ja doch verstanden wenn da irgendwie so oder wenn eine replik von dem einrichter mit drin wäre aber nur die hörbücher in der plastik box das muss man sich mal auf der zunge zergehen lassen das geile war ich hatte es einmal vor weihnachten doch schenke ich mir selber dazu 120 euro gekostet als ich dann irgendwann nach weihnachten kam das war noch im januar hat es dann 180 gekostet und ich habe geguckt da wo ich halt immer hingehe meine bücher und so hole da war es sogar noch günstiger das gibt es noch teurer sogar bis 250 euro geht das dann darf ich dem buch empfehlen hier die chroniken aus der zukunft die chroniken der zukunft so rum ach da hast du mir mal von erzählt ja von hans amadeus die nach oder so gut da muss ich mal gucken ob es das als hörbuch gipfel ich habe ja so leider nicht und ich bin da muss ich mal warten ob es das gibt weil ich bin mittlerweile lieber am höheren als am gucken weil meine augen pause machen wollen ich habe jetzt auch zum beispiel die ganze zeit die augen zu während wir reden ich meine ich habe theoretisch noch mein projekt text vom tamarial vor da will ich auch die ganzen älter scrolls bücher vorlesen ja ich weiß da habe ich jedoch die vorgeschichte geschrieben hat die die eigentlich bleiben bleibt bleibt ihr eigentlich noch drin diese ja die vorgeschichte bleibt drin aber eventuell noch ein bisschen verfeinert und so ist halt alles noch echt noch ein kind ich habe schon lange nicht mehr weitergemacht ja das hatte ich ja damals basierend auf unseren figuren gemacht von dir und ein bubble von mir gut geschrieben übrigens also gefällt mir die einleitung ist geil also das habe ich in der halben stunde einfach mal so geschrieben ohne groß nachzudenken das ist ja das ich kann das gut aber dieses tippen das laugt mich so aus ich bin danach immer kreidebleich wenn man ganzes blut in den kopf geht wegen der motor ist nicht nach unten läuft warum soll da unten passieren in die füße oder was ach du bist ja schön naiv ja klar es kam von mir es kann nur versaut sein naja ja apropos beide willet die zwei kannst du das auch mal du kannst du teilweise voll flirten das habe ich als skelett gemacht bei was war das bei einer möchtest du mal meine liebesknochen sehen und zusammen das ist ein knopf die eine ist voll drauf angesprochen die will sich mit mir außerhalb von dem und diesem ersten gebiet treffen ist ja immer noch ein gefängnis okay und die eine hauptfigur die sagt dann also eine von den richtigen figuren die der party angehören können lose heißt weil sie lose die ist quasi ja also die haben alle besondere namen okay und und die sagt dann quasi sie ist eine eigentlich eine badin von der klasse er so verzauberen und die wird quasi immer wie bei exorzist sie ist quasi wie so eine offene herberg und die wird von jedem immer besessen von der möglichen fragt das ist das ist schon krass also wenn die die herberge ist quasi wie so eine nordische hohe wird mal umgereicht darauf kann man auch anspielen sie sagt das nämlich so dass sie wie eine offene tür ist für jeden möglichen da kann man kennt die augenbraue eben steht dann da ihr hebt die augenbraue und fragt ob wir euch zu ihr legen sollte kann man sagen sie lacht dann drüber sie nimmt das damit humor ja weil sie wahrscheinlich weiß wie es sich ausgedrückt hat und dadurch schon krass ja sie erklärt dass also dass sehr viel wortwitz drin humor ist auch wirklich eine geschichte für erwachsen und sie erklärt es dann auch so stell dir vor du bist selber für einen armen wanderer ein verseuchter busch blätter und sie ist quasi eine 5 sterne deluxe hotel in das man einkehren kann so erklärt sie das ja das schon geil gemacht da steht dann auch man sieht dann quasi nichts also ein bisschen also viel zum lesen oder zum beispiel steht sie kriegt dann dunkle schwarze augen er dann ziehen über ihr gesicht sie wird dann richtig grau und dann lacht sie auch mit verzerrter stimme wenn sie das schon geil gemacht aber du siehst es quasi selber nicht sondern du nimmst es dann der text ok es ist halt wirklich auch so zum rein sinken und dann kann man alles machen man kann entweder hier verständnis also was heißt heute man kann verständnis dafür aufbringen man kann aber auch sagen mit euch paranoide schlampe wirklich nichts zu tun haben dann steht ein stern ihr zieht euer schwert ok ja ok man kann die eigentlich wenn man will alle töten man kann doch selber sterben und das fand ich in morrowind auch noch geil um mal kurz zu dir das kurz zu jumpen du konntest alles töten ja da hat sie die welt verloren und dann hast du halt nur einen satz gehabt hier von wegen jetzt lieb in dieser verfluchten welt die du erschaffen hast richtig genau das hatte ich jetzt schade dass es bei oblivion und bei skyrim rausgenommen haben ja ich hätte in skyrim alle kinder getötet na sowas mag ich nicht ich mache in videospielen alles was ich im ersten leben die machen würde ich hätte alle kinder getötet die haben mich sogar das würde ich aber auch nicht so machen nee da das kann ich nicht aber da gibt es gibt es was worauf du mich bringt ein spiel was ich bis heute nie auf böse durchspielen konnte spiel aber gern gut und böse und zwar in famous 2 ich weiß nicht hast du in famous mal gespielt hast du da eine ahnung von playstation ich hab dich nicht verstanden nein habe ich nicht weil das playstation ist ja gut ich hab mir das war wirklich für mich wo ich mir die playstation 3 nur wegen dem ersten zweiten teil gekauft du hast im ersten teil auch wenn du gut oder böse spielst ist egal du hast quasi dein begleiter das ist so ein dicker nerd mit brille so ein bisschen wie ich von der art her kann immer unterstützt und der gut ist okay und wenn du böse spielst schon beim ersten teil du kämpfst quasi ich hoffe ich speuer dem gut spiel ist alt ich werde auch begegner im ersten teil ist dein gutes ich aus der zukunft dass dich stoppen will dass du die böse entscheidung triffst und vielleicht nach dem selbst wenn du also entweder entweder mit dieser weg da war wird ich bin rausgeflogen okay ich wurde also wie gesagt entweder am ende sagt er dann hier zu dir okay dadurch dass du dann für quasi gegen also er testet dich aber will dafür auch sorgen dass du gut oder böse entscheiden was zum beispiel menschen menschen rettet oder nicht rettet oder er gegen ihn dann kämpft statt die zu retten und am ende stirbt er dann entweder mit der gewissheit dass du gut bist oder dass er dich nicht aufhalten konnte dass du zum monster geworden bist so und im zweiten teil je nachdem egal ob du gut oder böse spielst hat halt noch andere ausgangslage wenn du dann hat böse spielst dein freund ist halt trotzdem immer noch bei dir man mag den echt gerne und der ist eigentlich auch es greift quasi selbst geben vom 1er auf oder genau richtig gut und quasi dann ist der hauptgegner entweder im also wenn du gut gespielt hast also du hast da noch mal eine andere figur die du im ersten teil spielst du eigentlich auch nebenfigur ist der wird dann quasi die bestie weil er aus quasi komplett böse energie besteht ja jeder hätten auch noch bist du dann irgendwann so böse im ersten teil hältst du ihn auf aber sie nicht nicht im zweiten teil absorbiert du ihn dann am ende und bevor du das dann tun kannst steht eine person zwischen dir und dass sie ihnen aufhören das war dein bester freund okay töten ich habe das bis heute nicht übers herz gebracht ich habe ausgemacht ich konnte es nicht du musst nämlich auch mehrfacher du kannst ihn nicht irgendwie dann so zu töten du musst ihn wirklich mit winzigen stromströßen einige male treffen bis er wirklich dann stirbt ich konnte es nicht ich konnte es einfach nicht weil du so voll dass ihn dadurch dann zu tode das hat ich habe das bis heute nicht geschaffen er richtet selber eine magnum auf dich also die hat er dann irgendwann so 45 er schafft es selber nicht er sagt tu was du willst du musst durch mich durch er weint auch dabei ist total fertig und deiner ist dann auch also wenn der böse ist der ist ja richtig wütend und böse es geht alles aus ihm raus richtig wieder so dämonisch wird aber der unterschied zum guten ende ist wenn du das mit dem zweiten ende machst du zerstörst quasi die gesamte welt und das absoluter usurpator beim guten ende allerdings opferst du dich bist dann tot allerdings gibt es andere die folgen dann deine beispiel und sterben auch der bester freund bleibt auch dann traurig zurück also nikon für 40 jahre 40 hast du in die klinik gut geschossen ich musste kurz darauf anwanden und das witzige ist dann wenn du im zweiten teil spielst du benimmst dich tatsächlich er und bist also von deinen klamotten her sowie dein gegenstück aus der zukunft dein gegenstück aus der zukunft ist quasi das gegenstück dass ihn damals schon nicht aufhalten konnte dein böses ich aber nicht gestorben ist also es ist sehr ein bisschen verwirrend aber gut gemacht klein wenig hören ja gut gemacht denn gut weil quasi da überschneiden sich nämlich drei zeitlinien drei zeitlinien drei universen genau und zwar nämlich die eine zeitlinie wo der kessler so heißt ja dein gutes ich aus der zukunft dann eines böses ich nicht stoppen konnte es allerdings überlebt hat an der allerdings aber gesehen die zerstörung gesehen hat was man selber anrichtet und er deswegen in die vergangenheit gegangen ist zu einem punkt wo der cole quasi noch ein leichter beeinflusst war es war die chance hat du bist quasi dann dass wenn er es dann hat sich umzudrehen dass du nicht böse wirst okay und deswegen lieb ich seiten dann rotzen sie so den dritten teil in der überhaupt nichts mehr damit zu tun hat keinen bezug hatte überhaupt nichts total ja es gibt auch einen dritten teil der war damals bei der oder bei der playstation 4 dann ganz neu ja doch war da bei der vierer ganz neu der war grottenschlecht heißt dann einfach nur stecken zahn quasi der zweite spitze delsen der delsen mal an sich ganz witzig aber da war halt das problem du warst ja eigentlich nur einer mit strom im ersten hat er hat jetzt ganz viele verschiedene kräfte was ihn übermächtig macht und trotzdem keine konsequenz keine dramatik das war im 1 und 2 er wesentlich besser gemacht das glaube ich ja gott ist quasi immer eine wahl du konntest quasi über die straße gehen und wahllos menschen töten dementsprechend haben sie irgendwann angst vor dir wenn sie dich gesehen haben oder du konntest hingehen wenn zum beispiel jemand ein unfall hatte konntest den mit dem strom wiederbeleben du konntest ihn aber auch die lebenskraft absaugen dadurch mehr erfahrungspunkte kriegen als wenn denn jetzt heißt also das spiel wollte dich quasi immer dazu drängen dass du böse spielst weil das die entwickler wahrscheinlich insgeheim vor gehabt haben genau es wollte es dir leichter war das genauso wie bei fable ist es auch leichter böse zu spielen habe ich aber nicht gemacht komischerweise ich habe es auch nie gemacht ich habe es bei jedes fable habe ich in gut und dem böse durch gespielt aber in gut hat es ja meistens besser gefallen okay ich habe es ich habe das remake vom 1er als anniversary habe ich mal angefangen zu spielen aber irgendwie ist mir das irgendwann zu blöd geworden das weiß ich nicht warum aber ich hätte mal wieder bock auf das gameplay ist komisch ich hätte mal wieder bock auf black and white ja dass wir auch ein spiel das hätte ich auch sehr gerne vor allem schildkröte mochte ich ja es gibt ich glaube die kickstarter kampagne ist das ein spiel was quasi ein geistiger nachfolger von black and white 2 das wäre cool apropos wo du sie sagst zu spiele ich habe jetzt page of empires 2 habe ich mir jetzt auch mittlerweile als deluxe heruntergeladen da freue ich mich auch demnächst auf das man kann ja mal sagen wie sich das auf der konsole spielen das war ich kann mir das gar nicht vorstellen das denke ich mir genauso wie command and conquer 3 damals das hatte ich ja auch gehabt mit verschiedenen tasten kombinationen oder halt hast du mal tropico gespielt oder der world evolution ja ich denke mal so ähnlich wird sein mit einer taste die ist dann fürs baumenü und so könnte möglich sein also könnte ich mir vorstellen aber ich bin halt immer noch so divinity 2 drin fast drei stunden wir reden jetzt schon fast drei stunden bis gleich neun uhr um sechs angefangen muss aber ich habe so hin und wieder mal so just chatting streams rein zu knallen was auch ganz witzig ist ja vielleicht auch mal mit mehreren das wir über film oder spiele reden können ja oder auch zum beispiel wir können über batman reden wir können über die turtle zu er so spaß oder rubert dragon ball malt einfach nur so sagen oder wenn wir sagen ablässern sachen ablässern wie zum beispiel den valentin zarten wir das war spaß erst morgen oder ja ja auch für mich ist das immer so ein tag also ich habe früher enger gesehen mittlerweile denke ich es ist einfach nur ein tag aber halte das zum tag wenn du wenn du so ich dauer single bist du nie richtig hattest wo du dich dann so fühlst als wäre das so ein verlierertag verein weil unsere gesellschaft sagt ihr müsst unbedingt neue heiraten das hin aber wenn man halt pech hat und immer keinen findet man kriegt obendrein noch mal so gefühlt eins auf den deckel also gefühlt in anführungsstrichen nur ich bin den tag einfach nur ekelhaft ja ich mag sein man geht über alles so kommen mit kacke weiß nicht gut wenn du jetzt halt wirklich eine freundin hast du dein freund je nachdem der wirklich das hat dann schön romantisches was dann auch ein besonderer tag ist oder beziehungsweise der dann sagt hier ich möchte einfach dann dass wir in dem 14 was schönes machen ist halt so dann kannst du meine augen rollen hören du weißt was ich meine man braucht diesen tag nicht deswegen ist es nämlich quatsch gut ich vor allem ist ja es kommt ja auch vom griechischen her sogar selbst da war das kein richter freitags kommt ja von vom gott von kardus der ja die göttin afrodite liebt nicht glaubt wenn ich es richtig habe ist ja der cupido also der der amor ist ja glaube ich irgendwie von denen so ein demigott irgendwie wenn ich es richtig habe ok käse also da muss man genau mit der geschichte halt gucken müsste mal gucken ich starte jetzt noch das ist für mich so ein überflüssiger feiertag was heißt feiertag aber so ein überflüssiger tag ich starte ich noch mal stream und versuche noch mal die stream-avatar zu starten mach das vor allem denke ich halt dass es so ein tag jeder feiertag der andere verletzt ist kein guter feiertag naja oder so feste so sagen zum beispiel jetzt ich mag kein fast nacht aber fast nacht ist es nicht so dass da irgendwie jemand diskriminiert wird ich finde halt valentinstag ist diskriminierend ok und was dann alles schließt singles aus und wenn ich jetzt an die christlichen feiertage denke als beispiel die haben wir ja als christliches hat jeder auch ein atheist und die christliche christliche botschaft ich meine die idioten wieder hier in bayern schwulen und was weiß ich gegen alles sind die richtigen ordentlichen christen wo ich jetzt mich halt auch zu zählen die sagen lass doch jeden machen was er will ist doch ok ja und gott ist das auch egal wenn es gott gibt weißt du was der irgendwann da macht wenn du im himmel bist der ledig der arme auf die schultern sagt du bist in ordnung wie du bist und fertig und das macht gott und der schickt dann keine flut und macht mit dies und das das ist alles käse ein allmächtiges wesen auch noch mal ein allmächtiges wesen auch für mich ist das einfach nur eine außerirdische rasse gewesen naja gut also ich will also was heißt allmächtig gott ist einfach gott er kann so erscheinen du vielleicht haben alle unrecht vielleicht haben wir recht ist egal aber wenn aber je nachdem wie es aussieht vielleicht hast du ja absolut recht aber selbst wenn du jetzt unrecht hättest dem gott wäre das egal weißt du nämlich was du zu sagen könntest dann mit dem himmel bist irren ist menschlich der würde lachen und wird sagen in ordnung ich komme aber nicht meine ich gehe nach unten auf mein thron ja gut da müsstest du mich aber jetzt dazu sagen dass es die hölle nicht ohne den himmel kann man da genau so sagen aber das ist ja halt dass ich bin auch jemand ich glaube was ich sehe ja ja das heißt also nicht dass ich also wenn ich jetzt irgendwas übernatürliches sehen würde würde ich da aber auch sagen okay das ist so ich würde da nicht irgendwie abweichung für so sagen das kann nicht sein das kann so nicht sein ich bin offen für alles ich mir sagt das mit dem mit dem glauben auch offen also ich würde es nie zu jemanden hingehen und würde sagen du glaubst nicht an gott du bist für mich weniger wert was ja leider viele machen oder manche machen ich weiß was ich meine ja ich weiß was meinst du tut mir leid kurze lecky stream ich probiere was jetzt das weiterhin einfach weiterreden ich musste nur kurz dazwischen grätschen du würdest ja auch jetzt nicht hingehen würde es sagen du glaubst an gott du bist für mich nichts wert würdest du ja auch immer weil es eine ist das war glaube es glaube fertig und nicht glauben ist auch glauben zum beispiel du sagst ja jetzt zum beispiel du glaubst ich an gott aber du glaubst an dich selbst oder ja aber ich meine ich sage ich glaube nicht an gott zumindest nicht an die version wie sie in der bibel beschrieben wird für mich sind einfach nur also logische erklärung du bist ein mensch der keine ahnung oder verständnis von dem feuerzeug und technik hat der fliegt damit seinem ufo runter macht ein feuer was ist da wirklich gott richtig genau wenn man es so sieht ja aber ich glaube auch nicht dass der gott einfach ein mann ist oder ein fahr oder eine frau ist es einfach nicht nur metapher bis wie ein liebender vater wie eine liebende mutter kann alles sein oder sie und gott muss auch nicht so und so aus sagt zwar hat noch seinem abbild erschaffen die menschen das ist halt glauben wissenschaftlich kannst es aber halt nachweisen das kannst du eigentlich alles so wissenschaftlich sehen ja ja weil glaube für sich steht man kann allerdings sagen man kann das bis zum urknall gehen wer hat denn jetzt nur klar gemacht und wer hat jetzt zum beispiel den verschiedenen lebewesen seit dass es sich weiterentwickeln müssen so könnte man jetzt argumentieren und sagen ja das hat der liebe gott gesagt dass ihr euch das und das machen müsst um euch weiter zu entwickeln verstehst du was ich meine ja könnte man muss man aber nicht deswegen ist alles offen es ist schon es kann alles sein und nix für mich ist halt gott auch vor allem gute menschen die mir begegnet dass der dann dem moment durch die spricht und denen dann zum beispiel auch sagt hier oder beziehungsweise denen quasi die gedanken gibt die sie dann sagen weißt du was ich meine ja das ist das was ich glaube ich glaube nicht dass das irgendwie so eine andromorphe gestalt ist mit weißem bart und er dann das und das hat glaube ich auch nicht und ich können den leuten mal ein ja wenn es jetzt geht ja die aber da gehen wir dann gleich vorbei das startet ein als mehr der arbeiter die bot sind immer noch teilnehmer kann ich später kann ich die manuell raushauen ja du kannst auch melden dass du keinen ärger kriegst wie gesagt nicht das erste mal es gab es früher schon mal aber das hatte ich jetzt seit 2020 nicht mehr eigentlich aber weißt du was ich gerade witzig finde wir haben eigentlich geredet über angefangen über zauberer zu reden ja immer noch die längen schwarzer magie ist das ja bei einigen christen verpönt bei einigen bei den ganz strengen die sagen das darf ja gar nicht da darf man auch nichts positives raus sind dann sind wir eigentlich wieder auf den christlichen glauben so kommen oder auf glauben allgemein weil in der welt ja die dunkle magie ja auch verboten ist ja aber ich sag's nur aber trotzdem zauberei gilt ja allgemein als schwarze magie weil du irgendwas einen willen aufzwingst zauberei ist eigentlich nur manipulation der welt kannst du gut oder böse machen weißt du was ich meine ja aber so würde ich aber reinig sehen also einfach nur wenn man es so sieht ja und wenn du jetzt zum beispiel so willst wo ich jetzt auch wieder auf divinity originals in zwei kommen ja diese dieses gefängnis wo ja alles sind die quellen magie beherrschen das sind zum beispiel auch heiler dabei dieses wir haben dann ihr halsband an wodurch sie nicht mehr zaubern können oder hat nur schwache zauber wirken können okay so und das hat einfach nur das teiler dabei zauber dabei dass sie wirklich einfach nur gutes tun die einfach nur da sind weil sie magie beherrschen das sind auch kleine kinder ja ja zum beispiel ein kind das kann einfach nur mit tieren sprechen das ist die magie dies und deswegen kann es ein hals und deswegen muss es im gefängnis und das witzige ist dieses gefängnis heißt nur freudenfest und ist auf einer insel das eigentlich eine paradies insel wo man gefangen ist ja tolles paradies richtig genau das ist der gag daran da hatte ich zum beispiel auch eine figur mit der kannst du verschiedene arten ist eine mutter mit der kapitel mit der rede es gibt verschiedene arten wie das ausgehen kann ich habe ihr einfach mal zugehört hat mir erzählt ihr mann und ihr sohn der sohn war zwölf die wurden halt einfach alle geholt also mächtige heiler waren ja und die werden dann ja weggenommen und werden dann einfach umgewandelt die triffst du irgendwann im spiel die sind quasi wie bei dragon edge die besänftigen heftiger die haben die lippen zugenäht denn es komplett ihr ganzes wesen und ihr verstand geraubt worden die sind einfach nur seelenlose blutgierige hüllen die nur auf diese magister hört sie denken sie tun das gut aber sie tun eben nicht das gute einer von denen stammt angeblich sogar von stammt sogar von einem gott ab also sein vater der heißt also der der von dem gott abstammt ist der alexander und sein vater der lucien der ist angeblich ein göttlicher weil er von einem gott berührt wurde und dann ist man gleich ein göttlicher what the fuck was das für eine welt ja verstehst du weil er einfach nur extrem mächtige magie beherrscht ist ein göttlicher er hat einfach nur den richtigen gelutscht ja so ungefähr ich muss diesen knopf viel öfters benutzen aber du verstehst worauf ich raus man kann mit der frau reden erzählen so diese grausamkeiten diese grausamkeit was da in dem spiel drin ist hat man ja leider auch in echt ja an teilweise damals als es doch dieses große schwere erdbeben war oder dieser hurricane der doch da war das new orleans also viele ja und wo ganz viele wo ich mich sehr viel geschämt habe oder irgendwie bischöfe sagen ja das wäre richtig weil das ein sündenfuhl ist und weil die weil die einfach nur böse sind weil es das gleiche geschlecht nehmen wo ich dachte mensch mehr fremdschämen kann ich mich nicht ja ich habe mich das so geschämt und dabei sind diejenigen die sich an kleinen kindern vergreifen diese wichser richtig und das ist auch ein problem das ich habe ich kenne aber zum glück auch viele pfarrer die sind total in ordnung die sind ganz lieb zum beispiel mein einer pfarrer der ist jetzt in rente gegangen von dem kinder garten der ich war der hat mit seinem mann also ganz lange gelebt er ist dann leider irgendwann gestorben an der krankheit aber das war so ein lieber mann für den lege ich absolut die in ordnung weißt du was ich meine ich finde es einfach ekelhaft diese diese doppelmoral weißt du ja dass sie dann auch noch geschützt werden dass wir bei mir welche die kämen ins gefängnis sie würden bei mir wirklich die todesstrafe wieder einführen die todesstrafe die sollen ihr leben lang sollen sie leiden die überleben im knast sowieso nicht lang kinderstände und vergewaltiger ist das nicht gut verschimmeltes brot essen und schales wasser trinken die kämen bei todesstrafe mag ich nicht weil da wäre es ja auch schon kommen die eier müssen mit ziegelstein zerknallt werden und dann sollen sie verbluten du tust ihnen dann ja einen gefallen nein die müssen ihr leben lang dafür büßen müssen das ihr leben lang gut machen naja meiner meinung der wegmacher kinderficker und vergewaltiger kleiweg die müssen wir meiner meinung leiden aber gut das ist gar nicht egal ich sag dazu jetzt nichts mehr weiter weil sonst trifft mir ab und schreien uns vielleicht irgendwann noch an nein ich kann das nicht aber wir würden abdriften nein wir würden nicht abdriften schreibe ich dir nachher in der nachricht die kann wurde mal okay wo schlafen hast du todesstrafe schnipp schnapp zipfel ab wusste schon hausmeister krause ja da hast du recht gekonnt was hast du gesagt was war mit hausmeister krause nikon sagte wozu knast wozu todesstrafe schnipp schnapp zipfel ab wusste schon hausmeister krause sag ich ja einen ziegelstein die eier zerknatschen und verbluten lassen ja die müssten ihr leben lang leiden meiner meinung nach und die die werden bei mir wirklich die müssten als strafe weil das andere ist ja ich finde es halt nur krass die kirche schimpft so homosexuelle bla bla und dann ficken die kinder ja das ist das das passt doch nicht oder aber sagt bitte nicht die kirche sind zum glück nicht alle ja aber größte teil leider auch nicht der größte teil das sind nur die die laut sind ich bin mir sicher dass das der größte das ist vielen ring ist der auf dieser welt existiert das ist genauso überleg mal denkt man drüber nach wie ist das bei uns videospiel das heißt diesen toxisch diesen dies und die sind das sind egal bei welchem spiel das lassen aber immer nur die die laut sind viele denken sich nicht ihren teil guck mal da hast du zum beispiel nimm irgendein spiel xy was immer ein paar hundert oder ein paar tausend leute die immer rummeckern und jammert rummotzen das spiel wird aber von über fünf millionen leuten gespielt jetzt sagt mir ist das der großteil der sich dann immer beschwert und meckert das sind also diese paar wenigen lauten es sind spasten das habe ich nicht verstanden noch mal sind spasten ja sagt das bitte nicht das bin ja ich ich habe spastik doch du hast du bist kein spaß ja ich bin spaß was ich meine ja also hoffe ich raus will und selbst wenn jetzt der papst oder so einer das sagt für mich geht das nicht ich bin protestantischer ritter und was noch nicht geht ist dass die eine bibliothek haben wo kein schwein rein darf ja weil sonst die ganze religion vernichtet wird weil das sind die haben wissen drin was das alles vernichten würde gibt die brief und siegel und wir würden endlich erfahren was auf dieser kugel vor paar tausenden passiert ist weil das steht auch da alles drin bin ich mir sicher ja also ich glaube alles hat irgendwie geheimdokumente genauso wie ich auch irgendwie glaube wir wissen gar nicht was unsere regierung regierung usa was die alles noch für sachen haben die wir gar nicht mal wissen aber ich bin mir sicher die kirche hat wissen was sie heutzutage verloren ist weil das ja die kirche damals verbrannt hat und blablabla aber die haben bestimmt davon auch noch was in ihrer guten bibliothek genau und ich denke auch viele sachen sind halt auslegung sariss immer alleine schon männer und frauen sollen über die erde herrschen warum immer nur die männer warum haben wir ein patriarchat oder viel gehabt mittlerweile ist es wieder am kommen aber wieso wieso kam das damals wieso wurde das so interpretiert gut weil es der mensch ist der mensch ist dumm ich bin auch der meinung ist jetzt meine meinung was in der bibel drin steht steht drin aber vieles davon oder eigentlich alles ist nur die interpretation vom menschen und du musst auch überlegen was für ein verständnis die früher gehabt haben von dem ganzen zeug das ist ja auch noch mal damit ein wir sind doch nur zum beispiel mal mit dem jesus sind gab es ja wirklich das hat das weiß man ja mittlerweile und angeblich sein kann in japan sein und je nachdem wie man sieht wie sehr man da wie sehr man da glaubt war vielleicht einfach nur ein extrem guter heiler der mit sich mit heilbräutern auskannte was weiß ich nicht alles weiß was ich meine ja aber wie macht man aus wasser wein vielleicht hat er ja auch da gräuter gehabt die waren alle nur angeduselt haben dann rei theoretisch gedacht dass wir weint oder das mit der zahl sieben wenn man sagt hier vier brote fische 7 heißt einfach nur viel weil die leute damals die meisten konnten nicht weiter zählen 7 heißt einfach nur viel das heißt vielleicht hier sind leute zusammengeholt die haben kam damit 100 bleibt brot abend damit 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 und so kam halt einfach nur diese zahl sieben zusammen wenn man ist vom glauben ab abklammert kann man sich vieles einfach auch so erklären damit natürlich den glauben mit dabei nimmt ist alles ein wunder aber gut es ist halt eine sache ich finde es dass die kirche ihr eigenes buch so oft umgeschrieben hat macht es auch unglaublich für mich kennst du von southpark die folge mit den mormonen nein weil ich kein southpark mag ich mag es ganz gerne da hatten sie halt sich mit den mormonen das gehabt und sich drüber lustig gemacht die geschichte der mormonen ich habe das damals nachguckt ist tatsächlich so ich weiß nicht mehr wie er heißt aber ein mann der hat steintafeln gefunden da steht alles drauf was dir was ein engel mal gesagt hat diese steintafeln hat er aufgeschrieben aus dem kopf weil der ein engel lieb das gesagt hat so diese steintafeln bringt er dann zu einem oberhaupt und der nimmt das dann einfach so an ich glaube bürgermeister war das so und nimmt das dann für bare münze und gibt dem mann der die steintafeln geschrieben hat dafür ganz viel gold damit er das auf gold schreiben können zwinker zwinker ja ja die frau von diesem bürgermeister erschlau und die sagt dann okay wenn der engel ihm das gesagt hat dann soll er doch alles noch mal komplett aufschreiben dann wüsste er es ja dann wird der engel ihm das noch mal sagen so der mann der die steintafeln geschrieben hat die wollte rausfinden ob er betrügt oder nicht hat gesagt da müsste er die steintafeln eins zu eins noch mal aufschreiben können genauso wie das was er geschrieben hat verstehst du ja aber wenn das geschrieben hat weil er sowieso geschrieben hat ne eben nicht weißt du eins zu eins aus dem kopf was du mal geschrieben hast so jetzt nicht ein pass auf und er hat es tatsächlich alles noch mal geschrieben aber ein anderem wort laut teilweise hat er gesagt das war weil der engel war erzürnt darüber dass die menschen ihm nicht vertrauen dass er also das von gottes wort aufgeschrieben hat deswegen hat ein anderes buch aufgeschrieben was fast genauso ist nur mit etwas anderem wort laut ich meine die bibel ist ja nicht nur umgeschrieben worden im wort laut sondern ist vor allem ja direkt bücher weg ja gut du musst halt schon schauen mit altem testament neu im testament neues testament sind quasi eigentlich alles erfahrungsberichte von den jüngern die mit dabei war so von vier und die unterscheiden sich bei denselben begebenheiten teilweise extrem weil es hat die andere ansicht ist so und das alte testament ist dann quasi die bibel oder lassen das alte testament ist quasi alles was geschehen ist vor jesu geburt quasi die graue vorzeit wo natürlich zwei teilen hinterfragen kann fragt ich mal so wie kann es sein dass die ganze menschheit aus zwei menschen entsteht aus adam und eva wir sind alle anders aus inzest oder inzest verstehen sie ja es war bullshit eigentlich gab es ja auch dazwischen noch eine frau also vor eva gab es ja noch eine andere frau welche lillis ist eine andere frau lillis ist quasi die die kommt doch erst später zum zu den nachfahren das ist doch die mit kein die lillis gab es damals noch nicht adam und eva eva ist aus adams rippe entstanden ich kenne auch noch eine andere version da gab es eben die lillis davor und er hat dann die adam er die eva später gekriegt aus seiner rippe weil die lillis sich ihm nicht unterfügen wollte verwechsel nicht fiktion mit bibel obwohl gut je nach ansicht des bibel auch fiktion das muss entscheiden ist das bekannteste märchen aber nach meiner für mich jetzt nicht also aber gut das ist halt ansichtssache wieder für mich ist die bibel hat schon das eigentlich die gesammelten gedanken die gott uns hinterlassen hat und wieder mensch zu interpretiert das ist für mich zum beispiel jetzt die bibel wie gesagt das wort wie mensch zu interpretiert das ist wichtig das kommt halt auch zeitgeist davon je nachdem was das für ein zeitgeist war interpretiert das mensch anders im mittelalter war das für die menschen zum beispiel auch wie eine art benimmregel immer unsere zehn gebote und ich finde es einfach nur wichtig das mittelalter zu leben das heißt die nächsten liebe du sollst niemanden umbringen soll sich stehlen das hatte uns noch mal richtig zurück gehauen das mittelalter hatte uns geistig noch mal richtig zurück gehauen ja gut ganz schwer es war halt so einfach in der bibel das zu lesen es war halt leichter sich zu erklären warum soll ich verstehen warum der himmel blau ist wenn ich ganz einfach sagen kann der hat den gott so gemacht aber dass das dann halt ein farbspektrum ist dass das auge nur im als blau wahrnimmt beim himmel es ist doch eigentlich nur unsere zonen schicht dran schuld ja aber du verstehst was ich meine ja aber dann zu sagen aber dann zu sagen ja der himmel ist blau weil gott das so gemacht hat ist eigentlich einfach nur eine leichte ausrede der jenige hat keinen bock rauszufinden warum er wirklich blau ist genau das war halt damals im mittelalter so heute können wir sagen okay der liebe gott hat als geschaffen hat den himmel gemacht aber warum das so ist das erklärt die wissenschaft der gott hat quasi nur gesagt so dass jetzt das farbspektrum dass du wahrnehmen kannst fertig als beispiel verstehst du naja deswegen also für mich ist wissenschaft und glaube auch immer getrennt man glaube kann man nicht beweisen glaube es einfach glaube ja ich glaube zum beispiel dass in irgendeinem multiversum bin ich batman kannst das beweisen nein glaube ich beweisen dass ich bett bin ich in diesem universum bin hast du betten und mich schon zusammen gesehen ich habe nur nirgendwo ein jogger rumlaufen sehen also ohne jogger gibt es kein batman du sprichst mit ihm aber das habe ich mal sowieso vorher als halloween kostüm im club will ich meine meinen eigenen joker kreieren das ja das habe ich auch schon gehabt aber das problem ist halt so was kann ich nicht im kindergarten bringen deswegen habe ich halt eher was wie man bei mir sind das ja alles immer figuren die ich dann habe ich bin zum beispiel gustav der grüne ich habe damals die welt gerettet in dem ich eine inversion von außerirdischen wackelpudding gestoppt habe weil den hat der wackelpudding nämlich so gut geschmeckt dass sie davon abhängig geworden sind mit der erde frieden geschlossen hat ja das erinnert mich an einen anderen film wo die erde noch nicht zerstört worden ist weil wir pudding haben ja genau ja kampf der götter treten war war das genau weil wir haben sie eigentlich hat es deswegen schon war es gibt ja eine alternative zeitlinie wo die bulma dann pudding macht ja extra für ihn weil der also ist es ist alles weg obwohl man gibt die dann hat selber kommt aber so eine schlechte köchin ist zerstört er deswegen dann die erde ja ja und der zerstört sie diesmal dann doch tatsächlich und das alles im himmel und er genau dann schweben sie im himmel und der saugoku probiert dann auch den pudding der ist auch im himmel gelandet und sagt oh mein gott der ist wirklich scheußig und dann fetzt sich vergeta mit dem saugoku wie kannst du so an meine frau zu beleidigen und dann sagt er probier und dann probiert er wie geht er denn und stirbt im himmel und stirbt im himmel ja aber das sind halt alles immer so sachen weißt du so wird glaube glaube kann hat berge versetzen placebo wer sagte nicht dass menschen die wirklich ganz fest an gott glauben und diesen krank die beten das ist das sind das nicht hilft doch das tut es aber nicht wegen gott sondern weil der mensch selber dazu in der lage ist wir werden jetzt wieder so dass ich kann ich kann ja versprechen ich kann ja versprechen wie der mensch an sich wer zu für unsere verhältnisse übermenschlichen sachen in der telepathie und so weiter könnten wir alles wenn wir nur die richtigen regionen im hirn benutzen würden ja wir benutzen ich glaube viel prozent war das zehn prozent nutzen wir glaube ich nur ja ich glaube nicht mal ganz zehn prozent aber ja so um den dreh ja das ist das ist ja genau du der mensch ist das ist genau so eine notsituation ist eine frau von 60 kilo schafft es ein auto zu ihm als kind runter eingeklemmt ist richtig ist alles schon vorgekommen ist alles möglich und es findet halt nur im kopf bei uns nicht statt weil wir zu sehr am materialismus hängen oder weil wir es einfach nicht wissen nein wir müssen den weg zur natur zurückfinden wir müssen den weg zur natur zurückfinden dass die evolution weitermachen kann wir stecken seit jahrhunderten fest jahrtausende eigentlich weil wir im materialismus festlegen wir sind machen uns zu sehr abhängig von materiellen sachen und nicht von der natur selber wir müssen wieder in einklang kommen dann können wir uns auch weiterentwickeln also du meinst mehr ins animalische gehen mehr richtung atavismus meinst du jetzt eher wirklich wieder richtig in einklang mit der natur kommen ich hätte jetzt leute die ich kann sagen die leben in der natur die sind spirituell und mit der natur verbunden ja sowas gibt solche leute gibt ja ja aber das ist halt die sache aber trotzdem der komplette mensch muss wieder mit der natur in einklang kommen nicht nur zwei drei hier fünf sechs da alle dann kann die evolution weitermachen jetzt könntest du mich zum beispiel nehmen als beispiel du weißt ja ich kann ja ganz wenig fühlen kann ja auch ganz schlecht sehen dafür kann ich sehr gut riechen sachen riechen und auch hören ich rieche also manche sachen die andere nicht riechen ich unterscheide die menschen meistens eher am geruch als sechste sehr meistens aber auch schon oder ich spüre die bevor sie da sind weiß zum beispiel in der regel immer zehn minuten bevor mein vater abends zu hause kommt wann er kommt ich weiß dass meine mutter will einkaufen fahren mein vater kommt von der arbeiter mal genau das gekauft was sie kaufen wolle jedes mal okay und sie sind auch so was ja wie so ein sechster sinn dann einfach oder auch beim autofahren manche du spürst das das ist ja genauso beim auto du spürst quasi dein auto ich weiß wie breit das ist wie lange das ist spürst ich habe auch gestern gestern und vorgestern was gelesen hier so warum steckt gähnen an so es ist ja wirklich ein phänomen du siehst jemanden gähnen und meistens musst du dann auch gähnen aber überwiegend passiert das nur bei menschen die sehr empathisch sind die werden dann von diesem gähnen sofort gehen weil es gibt leute die sehen ein gähnen und reagieren gar nicht drauf ja gut das hat mich irgendwie einer anfängt auch direkt mit ich brauche sehen wie einer anfängt dann muss ich schon gähnen aber ich weiß dass ich ein empathischer mensch bin weil ich bin halten fliege und ich bin jetzt hier siehst du es genau dasselbe ist beides dieselbe seite der medaille du gut nur wenn ich windel wechsel habe ich am anfang gestiegen sind ich bin am ende genau richtig und wie gesagt beide dieselbe seite der medaille ja alles kinder richtig vor allem alles menschen die hilfe brauchen und so viel hilfe bekommen sollen wie sie auch benötigt und auch wertvolle menschen manche menschen wie du gesagt hast sie sind am ende die können ihre weisheit ihre liebe weitergeben und kinder die ganz am anfang sind die durch unsere liebe und weisheit erst erblühen die 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 leute müssen nicht mal ihre weisheit weitergeben sondern jetzt habe ich voll vergessen was ich sagen wollte vielleicht setzt mir wieder ein doch jeder gibt irgendwas mit der weisheit einfach nur dadurch wenn ich zum beispiel jetzt jemand habe als beispiel der immer einfach nur fröhlich ist und freundlich ist und der seine guten wellen übergibt das ist auch weisheit so einer bin ich lebensweisheit wie hat eine bewohnerinnen aber gesagt ach sie sind mir von einer sympathisch ist sie sind immer gut drauf herzen habe ich gesagt ja sogar wenn ich nicht gut drauf bin ich kenne mich nur als ziemlich fröhlichen freigeist auch wenn der kopf innerlich teilweise total woanders rumrattert und nicht eigentlich voll die miese bestimmung aber auch wenn die kollegen älter sind als ich oder auch so die kinder die kollegen ich bin immer irgendwie nur der papa ich bin ein richtiger papa mensch ich bin mir ein papa ich bin immer freundlich immer offen immer da aber auch wenn es auf ankommt richtig streng und ich habe meistens das letzte wort komischerweise obwohl ich mich eigentlich immer zurückhalte wenn irgendwas ist diskussionen egal was wohl die kinder also aber die kollegen immer dann was meinst du dazu immer ja klar das ist aber auch geil wir schätzen deine meinung sehr naja aber auch weil ich versuche auch immer also ich bin jetzt nicht so fair aber ich bin immer demokratisch nicht durchdenken und manchmal sage ich ich muss jetzt gerade mal überlegen bevor ich auch eine antwort gebe das mache ich manchmal auch und manchmal gebe ich auch so antworten wo ich dann in aussicht stelle wo ich sage wenn wir das jetzt so machen könnte das und das passieren wenn wir es so machen könnte das und das passieren jetzt müssen wir überlegen wenn wir irgendwie eine mitte finden womit wir alle mit zufrieden sind verstehst du? ja aber ich bin halt auch echt ja jemand ich regel Sachen du sagst mir was ich regel das ja das eine bin ich auch aber was das stimmt manchmal wenn meine arbeit stört ich mach sie zu gut ich mach sie zu gut ich mach meine arbeit zu gut das heißt du bist emotional zu sehr befangen nee weißt du welcher name am öftersten geschrieben wird meine Andi 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 ich bin sehr jung oder egal was ist also ich werde zwar geduzt aber mit Nachnamen angeredet also das habe ich irgendwie das hat sich so eingebürgert das mag ich nicht ich bin nicht der mein 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 Herr Sunso ist mein Vater sag ich immer ja gut es geht ja darum ich war ja ähm vorher also wir haben also altersgleiche Gruppen wo zum Beispiel die Vorschulkinder sind damit die einfach auch schon lernen wie sie die ähm äh Eltern die Lehrer ansprechen also mit Nachnamen aber trotzdem mit Du weil das ist ja quasi die Vorstufe jetzt bin ich mittlerweile bei der altersstufe unten drunter auch mit einer neuen Gruppe wo auch die anderen kleineren sind wir haben es echt probiert meine beiden Kolleginnen mit Vornamen ich habe auch versucht mit Vornamen nein ich bin trotzdem der Herr Jung ich kann machen was ich will nix mit Christian einfach nur Herr Jung ist drin es ist eingebürgert ja und das witzige ist auch bei den Eltern egal was du hast immer nur der Herr Jung aber gut wir gucken aber auch trotzdem mit den Eltern dass es beim sie bleibt und mit Nachnamen ja mich darf in der Firma auch nicht jeder duzen zum Beispiel die PDL die darf mich beim Namen nennen von der stellvertretenden PDL will ich dass die zu mir Herr Sohnso sagt ne ok ja gut wir sind quasi alle wie wir es heute wollen per Du aber das ist aber nicht einfach so nur per Du sondern wenn wir es auch wollen ich sehe das auch lockerer also ich sehe es lockerer mit dem Du natürlich wenn jetzt die Träger kommt da kann ich nicht sagen ey Alter kannst du ruhig Christian zu mir sagen das mache ich natürlich nicht gut habe ich gemacht aber egal ne Quatsch habe ich schnell das war Spaß ne aber du verstehst du äh ich verstehe auch was du meinst und ich bin auch jemand mir ist das egal ob ich jetzt von jemandem geduzt oder gesiezt werde ich habe trotzdem gleich Respekt ja 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 weißt du was ich meine ja ja aber siehst Du das biete ich halt dann wirklich an wenn man eng zusammen arbeitet ich finde Du ist auch wichtig eins mein Kollege ist kann der mich ruhig duzen er braucht mich doch nicht siezen richtig genau hab ich auch schon einen Kollegen gehabt die immer zu mir sie sagt sag ich Alter Du nicht sie das ist ähm mir hängen geblieben damals in meinem Anerkennung was du bist hängen geblieben was warum mit siezen und duzen ja oder warst du noch nicht fertig doch aber ich hab dich auch gerade verarscht ok hast du nicht gerade gesagt du bist hängen geblieben ja jetzt komm raus es gibt aber mal jemand der mehr hängen geblieben ist ja ich ja genau so ah da kam ein Land mit ja aber ich habe kaum was gehört ich habe nur da oder das hat gerade sehr abgehackt bei mir ja ein Discord ist das äh warte mal Das ist ein bisschen weird. Stream, ich entschuldige mich jetzt gleich nochmal für Leggy Stream. Aber was ich nochmal sagen wollte. Mit dem Du und mit dem Sieben Anerkennungsjahr war das ja bei mir so. Das ist bei mir hängen geblieben, bei meiner Anleitung. Die hat zu mir gesagt, warum wir eigentlich den Chef immer siezen. Und der Chef einen selber siezen soll. Weil du Arschloch sagt man leichter als sie Arschloch. True. Das ist der einzige Grund, das ist bei mir hängen geblieben. Das ist wahr. Es ist bei mir echt hängen geblieben. Weil es hat mich damals so überrascht. Auch ein bisschen geschockt. Ich war da 23. Weil ich dachte, nee, oder 22. Also eins von beiden, 22, 23. Und ich so, oh. Okay, wow. Das ist krass. Und meine Anleitung hat mir zum Beispiel auch, obwohl ich die als Kind hatte. Also ich war in dem Kindergarten, in dem ich als Kind war. Aber in einer anderen Gruppe. Also ich kenne die eigentlich von Kindesbeinen an. Erstmal gesiezt. Dann so nach einem halben Jahr, der hat mir das tut dann angeboten. Okay. Das war für mich schon wie so ein Ritterschlag. Auch weil da war ich mit ihr so gleich auf. Ja, ja. Na, hier nochmal Kamera weg. Keine Bewegung, du hast keinen übersprungenen Frames. Na, leider. Wollen wir langsam zum Ende kommen oder wollen wir über noch irgendwas reden? Wir können langsam zum Ende kommen. Weil wir haben jetzt schon dreieinhalb Stunden. Aber Leute, Zuschauer, Zuhörer, hat es euch denn jetzt gefallen? Und wenn eine Antwort kommt, werde ich dir was sagen. Also, Höchststand war, glaube ich, heute neun Zuschauer. Soll ich gerade die Kamera wieder auf? Sind immer noch sieben da, ist gut. Ist gut, oder vielleicht sind sie eingeschlafen. Weil wir so Schnarchnasen sind, ja, ich glaube es auch. So, kippt sich das jetzt hier wieder ein oder nicht? Komm, gib mir noch den flüssigen Spiel. Ach ja, kurz für dich, ähm, weil ich es gerade sehe in den Angeboten. Schau dir ja unbedingt mal Marvel Midnight Sites an. Das gibt es als Enhanced Edition jetzt für 44,99. Sehr schönes Spiel. Da muss ich mal gucken. Und weil du vonst... Vor allem, äh, ich sag mal so, in welchem Spiel kann man mit Blade, Spider-Man und Wolverine, vor allem die letzten beiden jetzt auf einer Xbox, Freundschaft schließen. Dämonen kloppen. Da hast du recht. Und vor allem, die Legendary sogar für 60 Award Season Pass mit dabei. Deadpool gibt es ja jetzt auch schon. Aber ich warte, bis alle vier Figuren raus sind. Okay. Also Venom noch und Morbius. Zum Beispiel. Und hier kriegt sich das Stream auch langsam wieder hin. Das ist schön. Und die Storm ist, glaube ich, auch mit drin. Aber was ich sagen muss, das Einzige, was ich schade finde, das heißt ja Midnight Suns. Die Midnight Suns waren ja eigentlich damals der Mikael Morbius, der lebende Vampir. Dann war der Original-Geister-Rider, äh, Ghost Rider, ich habe immer noch den deutschen Namen, der war mit drin. Dann war... Oh, wer war denn noch mit drin? Dann der Hunter, glaube ich, selber. Okay. Oder zumindest die Mutter von ihm. Und es ist ja sehr verbunden, zum Beispiel auch mit dem Mar... Also auch... Also viel mit dem Buch, was zum Beispiel auch bei dem zweiten Dr. Strange-Teil mit vorkam. Das spielt hier eine Hauptrolle. Das Buch von Vishanti. Das böse Buch davon. Das Darkhold. Sag nochmal. Das Buch von Vishanti und das Darkhold. Das ist quasi Dreh- und Angelpunkt in dem Spiel. Und hier kommt auch deine Lilith vor. Die Lilith ist nämlich die Mutter von der Hauptfigur, die man spielt. Die haben es hier eigentlich gekonnt, geschafft, dieses typische Superhelden-Action mit Magie zu vermischen. Was mir überhaupt nicht gefällt, ist, dass die ganzen Helden... Also es sind mir erstens so viele Helden, die mit drin sind, aber dann auch fast die halben Avengers wieder mit drin. Okay. Finde ich schade. Also ich hätte jetzt Captain America nicht gebraucht. Iron Man, gut, das ist witzig. Weil er sich immer mit dem Doctor Strange fetzt. Aber hätte ich an sich auch nicht gebraucht. Ich hätte auch keinen Hulk gebraucht. Wolverine ist cool, der geht immer. Spider-Man geht immer. Aber zum Beispiel die Wanda ist mit drin, die spielt eine sehr große Rolle. Okay. Der Nikon schreibt... Ist sehr wichtig. Die hätten mal die PSX-Version von Blade remastern können für Playstation 4 oder sowas. Es gab ein Spiel von Blade. Aber für die PS1 oder 2 war das doch, glaube ich, damals, oder? Er hat PSX geschrieben. Das ist eigentlich die Playstation 1. Ah, der war es vom 1, aber das weiß ich. Das kam damals raus, als der erste Blade-Film kam, Wesley Snipes. Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nochmal? Da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ja. Und hier der Blade ist halt echt genial getroffen. Der hat auch viele, wie er kämpft. Also der nutzt quasi seinen Blutdurst zum Kämpfen. Also Wesley Snipes hat in dem ersten Film richtig rot ausgesehen. Ja, der war richtig cool. Das sage auch ich als Hetero. Richtig gut. Im zweiten hat mir eigentlich... Der zweite hat mir eigentlich sogar am besten gefallen, wenn ich ehrlich bin. Der dritte war scheiße. Die Idee fand ich toll fand, mit den Vampiren, die eigentlich andere Vampire als die Spannungsquelle haben. Ja. Und den Nomek, den fand ich sehr, sehr interessante Figur. Vor allem, das war kein reiner Böser, aber auch kein richtig Guter. Stimmt. Und Nikon sagt, ja, es gab's, aber war Playstation, also PSX, und war grafisch schlecht. Ja gut. Es war halt alt, ne? Ah ja, Playstation 1. Da war gar nichts grafisch gut. Naja, ist Ansichtssache. Es ist halt Vintage. Retro, nicht Vintage. Retro, stimmt. Was ist Vintage? Vintage sind Schallplatten, gell? Vintage sind alte Filme. Meistens Porn. Warum sagt man nicht bei Filmen, Retro? Das habe ich nie verstanden. Wo man bei manchen Retro sagt, bei manchen Vintage. Ah, I don't know. Ich auch nicht. Das ist ein ewiges Rätsel. Das wird's auch bleiben. Ja. Höchstwahrscheinlich. Und weil du von uns gesagt hast, wir sind ja so drei Stunden am Labern, weißt du, wie lange ich schon online bin? Seit fünf Stunden und 42 Minuten und 30 Sekunden. Aber ich bin schon seit fast sechs Stunden hier am Stream, ne? Ist doch cool. Ja. Und es geht fast, ich fand alle drei Filme nice, aber traurig, wie sie seinen Freund hin gerichtet haben. Aber Filme für damals war schon... Ja, also ich fand den dritten nicht mehr. Der war jetzt den Wurstler, gell? Ja. Ich fand den dritten nicht mehr gut und von Dracula war ich sowieso enttäuscht. Auch den Dracula fand ich cool, weil der dritte auch gut gefallen, aber ich sag mal so, nach dem Zweier, also der Einzel, der war eh überall mal haben. Der Zweier hat mir noch mal besser gefallen als der Einzel. Vor allem, weil sehr viele Comicreliefen mit drin war. Der Dreier, ich fand ihn schon gut, aber er war halt ein bisschen... Ich weiß nicht, er war ein bisschen... schwächster für, finde ich. Das sehe ich definitiv auch so, aber er war trotzdem gut. Vor allem, ich fand es halt witzig zu sehen, wie der Blade eigentlich von seiner Art her ist und wie er dann mit den anderen da zusammenkommt. Zum Beispiel die Tochter von Whistler, die sich dann eine Playlist erstellen muss. Ich kämpfe gegen Vampire, ich mache mir meine MP3-Player oder Walkman rein, keine Ahnung, was das damals war, und kämpfe dann. Ich kriege doch nichts mit, ich höre doch gar nichts. Also ein Vampir musst du alle Sinne gespitzt haben. Das war für mich so ein bisschen lächerlich. Das war ein bisschen will, ja. Aber ich fand die böse Vampirin, die fand ich gut. Die hat sich bei mir eingebrannt, die fand ich richtig gut. Die habe ich voll verdrängt. Aber das Witzige ist ja, der Hannibal King, der hier vorkommt, ist eigentlich im Original mit dem Whistler zusammen, also einer von beiden war zuerst, aber sind beides eigentlich Mentoren vom Blade. Ich glaube sogar, der Hannibal King war der erste und der war auch ein Vampir, meine ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder er wurde zum Vampirmuster, der löst werden, eins von drei. Aber das ist halt so ein Origin-Charakter von Blade. Okay. Allerdings war der nicht so witzel, war der nicht so übertrieben wie hier, aber eigentlich war der Hannibal King, wenn du es ganz genau nimmst von seiner Art her, von der Darstellung her, eigentlich schon Deadpool. Ah. Und Janikon meinte, eins zu eins. Eins zu eins vom Typ her, aber eigentlich war der Hannibal King eher Stoiker, von dem hat er Blade halt viel. Von seinen Charakterzügen her. Also vom Comic-Original rede ich jetzt. Ich finde es nur schade, dass der neue Film so struggelt. Beziehungsweise, glaube ich, der momentan auf Reich gelegt ist. So struggelt. Achst du? Red deutsch mit mir. Die wollen ja einen neuen Film drehen, aber es kommt nicht zustande, weil ich glaube, zwei, drei Regisseure sind schon abgesprungen und so Sachen. Ja, ich muss halt sagen, ich brauche keinen neuen Blade. Ich habe die Trilogie und die reicht mir. Ach, doch. Wenn der genauso heiß aussieht wie der andere? Ja gut, aber wenn ich jetzt an die Serie denke, die war ja übel. Die war ja sauschlecht. Was für eine Serie? Es gab eine Blade-Serie. Mit Stats Johnson. Mit wem? Stats Johnson. Irgendwie so ein Rapper, der dann den Blade spielt. Da haben sie ihn halt dann eher ultimativ dargestellt. Also im Ultimate hat der Blade eine Klatze. Und sieht eigentlich genauso aus wie die Luke Cage, der im Ultimate auch eine Klatze hat. Wo du denkst, sie sind Zwillinge. Vielleicht sind das aber auch eine und dieselbe Person, nur aus zwei verschiedenen Universen. Nein. Luke Cage nicht. Nein. Doch. Luke Cage hat ja unzerstörbare Haut und... Okay. Und Blade ist ja ein... ein Damp hier. Deswegen passt ja nicht. Ein Daywalker. Zumal der Luke Cage rein theoretisch viel mächtiger ist. Der Luke Cage könnte den Blade nehmen und in die Luft zerreißen. Der Blade würde sich die Reihen theoretisch wenn er den Beißen möchte, die Zehen abbrechen. Und die wachsen nach? Äh, ja gut, aber... Der Luke Cage müsste den rein theoretisch... Also er ist nicht so mächtig wie der Hulk. Nicht falsch verstehen. Hulk ist... Der Hulk. Äh, ja, ähm... Unmächtig. Also allmächtig, was die Wünter erwürt. Außer Superman. Der ist noch stärker, weil der immer so stark ist, wie er es braucht. Höhöhöh. Äh, Loser. Ist so. Und wenn du einen Hulk gegen den Saiyajin stellst, macht der Saiyajin den Hulk platt? Ja gut, das schon. Obwohl rein theoretisch wäre der Hulk im, ähm... im Dragon Ball Universum wäre der vielleicht sogar ein Gott für die Saiyajin, weil er ja durch seine Wut immer Kraft zieht. Also wenn er da so diese... Er würde ja dann auch eben, äh... bei Sägerin, da wäre er vielleicht wie the Broly. Ja. Und seit ich mir ja stärker muss die Nersian im Tod sind. Aber nur bis zum gewissen Grad ging das. Das haben sie irgendwann auch mal gesagt. Also beim Vegeta und beim Sankoku geht das nicht mehr, das ist ausgeschöpft. Hatten sie irgendwann mal erklärt. In irgendeinem... Irgendwo haben sie es erwähnt. Ich weiß nicht. Koko ist einfach schon so oft gestorben. Naja, siehst du mal. Aber trotzdem halt, wie gesagt, deswegen finde ich es eine Farce, deswegen... Der Hulk hat ja seine Schwächen. Der kann ja bis zum gewissen Grad und irgendwann ist er halt durch. Weil er zieht ja auch seine Energie... seiner Umgebung Energie ab für seine Kraft. Und jetzt nimm mal Superman. Da heißt es einfach, seine Stärke ist unendlich. Der ist immer so stark, wie er es braucht. Sie hatten das ja mal geguckt. Über irgendwelche Leute und verglichen. Und Superman ist von seiner Kraft her stärker als Super Saiyajin 3. Weil der kann zum Beispiel... Gut, wie er es gemacht hat mit dem Antigravitationskürtel, ist halt Superheldenzeug, aber der hat die ganze Erde gezogen. Das könnte ein Super Saiyajin jetzt zum Beispiel nicht. Also Super Saiyajin 3. Wie das jetzt mit Gott ist, keine Ahnung. Aber verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Und dann kommt halt immer er ist so stark, wie er es braucht. Das heißt, du hast quasi eine Mary Sue gemacht. Der ist unbesiegbar, aber dann mit Batman hinunbesiegt. Wenn du danach gehst, könnte Batman jeden besiegen. Reit theoretisch. Mit der richtigen Technik, ja. Aber jetzt nimm mal den Son Goku, der hat extrem gut gegessen, ist so schön, hat Durchfall oder irgendwas gut gegessen. Pups! Er pupst ja genauso ungefähr. Er pupst Batman ist ein schwarzer Placken auf der Wand. Rein theoretisch. Eklig, aber ja. Ja, oder wenn Son Goku überschwänglich ist, hat er ihr schon bei der Chi-Chi gebracht, klopft ihr auf die Schulter und sie fliegt durch die Wand. Ja, das war geil. Bei Dragon Ball halten die Menschen in der Regel ja eh mehr aus. Ja, bei One Piece genauso. Machst du das beim Batman, hockt er direkt im Rollstuhl. Oh, der ist tot. Ja, oder so. Gut, kommt drauf an, wie stark seine Rüstung dann ist. Wer leider anhat. Gut. Ja, genau richtig. Oder dann halt so Sachen. Superman hat ja auch eine große Schwäche. Weißt du, wer ihn schon mal getötet hat, war allerdings nur ein Abbild von Superman mit identischer Stärke. Weißt du, auf wem er getötet wurde? Batman? He-Man. Mit dem magischen Schwert, weil He-Man ist ein Wesen aus purer Magie und seiner Kraft. Das heißt, der ist Superman überlegen. Wie kommt denn das Universum? Durch den Skeletor, der hat ein magisches Portal geöffnet. Der ist in diese Welt gestrandet, weil der Kuh ist verdorben und ist böse und dann ist der Skeletor in die DC-Universum-Welt. Ah, DC-Man, ja. Und bei He-Man ist es ja so, die gehören ja zu DC-Comics, die Comic-Hefte. Mittlerweile, glaube ich, ja. Es war schon immer, schon seit den 80ern, weil das haben nämlich damals diese kleinen Mini-Comics, die bei jeder Figur war, das waren alles DC-Comics, die gezeichnet wurden. Und die hatten auch damals in den 80ern schon einen Kampf gehabt, der Superman und der He-Man. Aber zuerst war das He-Man-Spielzeug da. Jein. Doch. Die haben das Spielzeug überlegt und haben gesagt, die brauchen einen Hintergrund. Richtig. Und dann haben sie die Comics-Reime, so kleine Mini-Comics, wo steht, wer die Figur ist. Das sind alles DC-Comics. Aber alle von DC-Autoren, nämlich geschrieben worden, die haben nämlich dann einen Vertrag gemacht. Okay. Dann nehmen sie fast das selben Universum. Und das heißt, beim Spielzeug diese Comics, wo alle von den Figuren waren, alles von DC-Union. Irgendwann haben sie dann richtig die Geschichten ausgebaut. So, und jetzt ist es halt so, die Mutter vom He-Man ist ja von der Erde, der eine Astronautin, die da irgendwie gelandet ist. Und die stammt entweder aus Metropolis oder Gossam City, ohne Flux. Und deswegen ist das dann halt auch der Grund, warum dann der He-Man da mal rumturnt. Ah ja. Und dann gibt es auch noch mal ein Crossover zwischen der Injustice-Videospiel-Reihe und zwischen He-Man. Das geht dann quasi weiter nach Injustice 2. Da haben sie dann das Ende genommen, in dem der Batman verloren hat. Okay. Und da die Brainiac angeschlossen wurde. Ach, Brainiac, ja. Ist auch ein Gegner im DC Universe Online. Ja, und Brainiac ist meiner Meinung noch ein der überschätztesten Superstrecken überhaupt. Ich finde ihn total langweilig. Ja, seine Taktik ist langweilig. Ja. Lobo ist cooler. Aber tausendmal cooler. Aber ist ein Anti-Held. Das wäre mal mein Wunsch-Crossover. Lobo kennst du, oder? Ja. Lobo und Deadpool zusammen in einem Kommen. Das wäre mein Wunsch. Weil der Lobo ist quasi das, was der Ted-Pool heute ist, nur war es halt der Lobo in der 90er. Hm. Ich sag mal so, es gibt ein Comic-Heft, das ich hab, der heißt, das heißt Lobo in Fantasy. Da geht's halt darum, der Lobo ist ja ein geiler Hengst. Weißt ihr ja? Ja. Und seine ganzen unehelichen Kinder, ich glaub ein paar tausend, schließen sich dann zusammen und wollen ihn töten. Interesting. Und der bringt die alle nach und nach um. Aus Versehen, die meisten. Das ist dann so erst gemacht, so auf Militär. Er wird da nämlich eingezogen, muss ins Militär gehen, weil er das noch nie geleistet hat. Okay. Und da ist zum Beispiel einer von seinen Söhnen, der rasiert ihm komplett die Haare. Gut, dafür... Ja gut, der sieht dann am Ende aus wie ein Aschenfächer, der sind von ihm dann. Und dann sagt der eine so, und er stirbt. Das war's wert. Das sind seine letzten Worte. Geil. Du verstehst, und dann sein... Und der Endkampf ist dann gegen seine eine Tochter, die unheimlich mächtig ist, also so ungefähr auf seinem Kraftlevel. Und das heißt, der ist ja so stark wie Superman. Da kannst du dir vorstellen, wie sie dann kämpfen. Weißt du, wie Lobo gewinnt? Wie? Indem er eine Dose Boden ist und einen Atomfurz ablässt. Und da bleibt von ihr nur noch die Schädeldecke übrig. Und warum ausgerechnet die? Einfach so. Ha! Weil er nämlich im Kampf wie auch die Haare so abgerissen hat, dass er dann... Er hat sie skalpiert, aber sie hat es halt überlebt, weil sie ja seine Gene hat. Ah ja, das gibt's auch im neuen Evil Dead eine schöne Szene. Berat mir nix. Ich hab den noch nicht geguckt. Ich auch nicht. Den gibt's ja noch nicht. Aber ich hab den Trailer gesehen. Ich hab den Trailer gesehen. Ich hab auch keine Dueller gesehen, weil ich das alles selber erfahren möchte. Ja, das wirst du auch. Ja. Und hier kommt der Spoiler. Schau mal, nur der kommt ins Kino oder dann auf Blu-ray, wenn nix. Und wieder nur so... Und nicht so, wie der nur so als Streaming wird. Also der ursprüngliche Plan von Warner Bros. war ab auf HBO Max. Aber da der bei Vorführungen so gut angekommen ist, hat Warner Bros. gesagt, ab da kommt ins Kino. Ja, ich weiß, das hatte ich gelesen. Da hab ich mich sehr drüber gefreut. Ich hoffe, dass er dann auch auf Blu-ray rauskommt. Und ich hoffe, dass der Film hält, was er verspricht. Ja, das hoffe ich auch. Obwohl ich sagen muss, für mich eine Sache... Gut. Beim Zombie, der von 78, mit den Zombie-Kindern, ja. Aber ich muss das nicht unbedingt haben, weil das geht mir dann zu nah. Ich brauch das, weil ich würd das realistischer finden, wenn auch mal Kinder von sowas gefickt werden. Realistisch? Ja. Siehe Dead Space. Aber bei Dead Space ist es halt... Mir tat das dann halt auch leid, aber das war dann halt so weit abnorm. Aber ich brauch's nicht. Es gehört dazu, auch mit den Säuglingen, es gehört halt dazu, weil es halt einfach nur heißt, wie sterblich jeder ist, wie letal alles ist. Richtig. Aber ich brauch's nicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es da eine Space Station gibt am Titan-Mond und die haben nur Kids da, you know? Tja. Ja, ich find das schon gut, dass auch Kinder jetzt mal im neuen Tanz der Teufel mit reingezogen werden. Das war ja damals beim... Ännerst du dich noch? Das gab's aber... Nee, glaub, gab's auch noch nicht. Bei dem ersten Silent Hill-Spiel. Das wurde ja in der deutschen Mission geändert. Da gab's ja in dieser Schule am Anfang Zombie-Kinder. Bei uns im Deutschen haben sie dann das Skorpion-Wesen draus gemacht. Ha. Das haben sie nicht gespielt. Nur das Vierer. Ja, aber das weiß ich. Oder wenn ich jetzt an die Zombie-Kinder denke vom zweiten Resident Evil-Film mit der Billa Jochowitsch. Die Szene fand ich sehr, sehr gut. Ja. Gespielt. Fand ich auch. Nee, das war so eins. Es hat mich auch ein bisschen, wo ich denke, ja... Es hat mich auch ein bisschen so, also auch emotional berührt, auch weil ich diese Reporterin, ich mochte die. Okay. Weißt du, dass da ein neu animierter Film kommt? Ja, weiß ich schon. Okay. Ich war... Aber ich bin gespannt, wie es ausgeht, weil ich muss sagen, es mich nervt schon wieder, Leon. Ich kann den Typen mittlerweile nicht mehr sehen. Ich krieg die Krise. Weißt du, dass wir eigentlich... Du könntest ja wirklich so ein schönes Ding machen. Man hat ja kurz die Jill gesehen. Chris und Jill. Back to the Roots. Und dann frage ich mich, ich hatte ja schon im anderen Teil, gut in dem Vendetta, dass da zum Beispiel die Rebecca dabei war. Und ich muss jetzt sagen, für mich der Damnation, also der... Oder der Generation, also der erste Teil, der animierte, auch mit der Claire. Ja. Der hat mir am besten gefallen. Ja. Dann kam halt der... Der zweite Film, da gucke ich mir eigentlich nur das Ende an, weil davor, das ist mir alles zu langatmisch. Und vor allem, nachdem der Dio zum zehntmal ungefähr gesagt hat, ich hab doch eigentlich Urlaub, hab ich dann, Mann, du Pussy, ey. Mir geht der Dio halt nur auf dem Sack, er hat am öftesten Screentime im Resident Evil Universum gekriegt und das nervt mich extrem. Dabei finde ich, es steht eher Chris zu, Jill zu, was ist mit Barry, Ja, genau. Also Chris ist ja meine Lieblingsfigur, das weißt du ja. Jill. Meine männliche und bei mir war die weibliche Lieblingsfigur die Rebecca und dann kommt schon die Jill. Und dann die Claire, also die teilen sich so, Claire und Jill. Wenn ich überhaupt nicht mag, ist die Ada. Und da hab ich mir halt auch gedacht, im Film, ich hoffe, dass der Leo nur kurz vorkommt, weil das ist halt dann was, das könntest du die Bühne machen, vor allem auch mal mehr die Beziehung zwischen Chris und Jill. Weil ich bin der Meinung, die sind beide irgendwie, die lieben sich. Aber die schaffen es beide einfach nicht, das überzubringen. Ich glaub, die haben sich gelebt, das ist jetzt nicht mehr so. Ja gut, jetzt denk mal am fünften Teil, wenn er oder bei, nee, im fünften Teil kam das nicht, das kam bei Revelations kam das, wo immer wieder sagt, ihre Hand, ich konnte einfach ihre Hand nicht halten, wenn das so nachging. Und dann hat er das halt im fünften, wo sie dann ja die Bird Lady ist. Der fünfte Teil ist ja mein absoluter schlimmster Teil, den mag ich ja überhaupt nicht. Aber ich lieb den Wesker. Ja, der Wesker ist cool, aber leider viel zu sehr überzogen als Comic-Schwurk. Ich find, das Ende war von ihm doof. Die wussten nicht mehr, was er aus ihm machen soll. Sein Gott Komplex, der war fehl am Platz. Ja, der hat nicht gepasst. Kennst du Umbrella Chronicles? Hab ich da nie gespielt. Da ist er am besten getroffen, weil er nämlich immer derjenige ist, der im Hintergrund ist. Die fähren sie. Er hat ja, also das fängt ja dann, du hast ja von jeder Figur Parts. Es fängt halt damit an, er wacht auf, kurz bevor, also erstmal kommt er bei Zero vor, stellt die und die Probe. Hat so seinen russischen Gegenspieler, muss sein, guter Amerikaner, auch wenn er böse ist. Noch böserer, irrer Russe. Der hat zum Beispiel immer ein Messer geleckt und da sein Blut irgendwie dann immer dann geschluckt, irre halt. Das war quasi seiner, gegen den hat er gekämpft. Er wird später auch zu einem BOW. So, dann hast du halt bei Resident Evil 1, Wesker wacht auf, nachdem der Tyrant ihn umgebracht hat. Er hat sich das ja vorher gespritzt, das weißt du ja. Ja, ja. Und dann versucht er halt rauszukommen. Er wundert sich selber über seine Kraft. Eine Chimäre greift ihn an und er schafft es, sie abzuwehren. Was ein Insider-Gag ist, weil es gibt ja den geheimen Tod, wo er von der Chimäre getötet wird. Ja. So, schafft es, grint raus. Dann hat er mit der Lisa zu kämpfen und er schafft es halt dann, sie in der Eingangshalle unter dem Kronleuchter festzupinnen, sodass sie durch die Explosion stirbt. Das wäre sie entkommen und hätte bestimmt überlebt. Und ich glaube, die hat die Explosion auch überlebt. Ne, hat sie nicht. Die ist nämlich verbrannt. Weil die war nämlich noch nicht so feuerfest. Ah, okay. Offiziell bestätigt, dass sie gestorben ist. Okay. Hatte mich damals auch interessiert, weil sie so unheimlich robust war. Ja, aber durchs Feuer nicht, weil das Feuer hat sie quasi und die Explosion hat sie komplett ausgelöscht. Okay, okay. Also war damals, also stand so. Trauriges Schicksal. Dann kommt er halt raus, rennt erstmal und er lacht einfach nur über seine Möglichkeiten. Dann kommt es in Resident Evil 2, wo er eigentlich nur die Ada anweist. Er ist auch quasi der, der die Ada dann rausholt, nachdem sie dann, also da war er damals das Kanonende, Leon B-Szenario, wo er sie dann quasi rausholt, wo er wirklich nur der Strippenzieher hinten dran ist. Dann hatten sie den, den Dreier, wie war denn das im Dreier nochmal? Genau, da war er auch irgendwie immer mit drin, also er war quasi immer nur... Ja, da der Dreier zeitgleich wie ein Kleier spielt, würde er das in den Viergauklen. Ja, nein, nein, ich meine, da war er selber auch noch nicht präsent, aber hat quasi den einen, da gibt es doch den einen Afroamerikaner da. Von denen, also... Ach, wie hieß er nochmal? Der eine Russe, der eine irre Russe, der ja da auch... Du hast gerade noch Afroamerikaner gesagt, das ist Nikolai Schirwanchev, oder irgendwie so. Ja, genau, der Nikolai und der Afroamerikaner, der ja im Remake eine ganz andere Rolle hat, das war eigentlich der Kontaktmann da vom Wesker. Und weil er ja stirbt, hat er quasi die anderen Kampfdaten nicht. Die werden irgendwie trotzdem aber an den Wesker gesendet. Aber der hätte eigentlich mehr sammeln sollen. Okay. Dann im Vierer ist er quasi ja auch im Hintergrund drin. Und am Ende von Umbrella Chronicles gibt es ja nochmal ein Szenario. Da spielt man dann Chris und Jill wieder. Aha. Und die beiden müssen dann quasi... Das ist dieser letzte Kampf gegen Umbrella, wo sie quasi in die letzte Basis in der Arktis eindringen, das die noch haben. Entweder Arktis oder Russland. Eins und Bein auf jeden Fall. Es war Winter und viel Schnee. Und da kommt dann der Albert Wesker auch mit dem Ausfitt, das mir gut gefällt. Er hat quasi seine taktische Hose, hat einen Rollkragenpullover, hat da auch lauter taktische Taschen, hat dann nochmal so einen... Aber so wie eine Art Bläser hat er dann an. Ah, okay. Und er kämpft sich quasi durch. Und während Chris und Jill die neueste BOW besiegen, Talos, also ein Tyrant mit Raketenabwehrsystem eingebaut. Talos ist auch ein Kürzel für Tyrant und also wäre unheimlich mächtig gewesen. So, die schaffen es zwar, den Talos zu besiegen, aber die Hauptarbeit hat dann der Wesker, der kämpft nämlich dann gegen den Sergei, der sich dann halt selber entwickelt. Der sieht dann quasi aus wie so ein Wesen mit seinem Knochen trägt da außen quasi. Der Vorsicht vor seiner Brust. Der Tyrant-Prototyp. Und da stellt sich dann, also der Sergei meine ich jetzt. Ja, der Tyrant-Prototyp. Nee, das ist nochmal ein anderer. Das war doch Sergei. Chris und Jill kämpfen gegen Talos. Und der Sergei ist quasi einfach nur wie der Birkin, kannst du sehen. Also eine eigene Form, der dann mutiert mit einem eigenen Virus. Okay. Und gegen den spielt dann der Wesker im Hintergrund. Und nur weil der Wesker es schafft, gegen den Sergei zu gewinnen, können die anderen eigentlich erst den Talos besiegen, weil er nämlich dann die Sperre von dem erledigt. So. Dann am Ende ist ja alles zerstört. Wesker hat gewonnen. Und Wesker hat auf mehreren USB-Sticks alles, was von Umbrella ist. Dann sieht man ihn einfach nur in einem dunklen Raum vor einem Bildschirm mit dem USB-Stick von Umbrella. Er hält ihn zwischen seinen Fingern, grinst. Er hat ja so sein Haifischartiges Grinst. Jetzt habe ich alles. Jetzt bestimme ich den Markt. Fertig. Das war für mich Albert Wesker. Aber der Gottkomplex war echt fehl am Platz. Ja, der hat nicht gepasst, so wie ich es gesagt habe, so hinten dran. Aber so an sich mit dem Mantel und alles, mit diesen Fähigkeiten fand ich schon geil. Ja, die resultieren ja daraus. Das fand ich auch schon gut. Deswegen fand ich es aber nicht gut, dass man so mit dieser alten Mechanik gegen ihn kämpft. Das hat nicht gepasst. Und er hätte sich nicht selber zum Uru-Burus verwandeln müssen. Das war auch fehl am Platz. Ja, das hat auch nicht gepasst. Und dann, was für mich der schlimmste Fehler war, dass die Jill nicht mit dem Chris zusammen den letzten Streich machen durfte, sondern diese Schieber, das Katzenfutter da. Ja. Das war für mich so wie ein Schlag ins Gesicht als Fan. True. Er hat sich nicht so gestanden. Normalerweise hätten sie es dann machen können. Also, was mir besser gefallen hätte, ich mag ja den Chris sehr gerne. Ja. Er kämpft gegen den Albers Wesker. Die Jill ist im Hubschrauber. Die erholt sich. Sie sieht, dass Chris am Verlieren ist. Aber der Chris merkt das selber. Irgendwas macht. Er zündet Granate, was weiß ich. Er boxt den Stein weg. Was denn? Er boxt den Stein weg. Ja, von diesem Endboss Stein. Auf jeden Fall, dass er sich dann quasi fast opfert. Oder er opfert sich mit dem Wesker. Wesker ist noch nicht tot. Und dann kommt ein letzter Schuss, Raketenwerfer, irgendwas, was ihn am besten irgendwas so mit, was BOW zersetzt. Wie damals bei der Alexia. Und dann ist er wirklich tot. Und die Jill sagt, das Kapitel ist endlich abgeschlossen. Und sie hört dann auf. Dann siehst du sie halt als alte Frau, ein paar Jahre später, wo sie dann ein Bild von Chris hat und so, und sagt, du fehlst mir. Aber mit Wesker, das Kapitel, das ist für sie alles abgeschlossen. Sieht man auch in der verstaubten Vitrine ihr Barrett, irgendwie sowas. Und ihr Stars abzeichnet dann dieses Bild, was du im zweiten Resident Evil hast, mit dem Hubschrauber, wo die alle davor sind, wo die Rebecca noch nicht drauf ist. Ja, ja. Das wäre für mich eigentlich so ein perfektes Ende für diese Figuren. Aber da diese Bio-Sachen nicht nur alle am Albert Wesker hängen, sondern noch mehr dran, kann die Jill nicht so ein Leben führen. Nein, aber deswegen sag ich ja, aber du hast ja beim Chris gehabt, dass er ja gebrochen ist, teilweise. Ja. Weil er seine Partner hat verloren. Und das meine ich, dass das ihr Ende ist. Ja, nicht nur deswegen. Hast du den Sechser eigentlich mal als Chris gespielt? Ja. Auch durchgespielt? Ja. Da wird es ja auch schön gezeigt, wie er da wirklich knabbert. Also deswegen ist er auch ein guter Anführer. Er ist ja mittlerweile dann auch Captain, wie der Wesker ja damals war. Weil ihm seine Leute richtig kümmern, er richtig mit reingeht, dass ihm das alles so weh tut. Und deswegen war er irgendwann so emotional und war dann auch zum Beispiel irgendwann so abgestumpft. Das war ja in Revelations, war ja sehr kalt. Viele werden mich hassen, aber ich finde ihn in Village am besten. Ja, fand ich auch gut. Weil du hast halt gesehen, er arbeitet im Hintergrund. Eigentlich nimmt er dann eigentlich mehr die Rolle an, die der Wesker damals hatte. Ich finde eh, die spiegeln sich. Und er will auch ein bisschen, er agiert auch ein bisschen eiskalt. Weil muss er machen, damit er rankommt, an was er ran will. Richtig, aber er tut es aus anderen Gründen als der Wesker. Ja. Das schon. Der Wesker tut es für, eigentlich tut er es ja nur für Profit. Der Wesker will nicht der Böse sein, er will nicht der, er will kein Meister sein. Er will ja einfach nur gewinnen. Er will die Gewissheit haben, dass ich die Macht, dass er die Macht hat. Aber er muss ihn nicht unbedingt einsetzen. Oder halt für, ich fand halt im Fünfer war er wie ein super Schurke. Ein Gottkomplex, völlig fehl am Platz. Ja, ein super Schurke eigentlich. Der war wie Vilex Loser mit Superkräften. Ja. Verstehst du aber, worauf ich raus will? Das hat nicht gepasst. Aber so mit dem Chris, das finde ich halt das Interessante, dass die sich dann irgendwann so ähneln. Mir hat er auch da sehr gut gefallen im Village. Weil das eigentlich eine logische Weiterentwicklung der Figur ist. Richtig. Vor allem, wenn du dir mal anschaust mit seinen ganzen einsamen Wölfe-Team, was er da jetzt gemacht hat. Du musst mal überlegen, die duzen sich untereinander und ihn siezen sie. Ja. Chris, sie. Er ist der Einzige, weil er so außen vor ist. Er will jetzt keinen Kontakt mehr zu seinen Leuten haben. Ich glaube, das mit dem Pierce hat ihm sehr wehgetan. Das hat ihn ein zweites Mal zerstört. Der Pierce war ja verliebt in den Chris, aber der Chris glaube ich nicht in ihn, also ich glaube nicht in ihn war. Ja, ich weiß. Aber der Pierce war es, ja. Das war sein Schützling. Ja, genau. Aber der Pierce hat halt den Chris richtig geliebt. Also ich glaube, also abgesehen davon, dass er wirklich, also der Pierce hieß ja auch der Schwule. Es war auch ein sehr emotionales Ende für ihn, muss ich sagen. Das haben sie gut geschrieben. Nochmal? Und Pierce, sein Ende war ja auch sehr emotional. Das war echt gut geschrieben. Richtig, genau. Und da hat man halt auch gesehen, dass der Chris den Pierce in gewisser Weise auch liebt, aber nicht so auf der sexuellen Ebene. Das war für mich eben wie sein Sohn. Genau, richtig. Das war für mich eben wie Vater und Sohn. Das ist genau so, wie sie es halt immer mit dem Batman haben. Damals hieß es ja Batman schwul wegen Robin. Nein, der Batman hatte den Robin als sein Protégé, weil er halt erstens wusste, er kann nicht ewig den Kampf gegen das Verbrechen führen. Und zweitens, weil er sich in ihm gesehen hat. Das war für ihn auch sein Sohn. Das war für ihn kein Liebesobjekt. Batman liebt Catwoman. Und auch Sacha Bordeaux und auch Julia Pennyworth, also wirklich die Tochter von Pennyworth, die hatten was. Der Batman ist der einzigste Superhead, den ich kenne, der, also der, beziehungsweise der Superhead mit den meisten sexuellen Beziehungen. Der James Bond unter den Superhelden. Unter den Superhelden. Der hatte, glaube ich, in seiner ganzen Geschichte 50 verschiedene Frauen. Silversand, Silversand Claude. Von ihr habe ich jetzt in der Vornamen war, er ist Rusevich. Das war auf jeden Fall eine, das war eine russische Pianistin oder tschechische, eine tschechische Basis. Und die haben sich richtig geliebt und er hat ihr sogar gesagt, dass er Batman ist, irgendwann. Und für sie war es schwer, aber sie hat es akzeptiert. Aber dann hat der Matt Hatter sie halt auf brutalste Weise instrumentalisiert und getötet, aber sie wusste das nicht. Da ist der Batman-Stück auch zerbrochen dran. Passiert. Und er hatte dann erstmal lange Zeit, ich zitiere Alfred, äh, seelenlosen Sex, seelenlose Liebschaften. Ist auch geil. Tatsächlich, der hat sich da einfach nur die Höhne abgestoßen. Und Batman hat auch einen Spitznamen von der Silversand Claude damals gekriegt. Der wäre... Didi. Didi steht für das dreckige Dutzend in ihrer ersten Liebesnacht, das er hat. Okay, wir gehen da nicht mehr aufs Detail sein. Und Batman hat eine eigene Insel, hat mehrere eigene Inseln, also Bruce Wayne. Und da ist er auch mit ihr und die treiben es so laut, dass irgendwann der Aquaman vorbeikommt, weil die Delfinien rufen. Irgendjemand schreit immer ganz laut Didi und der Aquaman denkt, da wäre jemand in den Boden. Und dann ist er erstmal ganz baff, dass er den Bruce dann sieht. Fremdherr. Tatsache. Der Autor, der das geschrieben hat, muss definitiv, äh, pümpern. Ich glaub, den kennst du bestimmt. Kevin Smith ist das gewesen. Ach, klar, ist ja... Ja, klar. Kevin Smith, ja. Aber der hat das Genial geschrieben. Seine beste Rolle ist seit Silent Bob. Richtig, genau. Auf jeden Fall. Und dann spricht er auf einmal und Jay völlig, was? Du sprichst ja. Na klar, ich hab noch keinen Bock. So gut. Ja, oder in Dogma war sein einziger Satz keine Fahrkarte, der war richtig lustig. Und bei Jay und Silent Bob, ähm, also beim ersten Jay und Silent Bob Film, wenn er dann halt wirklich sagt, du Vollidiot, lese jetzt endlich das nochmal chillt. Ja, genau. Den zweiten hab ich noch gar nicht gesehen. Und beim anderen hat er auch irgendwann geredet beim Remake. Den hab ich noch gar nicht gesehen. Davon, also eigentlich beim Nachfolger. Ja, der hab ich... Hast du den mal geguckt? Nein, den hab ich noch nicht gesehen, nein. Den musst du gucken, Jay und Silent Bob 2. Die machen sich auch selber total lustig. Zum Beispiel seine Tochter, die Harley Quinn, spielt da mit. Und die spielt die Tochter vom Jay. Okay. Und das Witzige ist, die machen sich vorher noch drüber lustig, über den Kevin Smith selber, sagen, hier, der Typ baut ja, egal wo es geht, seine Tochter ein. Und dann sagt er einen, oh, ich kann die Harley Quinn nicht mehr sehen. Die heißt ja wirklich... Der hat er ja noch der Figur benannt. Ich mag die Harley ja auch sehr gerne. Okay. Ja, und dann spielt sie dann da die Tochter. Und Ben Affleck spielt mit. Und dann querverweist, wie die Leute ihn wegen Batman hat, als so gedisst haben. Hm. Und also den Film, den musst du auch schauen. Den fand ich auch sehr gut. Der lebt halt davon, dass er sich selber parodiert und sich auch selber rezipiert. Ja, der parodiert und sich selber, ja, das weiß ich. Der ist genial. Ich fand ihn sehr genial, auch auf Beta-Ebene, aber halt auch mit dem ganzen Fanzeugen. Weil, wenn man ehrlich ist, wen interessiert das, was zum Beispiel bei Star Wars Kardon ist und was nicht? Gut, ich habe gesagt, ich habe den Überblick verloren. Was jetzt in der Timeline zählt und was nicht. An sich sage ich aber immer, es sind gute Geschichten und die können auch für sich stehen und es ist eigentlich scheißegal. Ja. Weil mit Disney ja damals ganz viel verändert wurde. Hat ja auch einer gemeint. Wie kannst du dich Star Wars-Fan schimpfen, wenn du das von Disney akzeptierst? Da habe ich gesagt, weil es egal ist. True. Weil es halt einfach Star Wars ist. Ich kann auch, oder wenn es dann heißt, wie kannst du sagen, dass du die neue Trilogie magst? Da habe ich gesagt, ich bin doch jemand, ich mochte die Prequel-Trilogie. Zumindest da den dritten Teil, den Rache des Süßes ist mein Lieblingsfilm. Das ist der beste Star Wars-Film. Finde ich auch. Gefällt mir am besten. Und für mich das emotional das meiste. Und das letzte Duell zwischen Anakin und Obi-Wan ist das beste Schwertkampf-Duell in der ganzen Filmgeschichte. Absolut. Und die Dialoge und vor allem, man spürt auch die Schauspieler, was die alles aus sich raus. Und man spürt richtig beim Ewan McGregor als Obi-Wan, wie das gegen ihn geht, dass er gegen seinen, er sagt ja selber Bruder, dass er gegen seinen kleinen Bruder so gesehen kämpfen muss. Das stimmt, ja. Also noch nie hatte ich eine computeranimierte Figur, selbst auch mit heute nicht, die mich so emotional ergriffen hat. Und dann natürlich der Kampf mit dem Imperator. Der Kampf gefällt mir noch ein bisschen besser als der vom Anakin und vom Obi-Wan. Weil es liegt aber daran, Imperator ist meine absolut Lieblingsschurke von Star Wars und einer meiner Lieblingsschurken überhaupt. Für mich steht da auch nochmal, also von, klar, dass Vader ist imposant, aber der Imperator ist halt dieses Böse, Schurkische, dieses Gemeine. Dem traue ich zu, dass der seine eigene Mutter verkaufen würde. Ja. Würde ich absolut zutrauen, so eine Figur. Dann hat den Yoda, der ja dann auch halt seine Sprüche ablässt, will dann einfach mal, obwohl er der Gute ist, er enthauptet. Er ist einer der wenigen Figuren im Spiel, der enthauptet. Der hat, glaube ich, die meisten Enthauptungen sogar in dem Bild. Weil er einen Jedi nicht tötet, ne? Äh, na, doch, Jedi's töten. Eigentlich ist es verbunden. Es kommt mir drauf aus, welchen Gründen. Da gibt es einen Comic, da ist der Qui-Gon Jinn mit dem Obi-Wan unterwegs. Der Obi-Wan ist da so zwölf oder so. Padawan. Da, noch Padawan. Ja, aber trotzdem, also er ist jünger als jetzt in Episode 1. Da haben sie einen, auf einem Planeten, einer, der behandelt so wie die letzte Trek. Und sie helfen ihm. Da sagt der, da sagt der Qui-Gon Jinn, wir helfen ihm jetzt. So. Und dieser Außerirdische überfällt ihn danach zum Mühe töten. Qui-Gon Jinn, ohne mit der Wimper zu zucken, tötet er den. Dann fragt der Obi-Wan, warum hast du ihn jetzt getötet? Das verstehe ich nicht. Wir haben ihm doch geholfen. Ich dachte, er wäre unser Freund. Dann sagt der Qui-Gon Jinn, gestern war er unser Freund. Gestern hat er unsere Hilfe gebraucht. Heute will er uns töten. Und damit wir anderen helfen können, müssen wir ihn töten. Aber wenn er uns tötet, können wir die Macht nicht ausüben. Also nicht im Sinne der Macht handeln und anderen Menschen helfen. Logisch. Verstehst du? Ja. Das ist die Logik von den Jedis. Weil eigentlich sind die Jedis, wie man sieht, es sind zwar Friedenswächter, es sind aber auch Krieger. Es sind quasi Kreuzritter. Wenn die müssen, kämpfen die. Wenn sie müssen, töten sie. Aber nochmal zurück zum besten Schwertkampf. Ich finde es schade, dass der Kampf im Film nicht so war, wie er ursprünglich geplant war. Der wäre ja nochmal länger gewesen. Der wäre noch viel länger, gell? Ja, das ist schade. Das hätte ich so gern gesehen. Ich finde auch schade in Anbetracht dessen, dass halt bei eine neue Hoffnung, neue Hoffnung gefällt mir von der Ur-Trilogie auch sogar am besten. Ich bringe dich immer noch auf beim Tod stellen, ja? Dass halt da der Kampf dann quasi so kurz ist. Aber der Obi-Wan hat das ja bewusst. Er hat sich ja, ich glaube, ganz ehrlich, wenn der auch schon damals richtig gekämpft hätte gegen Darth Vader, hätte er entweder gewonnen oder es wäre sehr viel knapper aus. Das glaube ich. Na, er hätte verloren, er war zu alt. Na, Darth Vader war ja auch sehr viel schwächer als früher. Der war stärker. Darth Vader kann die Macht nicht mehr vollständig ausüben, weil er keine richtigen Arme und Beine mehr hat. Richtig, genau. Und weil der Körper so beschädigt ist. Aber er konnte keine Machtblitze mehr schießen. Das stimmt, hast du mal Dark Lord gelesen oder Hörspiel gehört? Nein. Im Dark Lord geht es halt darum, da ist er genau, das spielt so drei Monate nach seinem Kampf gegen den Obi-Wan Kenobi. Und da geht es darum, er muss sich erst finden, weil er denkt immer noch zu sehr wie Anakin Skywalker, aber noch nicht zu sehr wie Darth Vader, also wie das Böse, was er ist. Er hat sein neues Lichtschwert, er ist langsam, er ist plump. Der Durchschnitts-Jedi verletzt ihn sogar und trennt ihm sogar einen von seinen Armen ab, wo er dann selber eine Krise hat und drüber nachdenkt. Aber im Verlauf der Handlung wächst er über sich hinaus. Er ist zum Beispiel der erste Jedi, der darauf kommt, oder überhaupt Machtnutzer, sein Lichtschwert zu werfen und mit der Macht zu lenken. Dann ist er der erste. Das macht er ja im Kampf bei Rückkehr der Jedi-Ritter, wenn er sein Lichtschwert wirft und mit der Macht lenkt. Da ist er der erste, er hat das quasi erfunden. Ja, verstehst du, was ich meine? Ja, ja. Er nutzt quasi seinen Körper anders, aber es hat ja auch einen gewissen Grund. Der Imperator wusste ja durch die Zukunft, dass es so ausgeht. Er hat ja bewusst zugelassen, dass er so schwer verletzt wird, damit er den Darth Vader besser kontrollieren kann. Richtig, und er hat ihm bewusst eine 3000 Jahre alte Rüstung gegeben. Richtig, die ist eigentlich nur genauso stark wie eine Sturmpropplerrüstung, also kaum. Nee, das nicht, aber die Technik, die da verwendet worden ist, basiert auf der Rüstung von, ähm, Darth... War das Malak? Ich glaube, es war Malak. Nee, ich glaube, Malak war es nicht, aber das war der von Kotor 2, der eine. Der hat ja auch so einen ähnlichen Anzug. Das ist Malak. Nee, das war nicht der Malak. Das war nochmal ein anderer. Bist du sicher? Der hat aber auch eine Glatze gehabt? Das ist Darth Malak. Das ist Darth Malak. Und wie hieß der vom ersten Teil? Darth Malak ist der Gegner vom ersten Teil und du spielst Revan. Ich meine aber den vom zweiten Teil. Der vom zweiten Teil ist, ähm, Sion. Da gab's den mit der Maske und da gab's den, der auch diese bleiche Haut wie der Darth Vader hat. Das ist, äh, ja, nee, das ist, nein, das ist nicht Malak. Malak ist der aus dem ersten. Der war zwar nicht Malak, aber der hat so eine ähnliche Rüstung, aber gut. Nee, der hat gar keine Rüstung. Vor allem, wenn ich zurückkommen wollte, der hat den Darth Vader bewusst in dieses offene Wässer laufen, also weil er wusste, dass der Anakin ihn sonst irgendwann töten würde. Der hat nämlich ihm auch in dem Dark World öfters gedroht und hat gesagt, Lord Vader, ich spüre eure Gedanken. Du weißt, dass ihr gegen mich intrigieren wollt, aber denkt dran, ich kann in einer Millisekunde kann ich die Schalter in eurem Brustpanzer so umlegen, dass ihr elendig erstickt. Ja, er hat ihn an der Leine gehabt. Und das wird mir noch nicht mal einen Schweißtropfen kosten. Also hat er ihn wirklich so bedroht, weil der Imperator wusste das, deswegen war der ja so mächtig. Ja, ich weiß. Deswegen mag ich ihn ja so. Er hat ihn mit Absicht, äh, eingekerkert in dieser Rüstung. Genau, und auch das mit der Partner, weil er hat ihn ja auch da angelogen. Was er auch gemacht hat, der hat Vader selber dadurch instrumentalisiert als großen Jedi-Jäger. Nämlich die ursprüngliche Geschichte war damals, der hat ein Nest von Jedis gefunden. Das waren, ich glaube, acht oder neun. Also es waren nicht so viele. Also es waren acht oder neun auf jeden Fall, was ja eigentlich schon eine Leistung ist. Einer hatte sogar eine Cortosis-Klinge gehabt. Cortosis kennst du, oder? Das sorgt dafür, dass ein besonderes Metall, dass die Lichtschwerder nicht funktionieren können. Da kann sich diese Verbindung nicht aufbauen. Okay. Die unterbricht das. Das heißt, Darth Vader ohne Lichtschwert. So. Was macht er? Er besiegt vorher einen. Er wirkt ihn mit seinem Würgegriff. Schnappt sich von dem ist Lichtschwert. Trennt ihr den Arm ab, nimmt die Cortosis-Klinge und steckt sie in den anderen. Man sorgt dafür, dass die alle keine Lichtschwerder mehr haben in den Rücken. Und er schafft es, fast alle zu besiegen. Bis auf zwei. Einer ist so ein Kleider wie Meister Yoda. So Taktiker. Hochintelligent. Und also, Vader wird sehr schwer zerstört und wird fast getötet. Dann kommt allerdings der Imperator mit einer Sturmtruppenarmee. Der hat den Vader vorher gewarnt, dass er es nicht machen soll, also in das Jedi-Nest zu gehen, weil sie haben gesagt, er wäre der Obi-Wan. Weil nur wenn Obi-Wan tot ist, ist auch der Anakin Skywalker tot. Richtig. Weil dieser Hass immer noch in ihm lebt. So. Und dann kommt halt die Sturmtruppler und töten halt die letzten Jedi. Und dann verbreitet sich das Gerücht, dass Darth Vader alleine ein Nest von über 50 Jedis ausgelöscht hat. Deswegen ist diese Furcht und diese Angst kam im Grunde genommen alles manipuliert vom Imperator. Ja, weil er der größte Manipulator in der ganzen Galaxis ist. Richtig. Und rein theoretisch, das haben sie ja in der neuen Trilogie aufgegriffen, hat, deswegen gab es ja nur die Klonkammern, damit der Imperator, also der hat seine Erinnerung irgendwie hochgeladen, ja, und der hatte unzählige Klone von sich, gaben verschiedenen Altersspektren. Ja, aber er hat nicht seine Erinnerung hochgeladen, sondern er hat seinen Geist transferiert. Hast du das auch gehabt mit den Büchern, aber irgendwann haben die, glaube ich, die Klone, wenn ich es richtig verstanden habe, Kriege untereinander geführt. Nein. Und manche doch. Und manche wurden wahnsinnig. Die sind alle leblos, bis Perpetin seinen Geist transferiert. Ähm, nein. Doch. Ich hatte in den Büchern gehabt, wo es zwei verschiedene Perpetins gab, die gegeneinander sogar dann gekämpft haben. Ja, aber... Weil er hatte diese Kräfte auch nicht. Zum Beispiel, das Plague, es war ja unheimlich mächtig. Er hatte die Kräfte nicht, deswegen hat er ja die Klonkammern, deswegen hat er eigentlich nur die Klonkriege gemacht. Und damit er sich selber... Die Klonkammern. Damit er diese Klontechnik kann und sich erschaffen kann. Die Klone waren eine Versicherung, falls er stirbt, damit er eben seinen Geist transferiert und nicht stirbt. Was er ja auch gemacht hat. Ja, aber er hat's nicht... Aber einige wurden wahnsinnig, weil zum Beispiel in den Büchern, die ich auch noch habe, da zum Beispiel, wenn sie gegen die Yu-San-Bong kämpfen, da wurde zum Beispiel auch drin erwähnt, dass sie den letzten Klon, dass der quasi von Anakin Jr. getötet wurde. Der wahnsinnig war. Nachdem diese allerdings auch gegen einige andere Pelpetine-Klone gekämpft hat. Es wird immer von der Mehrzahl gesprochen. Er hatte viele. Ja. Das meine ich ja. Und einige wurden wahnsinnig. Und einige sind so aufgehört. Die hatten da nur Teilerinnerungen. Oder anders interpretiert. Aber das ist Tatsache. Ja. Ist mir neu. Nee, das ist halt das, was ich habe. Also, was ich so kenne von den Büchern. Zum Beispiel bei der Sun Eater Trilogie, da wird das ja auch nochmal aufgegriffen. Kennst du die? Nö. Okay. Aber ich hab alle Star Wars Bücher da. Ich hab sie nur noch nicht gelesen. Und es gibt hier auch zum Beispiel das Gerücht, dass der Kano Jax eigentlich auch ein Klon vom Imperator ist. Aber ein sehr junger Klon, der kaum Machtfähigkeit verfügt, weil es da einen Fehler gab. Allerdings hat dieser Klon schon gelebt, als es den Imperator gab. Das geht schlecht. Hat er aber so gemacht. Steht so. Deswegen sag ich ja Gerücht. Weil der hat nämlich erst sein volles Machtpotenzial gehabt, als der Imperator gestorben ist. Aber kennst du Klon diesen Empire? Weil der Imperator dann quasi in den Reis ist. Oder beziehungsweise hat dann erst sein volles Potenzial. Aber es ist halt, wie gesagt, ein Gerücht. Was mir halt nur nicht gefallen hat bei der neuen Trilogie am Ende, dass die Rey nicht dazu gestanden hat, dass sie eine Palpatine ist. Sondern gesagt hat, sie ist eine Skywalker. Das fand ich doof. Fand ich cool. Fand ich nicht gut, weil sie ist eigentlich keine Skywalker. Aber ich hab gewusst, dass sie eine Palpatine ist. Sie ist eine Palpatine. Weil dann hätte man eigentlich den Umkehrschluss gehabt, das auch aus was Bösem, was Gutes erwachsen kann. Weißt du, warum ich von Anfang an gewusst hab, dass sie ein Palpatine ist? Sie kämpft wie er. Ja, das eine. Sobald ich das Lichtschwert in der Hand gehabt hab, hab ich gewusst, sie ist eine Palpatine. Die hat komplett wie er gekämpft. Außerdem das komplette Potenzial. Mal ganz ehrlich, wie viele Wesen kennen wir bei Schausick. Sie war Autodidakt. Sie war ja ein Autodidakt. Das hast du ja auch gesehen. Sie hat einerseits diesen Stil gehabt, den fand ich nämlich auch. Aber wo du es jetzt sagst, ich hab auch den, kenne ich irgendwie. Ja, das Palpatines Kampfstil. Sie hat ja im dunklen Stil eigentlich gekämpft. Das war ja auch der Grund, warum der Luke so Angst hat. Obwohl ich sagen muss, der Luke hat mir gar nicht gefallen. Den haben sie verhauen. Der Luke hat nicht mal Mark Hamill gefallen. Ich weiß. Weil eigentlich war für mich der Luke immer der, der Hoffnung hat, immer der, der stark war. Und selbst wenn das so gewesen wäre, mit dem Ben, der hätte den, dieser ja, glaube ich, mit seinem normalen Namen, der Kylo Ren, der hätte den nie versucht, im Schlaf, der hätte sich nie von der Furcht überwinden, so angreifen lassen. Nein, Luke hätte, das wäre Luke nie passiert, nein. Nee. Der Luke hätte einfach tatsächlich, weil der Luke nämlich jemand ist, der sehr empathisch war. Richtig. Und, weißt du auch, das war ja angeblich geplant, vom George Lucas, also die Auserwählte, wäre eigentlich tatsächlich die Leia gewesen. Ja. Aber, wenn du mich fragst, war der Anakin trotzdem der Auserwählte. Wie man sieht, passt es. Er soll dir die Macht in Gleichgewicht bringen. Was er gemacht hat. Ja, genau, richtig. Weil, da siehst du es genauso wie ich. Ja, echt. Weil er ja eigentlich dadurch, weil es gab nicht so viele Jedi, aber die Jedi, die waren, ich würde sagen, teilweise korrupt, die haben sich als Generäle aufstellen lassen. Die haben, die haben ihre Werte verloren, viele. Gute Yoda vielleicht nicht. Oder auch zum Beispiel, wenn du jetzt denkst an die Blo Kuhn, der war ja ein Krieger, der war ja richtig auch im Krieg immer viel von Dax, Stark über Space Krieg, alles mit dabei. Ja. Würde ich sagen. Oder auch der Qui-Gon Jinn, also das ist interessant, weil in den Comics, wo ihr auch, die sich ja auch in den Quinlan Vos drehen, die Klonkrieg-Comics sind noch besser als die Klonkrieg-Anime, also Zeichentrick-Serie da. Mhm. Wo es ja auch in den Quinlan Vos geht, wird ja auch die Frage gestellt, das sagt ja auch der, äh, Darth Tyranus selber. Also, er sagt, sein Schüler, der Qui-Gon, wäre höchstwahrscheinlich auf seiner Seite gewesen. Wäre sehr interessant, weil der war ja hochgeschätzt, ist aber meistens gegen den Rat gegangen. Ja. Wenn du dich erinnerst. Qui-Gon war sehr weise. Ja, und ich glaube auch... Ja, und ich glaube auch... ...wusst, dass die Jedis auch mit der Zeit gehen müssen und nicht so an den Traditionen hängen bleiben sollen. Und ich, richtig, und ich glaube, der Qui-Gon, der war ja auch dafür mit Liebe, ja, der war ja auch dafür ein Befürworter, dass Jedis lieben dürfen. Mhm. Ich glaube auch tatsächlich, gut, der Qui-Gon ist ja, als er gegen den Darth Maul gekämpft hat und gestorben ist, der war ja über 60. Ja. Dass er allerdings trotzdem die meiste Chance damals gegen den Imperator gehabt hätte, weil der Qui-Gon hat nämlich auf emotionaler Ebene mit Empathie gekämpft. Ja. Und im Gegensatz zum Darth Maul, der ja eigentlich nur ein Werkzeug ist, hatte der Palpeter in Empathie. Der hatte Angst, der hatte dies, der hatte das. Fun fact, Darth Maul ist nicht mal ein Sith. Ich weiß, der ist ein Sith Attentäter eigentlich, nur ausgebildet. Ich muss auch sagen, ich bin einer der wenigen, glaube ich zumindest, weil den Darth Maul mögen, den mochte ich überhaupt, nicht. Der war für mich da, gestorben, fertig. Der war für mich eigentlich nichts anderes als ein besserer Brügelknoll. Ich sah ihn schon gut aussehen, also das mit den Hörnern und das Make-up, das war schon geil. Ja, das sah schon gut aus mit seinen Tätowierungen, genau, weil er ja vom Bösen so berührt ist. Ja, was heißt Tätowierungen? Eigentlich sehen die so aus. Nein, die sehen nicht so aus. Die sind eigentlich, ähm, hast du nicht Cotor mal gespielt? Cotor 2? Ich bin diese Rasse. Die haben nicht dieses Schwarz-Rote, das sind alles Tätowierungen. Er seine Haut wurde durch das Böse schwarz und das Rote sind die Tätowierungen oder andersrum. Eins von beiden ist nur Tätowierungen. Ich glaube, das Rote war nur Tätowierungen. Nein, das Schwarze. Wenn dann. Rot ist die Hautfarbe. Nee, die sind auch mal braun. Nee, die haben verschiedene, wie wir. Schau dir doch mal den Savage Opress an. Die haben verschiedene, die haben verschiedene Hautfarben, so wie wir. Es gibt aber keine so, äh, Blutroten. Das ist genauso wie zum Beispiel, der das, wo er so kaputt aussieht von seiner aschfalen Haut. Das Böse, das macht böse. Gut, beim Imperator ist es die, durch die Macht, die Verbrennungen, die er kriegt, seine Machtblitze. Aber sein Körper ist auch so eingefallen und kaputt. Ja, aber das Problem ist, es waren keine Verbrennungen, die Perpetin erlitten hat, sondern seine Sif-Maske ist, ähm, zerschmolzen. Der hat nämlich, der hat nämlich, der hat nämlich durchgehend, der hat nämlich durchgehend, eine Maske quasi getragen, damit man eben nicht sieht, dass er komplett korrumpiert ist von der dunklen Seite. Der war ja damals schon komplett korrumpiert. Das hätten die sehen müssen. Ja, aber er sagt es ja, stimmt, wo du das jetzt sagst, er sagt es ja so, also das macht ja böse, du siehst ja bürchterlich aus. Und wenn du jetzt guckst, den Begleiter von KOTOR 2, also die meisten Itorianer, auch Savage Opress zum Beispiel, nicht Itorianer, das ist glaube ich falsch, Irianer, also ähnlich, irgendwas mit I. Die haben eher so erdgebundene Hautfarben, aber nicht dieses Rote. Das Rote ist sein, ist quasi die Korruption, die der, ähm, Darth Maul bekommen hat. Ich meine, man sieht sein Anakin ganz gut, wenn er die Jüngle Bärger abschlachtet, der hat dann ganz gelbe Augen. Richtig, genau, und seine Haut wird schon etwas fahler. Das sieht man, das Böse. Die müsste man auch beim Palpatine durchgehen sehen, aber da er diese Sif-Maske anwendet und dann später eben seine eigene Machtblitze abkriegt, zerschmilzt die und er kriegt sie nie wieder ab. Deswegen hat er diese Fresse, die er dann hat. Und ich bin auch der Meinung, dass der Imperator trotzdem gegen den Mace Windu gewonnen hätte. Der hat halt nur versucht, den Anakin auf seine Seite zu ziehen. Er hat das ja gesehen mit den Blitzen. Er hat das ja bewusst extra gemacht, um sich schwach darzustellen. Das ist hier. Wenn er dann plötzlich auf einmal aufwacht, und er wollte die Jidis im falschen Licht dastehen lassen und hat das genau im richtigen Moment gemacht. Also ich, und du siehst ja halt auch von seinem Kämpfen her mit dem Lichtschwert, wie mächtig der eigentlich ist. Der hat ja, ich weiß nicht, hast du die, äh, Klonkriege-Serie mal gesehen? Nein, weil ich den Animierung-Style gar nicht. Zum Beispiel auch der, ähm, Bruder vom Darth Maul vor. Ich weiß es nicht, ob es der Zwillingsbruder ist, also der, aber er hat dieselbe Hautfarbe und die sind ja quasi, ähm, auf demselben Planet wie die Hexen von Dathomir. Die Hexen von Dathomir sind ja allgemein ja von der dunklen Macht. Durchdringen, durchdrungen, aber nicht so mächtig. Ja. Und die haben ja noch teilweise die alten Waffen, wie die Laser-Lansen zu kämpfen. Und die werden ja dann versklavt. Und da siehst du halt beim Savage Opris auch von seiner Hautfarbe her ganz normal. Allerdings, weil er quasi nur lernt, mit dem Lichtschwert umzugehen, doppelklingend Lichtschwert, allerdings die Macht selber nicht so nutzen kann, wird er auch nicht korrumpiert. Also es sieht halt ganz normal aus. Ja. Weil er die Macht quasi nicht nutzt, er lernt nur, wie ein Jedi zu kämpfen oder wie ein Sith. Wenn du so willst. Ich weiß nicht, mit wem ich da mal eine Diskussion hatte, auch wegen Episode 7, weil er quasi ein Nicht-Jedi ein Lichtschwert schwingt hier da. Wie heißt er da? John Boyega. Der Finn. Genau. Der Finn. Der hat einfach fechten gelernt und wenn er so sieht, warum kann ein Nicht-Jedi kein Lichtschwert benutzen? Das ist einfach nur ein Schwert. Han Solo hat's auch gemacht. Es ist einfach nur eine Waffe. Natürlich kann man es so sehen, die können damit fechten. Der Finn kann ja fechten, hat eine Kampfausbildung. Typisch ist die Waffe halt für Jedis. Die sind damit trainiert, damit sie sich auch nicht selber damit verletzen, aber rein theoretisch kann jedes Wesen ein Lichtschwert benutzen. Und durch die Macht können sie das ja auch abfedern, und dass sie sich selber nicht so sehr treffen. Das ist ja auch wohl mit drin. Also steht ja auch irgendwo mit, dass die auch quasi... Deswegen können die so Manöver machen. Die können das quasi selber abwählen. Ja, die können das kontrollieren. Aber wenn du dich so siehst, der Finn hat gelernt zu kämpfen, zu fechten. Der hat doch gegen den einen mit dem Vibrohammer gekämpft, wenn du dich erinnerst. Ich bin mir aber auch sicher, hätte er einen Chancen in Episode 8 nicht gemacht, Finn wäre auch zum Jedi geworden. Gib ich dir Brief und Siegel. Das war geplant. Ja, das hat... Ich hatte es auch erst gedacht, aber da haben sie dann doch nur die Rey. Also ich hätte es schöner gefunden, wenn die beiden Jedi gewesen wären. Ja, und wenn der Finn dann in eine Beziehung mit dem Po eingegangen wäre. Das wäre cool gewesen. Ja, ich finde auch, die haben gut gepasst zusammen. Finde ich auch. Und das hat auch so gewirkt. Ja, ich habe es auch gedacht eigentlich. Wenn ich allerdings auch mochte, war die Rose. Ich habe gedacht, die Rose ist halt dann in ihn verliebt, und er dann in den Poe Dameron, und das wäre so eine schöne Dreiecksbeziehung. Hätte witzig werden können. Ja. Aber da war das nicht sich zu feige für. Aber gut, jetzt haben sie den Kuss gemacht von der einen. Ja. Oh, da habe ich mich so gefreut. Da ist mir das Herz aufgegangen, wo sie dann sagt, meine Frau ist da oben. Ich dachte, oh, das ist bestimmt schlimm für die. Nicht, oh, die hat eine Frau, sondern, oh, das ist bestimmt schlimm. Ja. Kennst du auch die eine Figur von Mass Effect 3, gell? Ich habe Mass Effect nie gespielt. Nie. Er hat auch angefangen, aber hat mir nicht gefallen. Soll ich dir das dann sagen? Ja, du kannst mich nicht gespöldern, das stört mich nicht. Werde ich nie spielen. Ich bin auch nicht so typisch, weil manchmal ist der so tuckig oder irgendwas so, wird ja manchmal da, ich aber schlimm finde, einfach normaler Mann, dass der Pilot einen halt immer hin und her fliegt, dann sagt er auf einmal irgendwann mitten in der Mission, ich hole euch da raus, ich lasse nicht zu, dass euch das passiert wie meinem Mann. Der ist nämlich auf der Erde und ich weiß nicht mehr, was mit ihm ist. Ich mache mir, also der weiß, dass der Mann gestorben ist von ihm und sich dann total Panik macht und wenn du halt einen männlichen Shepard spielst, kannst du mit ihm halt auch eine Beziehung irgendwann eingehen. Kannst du mit ihm reden, kannst du auch mit ihm flirten, kannst du allerdings auch ganz normal eine Beziehung mit ihm haben. Der ist ganz normal, ganz normaler Kerl, so wie du halt. Ja. Also jetzt nicht so wie, hey, Shepi, zeig mal, was du denn dein Hülschen hast. Ja, keiner mit dem gebrochenen Handgelenk und so, ne? Hm? Nochmal? Keiner mit nem gebrochenen Handgelenk. Ja, genau. Das finde ich nämlich fürchterlich. Ja, das geht auch gar nicht. Es ist auch normal. Ich weiß nicht, warum manchmal was so und so dargestellt werden muss. Weil manche wirklich so sind, aber das sind halt auch nicht viele. Es sind halt wenige, aber das ist halt ein Klischee. Alter, das ist genauso, wie du manche Männer hast, die da rumlaufen, als hätten sie Rasierklingen unter den Achseln, so extrem männlich. Ich bin mir sicher, da gibt es von zehn Leuten, die es so rumlaufen hat, einer wirklich Rasierklingen unter den Armen. Oh ja, ich weiß, was du meinst. Nee, aber du weißt, was ich meine, ja? Dieses Extreme oder dann Frauen. Es gibt normale Frauen, es gibt diese Barbie-Frauen. Es ist auch nicht jede ne Barbie-Frau. Was gar nicht geht, ist ne Frau, die ein Sixpack hat. Weißt du? Wenn sie ein Sixpack hat. Kommt drauf an, ob es der Frau steht. Nein. Kommt drauf an. Also zu viele Muskeln sieht an der Frau einfach nicht schön aus. Kommt drauf an. Jetzt nimmt auch zum Beispiel mal beim Terminator 2 die Linda Hamilton. Die hat ja ordentlich Muskeln angesetzt. Ich finde, die hat das gut gestanden. Das ist für mich schon fast zu viel. Für eine Frau. Gut, ist Ansichtssache. gut Ansichtssache. Finde ich jetzt nicht. Ich finde, es hat ja gut gestanden. Es muss halt so der Person passen. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel nehme Siegony Weaver. Die ist ja auch sehr groß. Die ist ja über 180, glaube ich. Der hätte jetzt so extrem viele Muskeln nicht gestanden. Aber die war halt immer durchtrainiert. Die ist eigentlich gut. Und die Linda Hamilton zum Beispiel, die ist ja auch viel kleiner. Die war halt eher muskulös. Gut, weil da sehe ich halt, der nehme ich das ab. Die hat halt trainiert, weil sie halt sich wappnen will für den Kampf, ja? Ja. Und wenn ich dann jetzt zum Beispiel, was ich jetzt total fürchterlich fand, war die Jill in Resident Evil 5. Plont, war es gut, okay, das lag ja daran. Aber dann hat er bitte Bauchnabel, fast alles da gesehen, die Brust so extrem. Hat nicht gepasst, ging für mich überhaupt nicht. Ja. Vor allem kann ich die da nicht für voll nehmen. Das war. Vor allem, mal ganz ehrlich, gut, es war ja dann jetzt so im Spiel halt so, die hat ihren Kontrollmechanismus auf der Brust. Ja. Und hat dann selber ihr Reißverschluss so weit runter, dass man den permanent zieht. Schon geil, oder? Wenn ich so ein Kontrollmechanismus hätte, dann hätte ich quasi nochmal wie so ein Brustbranzer drüber. Ja. Aber nein, die Wipsel brauchen ja Freiluft. Damit man ein bisschen wackeln kann. Hätte ich auch noch nicht irgendwo gewackelt. Ja, weil es eine schöne Handvoll ist. Ist aber auch schön. Egal. Eine Handvoll reicht völlig. Ja. Brauche ich doch nicht, brauche ich doch nicht mehr. Ist doch egal. Wenn die Größer sind, hat die Frau später einfach Rückenprobleme. Ist auch nicht geil. Ja, denke ich mir auch. Das war ja damals, du kennst ja bei Modern Family, die Ariel noch irgendwas, die die Alex gespielt hat. Ja. Die hatte ja irgendwann, wenn du dich erinnerst, in ihrer Pubertät, ihre Brüste sind ja extrem gewachsen. Sie hatte richtig Schmerzen. Ja. Und die hat sie dann irgendwann verkleinern lassen. Die Leute haben die permanent angekangen, deswegen und fertig, wie sie das machen kann. Da denke ich mir, du hast da vielleicht dann voll die, und die waren ja riesig schon und die wären vielleicht noch größer geworden. Eine Brustverkleinerung lasse ich mir noch eher eingehen als eine Vergrößerung. Äh, Verkleinerung hat es, oder was habe ich gesagt? Habe ich Vergrößerung gesagt? Nee, 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 passt, du hast alles richtig gesagt. Nee, weil es hat ja einen medizinischen Sinn. Vergrößern unter Umständen vielleicht auch einen psychologischen Sinn. Okay. Das ist nur eine Schönheitsoperation und verkleinern ist ja wirklich was Wiedlut und alles. Ich konnte das nachvollziehen zumal. Für mich gibt es da zwei Probleme mit den Leuten. Erstens, es geht keinem was an, was ich mit meinem Körper mache. Ciao. Zweitens, es hat ja auch was Gesundheitliches. Sie hat es ja auch vergrößert. Sie hat es ja auch Ja, nicht wegen dem schönen Sie dir ja, sondern wegen ihrer Ich stelle mir das übel vor. Wenn du da ewig dann vielleicht vorne jetzt im schlimmsten Fall zwölf Kilo rumschleppen hast. Ja, das geht übelst nach Brücken. Du musst übelst gegensteuern. Richtig. Gut, man lernt dann vielleicht auch irgendwann mal damit umzugehen, aber vor allem denke ich mir halt irgendwann, du bist ja auch mal alt. Ja eben, ich sehe es an meiner Mutter. Die hat so Riesenäumel. Die hat übelste Rückenprobleme. Ja. Wenn die manchmal Weiber schimpfen, weil ihre Titten zu klein sind, sagt sie, ich habe den Vogel. Solche Riesenäumel, wie ich habe, wollte ja gar nicht. Erstens hängen sie bis zu die Knie runter, wenn ihr alt seid und zweitens habt ihr Rückenprobleme, wie die Saar. Richtig, das glaube ich, ja. Das soll alles immer so sein Für und Wieder. Wenn du überlegst, du hast zwei so schwere Dinger vorne dranhängen und musst dann gerade gehen, weißt du, du drückst eigentlich immer nur gegen. Du wirst eigentlich runtergezogen und drückst aber dagegen, damit du auch recht gehst. Richtig. Deswegen verstehe ich die Lolo Ferrari von damals nicht, denn die sind Riesenäumel, Alter. Die ist auch früh gestorben, die ist auch jung gestorben. Oder war das die Mercedes? Das war die Mercedes, aber die Lolo Ferrari, die war jetzt nicht jung, aber die war auch nicht alt. Ja, deswegen verwechsel ich sie. Das war doch glaube ich die Mercedes dann damals. Das war ja da so groß, das war ja bald so groß wie sie, was sie da vorne hatte. Wo sie dann auch mit Dosen klein gemacht, wo ich mir denke, toll, was bringt mir das? Ich höre das ja ganz fürchterlich. Ich würde mit der nicht schlafen wollen, weil ich Angst hätte, die dreht sich einmal und erschlägt mich. Ja genau, so Sachen auch. Zack, Kopf, Matsch, weil die rechte Tüte runtergefallen ist. Geil. Nein, eh nicht. Das war nicht mehr ästhetisch. Das waren Strandbälle, Alter. Das waren ja bald mehr Obelisten hier, ja? Also das fand ich auch nicht mehr schön und ich würde nicht wissen, wie der ihre Wirbelsäule gelitten hat, ey. Vor allem denke ich mir, wenn er irgendwann mal die Haut abreißt, überleg mal, das läuft doch wohl. Wo haben die die Haut hergeholt? Stück für Stück gedehnt. Fürchterlich. Fürchterlich, aber egal, das ist ja auch das bei mir. Wenn ich irgendwann mal eine Frau habe, Freundin habe, ich mag dieses Künstliche nicht, klar, jeder hat seinen eigenen Stil, der Stil muss auch zu dir passen, aber so dieses Künstliche mag ich nicht. Ja. Ich bin auch nicht künstlich, ich bin zum Beispiel immer, gut, ich creme mich halt ein, das ist normal, also wenn halt vor allem jetzt bei dem Wetter, mit dem Wind und so, ich creme mich ein, aber ich würde mich jetzt nicht schminken, damit ich dann irgendwie jünger aussehe, besser aussehe, keine Ahnung was. Du schminkst dich doch jeden Tag, Alter, was ist dann los? Wer, du? Du. Ich? Nee, ich rasier mich höchstens, aber schminken mache ich nicht. Es gibt ein Wort für Männer ohne Bart. Frau. Ja, oder halt gepflegt. Es gibt auch Männer mit Bart, die gepflegt sind. Aber es ist Tatsache, ich habe ja auch immer meine Zeit lang Bart gehabt, bis habe ich zum Beispiel der Zwei-Tage-Bart. Mein Zwei-Tage-Bart ist, wie wenn ein anderer eine Woche ein Bart hat, ja? Das ist bei mir halt so, aber mir steht halt Bart nicht. Ich sehe besser aus ohne Bart, das ist halt so eine Sache, aber es gefällt mir auch besser ohne Bart. Na, Vollbart könnte dir vielleicht stehen. Hatte ich gehabt, ich finde es aber auch zu pappig. Ich hätte gerne einen, aber ich kann nicht. Warum wächst bei dir nicht alles durch? Ich habe einen Bahnarbeiter-Bart, an jeder Station ein Haar. Okay, das ist blöd, weil ich habe nämlich jetzt ein Vollbart. Also ich, also bei mir ist das total. Also ich habe, bei mir geht das auch schnell, was bei mir das Problem ist, was mir gefällt. Ich habe einen bunten Bart. Das heißt, ich habe voll viele rote Haare immer an einer Ecke drin. Meine rechte Seite, wenn du da guckst, am Kinn. Wenn das lang genug ist, habe ich da voll den Büschel rotes Haar. Und ich habe kein rotes Haar. Und auf der anderen Seite, und auf der einen Bagger habe ich total viele blonde Haare. Dann habe ich meine dunklen Haare, ich habe ja eher so dunkelbraune Haare, ich habe auch viele blonde Haare. Dann habe ich auch zwischendrin immer mal ein paar graue Haare. Ich sehe aus wie so ein Flickenteppich, wenn ich dann Vollbart habe. Das ist klasse. Das stimmt aber. Und wenn ich will, ich kann innerhalb von zwei Wochen so ein Vollbart haben wie einer, wenn er einen Monat hat. Alter, damit ich ein Drei-Tage-Bart zusammenkriege, darf ich meine drei Wochen wachsen lassen. Naja, aber siehst du, das ist halt anscheinend meine Superkraft. Haben sie mal gescherzt beim Jim Gordon, der ist ja mal eine Zeit lang Batman. Und dann rasiert sich natürlich immer seinen Schnauze ab. Und innerhalb von zwei Wochen hat er wieder so richtig voll den dicken Schnauzer fast da hängen. Und dann scherzen sie und sagen, hey, das ist deine Superkraft. Du bist da, mein Opa hatte so eine. Der hat sich tagsüber rasiert, also in der Früh, wenn er aufgestanden ist. Der hatte auf Nacht, hatte der schon wieder einen Drei-Tage-Bart. Ja, das hab ich ja. Nur durch zickrige Rasieren hat der so einen schnellen Bartwuchs gekriegt. Übel. Ich hab mich jetzt, ähm, ähm, wann hab ich mich rasiert zuletzt? Am Samstag hab ich mich zuletzt rasiert. Also wirklich so zwei Tage Bart und er ist bei mir so wie bei manchen eine Woche Bart. Krass. Ich find's allgemein krass. Wir haben angefangen mit der Wizarding World und sind jetzt bei Titten und Bärten gelandet. Geil. Ja, alles hängt zusammen. Irgendwo schon. Jetzt hab ich Bock auf Milch. Was mir halt nur nicht gefällt, mein Bart, wenn ich halt einen Vollbart hab, ich hab einen harten Bart. Es gibt ja entweder, du hast voll den weichen Flauschigen Bart. Ich hab einen Flauschigen. Und ich hab voll den harten Sturigen, auch wenn ich den wasche. Ich hab sehr harte Haare. Ich hab sehr Flauschig. Siehst du. Das ist halt auch was, das mir nicht gefällt. Also bei mir im Körper, ich hab allgemein einen sehr harten Körper und bei mir ist alles sehr hart. Mein Körper ist halt voll auf Kampf ausgelegt, hab ich manchmal das. Mir werden jetzt ein paar Sachen jetzt so auf die Zunge gesprungen, aber ich hab sie wieder runtergeschluckt. Okay. Ach so, weil ich hart gesagt hab. Och du. Auch. Mr. Funnybone. So. Ja, man, ich hab mittlerweile gelernt, manchmal sollte ich nicht alles aussprechen, was ich so an Gedanken vorbe. Ja, aber weißt du was, auch das Witzige bei mir halt dann auch mit der Isbam. Ich hab kaum Körperbehaarung. Ganz wenig nur. Das meiste hab ich halt tatsächlich auf dem Kopf und dann halt, wenn ich Vollbart hab. Das geht dann und in den Ohren hab ich viele Haare. Aber das ist mir immer unangenehm. Ich bin eigentlich völlig behaart, aber man sieht es nicht, weil die Haare blond sind. Aber. Umso älter ich werde, umso dunkler werden die Haare. Das hast du mal gesagt, du gehst mehr Richtung bräunig mittlerweile, gell? Ja. Wie mein Vater halt auch. Mich auch. Ich war stroblond. Umso älter ich werde, umso dunkler werden die Haare. Und jetzt erst zieh ich eigentlich wie fucking behaart mein Oberkörper ist, weil die Haare immer dunkler werden. Das hast du früher nur gesehen, wenn du ganz leicht hingeguckt hast, weil die halt alle blond waren. Jetzt werden die alle dunkler. Ich bin wie so aff. Das ist bei mir auch, also was bei mir hat witzig ist, wenn du jetzt bei mir wirklich ein bisschen Haare rausreißt. Ich habe tatsächlich blonde Haare mit drin. Das ist weil meine Mutter ist ja denen zur Hälfte. Die hat auch blaue Augen, richtig schöne blonde Haare. Also so wie stroblonde fast. Blau-graue Augen. Ich habe halt meine braunen Augen von Papa. Und habe halt auch überwiegend, also ich habe etwas hellere Haare als mein Vater vom braunen her. Aber wenn du jetzt, wie gesagt, ein bisschen rausreißt, du findest tatsächlich bei mir einzelne richtig blonde Haare bei mir dazwischen drin. Dieses dunkelblonde ist das eigentlich. Aber dunkelblonde ist es wieder zu dunkel. Aber es ist eigentlich zu hell, um zu sagen, es ist braun. Die Kinder sagen halt immer, du hast schwarze Haare. Ja. Aber eigentlich habe ich ganz viele blonde Haare dazwischen. Ich hätte gerne wieder meine blonden Haare. Aber jetzt habe ich grün. Ja, grün ist auch immer gut. Grün ist immer geil, ja. Ja, stimmt. Grün ist die beste Farbe. Aber ich glaube, du magst mir dieses hellgrün, dieses Neongrün magst du lieber, gell? Dieses Neongiftgrün. Ich mag lieber das Richtung Dunkelgrün. Gehe ich lieber so Waldgrün, so ein schönes. Hm. Ich mag Neongiftgrün. Hell. Ja, was ich, ich mag, ist dieses Rotzgrün. Also nicht Neongrün, sondern Rotzgrün. Ja, das ist so ein fahles Grün, ne? Ja, so komisch, so. Ausgeglichen. Kennst du doch von Kremlins? Kennst du doch bestimmt von Kremlins? Zwei die Kreta, ne? Der weibliche Kremlins? Der weibliche Kremlins. Ja. Dieses Grün, was sie als Haarfarbe hat oder als Hautfarbe, dieses starke Grün, was aber noch nicht so, ähm, zu hell ist und nicht zu dunkel ist, das ist so mein Lieblingsgrün. Was sie so als Haarfarbe hat, dieses Dunkelgrün. Die hat rote Haare. Das ist so mein Lieblingsgrün. Ich hab ja zum Beispiel auch immer olivgrüne Hosen. Aber sie hat trotzdem rote Haare. Oder? Ne, ne, die hat so grüne, giftgrüne Hosen. Haare, ich hab jetzt irgendwie die Haare von Poison Ivy im Kopf. Nein, du hast glaube ich die Frau gedacht. Die Menschenfrau. Ne, ich mein die Gremlinfrau. Die hat halt so richtig krönen roten Lippenstift. Hm? Nochmal? Ich meinte die Gremlinfrau, aber ich hatte irgendwie Poison Ivys Haare drauf auf ihrem Kopf. Nein, nein, die hat keine roten Haare. Nein, grüne Haare. Ich hab's auch grad als Figur vor mir. Und sie hat auch so ein schönes und der Haarfarbe und so ein schönes dunkles Grün. Abgesehen davon, Poison Ivy hat je nach Inkarnation ja auch grüne Haut, oder? Helle Haut, also. Und rote Haare. Ja genau, die roten Haare hat sie immer, aber eine Zeit lang war sie dann grün, weil ihr Chlorophyll zu sehr durchgescheitert jetzt ist sie wieder nach dem Reboot ist sie halt wieder hellhäutig. Okay. Hat allerdings überall grüne Adern durchschimmern. Was sieht aus wie die Pflanzen, als würden Efeu ersetzt, es statt Venen quasi Pflanzenranken im Körper drin. Was? Jetzt sieht sie mittlerweile wieder ganz normal aus. Die müssen auch nicht wieder aussehen sollen, ne? Nö. Gut, die ist eine Frau, die zieht sich anscheinend öfters um. So. Sehr klischee-mäßig, Gott, ich weiß. Aber nochmal kurz zum Ursprung Ding, hast du noch Fragen zur Wizarding World oder sind wir damit durch? Nö, damit bin ich durch. Also ich gucke mal, ich werde es mir morgen mal im Geschäft mal angucken. Ich glaube, es kostet aber auch mehr als das normale Spiel. Ich glaube, 75 Euro. Ja, ich glaube auch. Aber diese Deluxe-Version, die muss ich mir nicht geben. Ich gucke mal, ich werde es mir mal anschauen, vielleicht gucke ich noch mal, wie die Synchronstimme ist von der Hauptfigur. Wenn die mich nervt, dann kann ich sagen, dann kann ich es mir nicht zum Vollpreis machen. Bei mir macht auch wieder da aus. Okay. Ich habe zum Beispiel bei dem Divinity 2 dieses Skelett konnte ich nicht als Hauptfigur nehmen, weil der so die ganze Zeit mit Nesel der Stimme redet, also auf Englisch. Ja. Well, I'm really better than you, but you don't know it. Und so, und dann habe ich halt den Krieger, den Ifan, der auch Wölfe beschwören kann, ich mag ja Wölfe, und der so andauernd Fuck, get out of my face or I kill you. Irgendwie sowas von der Art. Er hat wesentlich härter Ja. Und auch sarkastischer von der Art her. Habe ich dann gesagt, dann mag ich ihn dann halt lieber. Okay. Obwohl ich eigentlich gerne das Skelett spiele, aber ich habe mir auch ein eigenes Skelett gemacht. Da kannst du zum Beispiel auch als Skelett Kopf nehmen, quasi wie ein König, wenn du willst. Das ist der Schädel mit Gold und mit lauter Juwelen besetzt, mit Smaragden, hat auch dann Smaragde in den Augenhöhlen stecken. Das klingt fast nach dem betrunkenen Skelett von Das letzte Einhorn. Ja, fast, aber der hatte keine Edelsteine in sich stecken. Stimmt. Aber du kannst ihn quasi vom Charakter machen. Ich habe das Skelett so gemacht als Barbar. Also vom Charakter her. Barbar heißt also, dass man halt in der Wildnis gelebt hat. Echt? Da ist man auf dem Schiff. Da kann man als Barbaren Antwort geben. Was ist denn das für eine Holzhöhle? Warum schaukelt das so? Oh lol. Doch, kannst du. Ja, ich sage nur oh lol. Deswegen sage ich ja, das ist ja das Tolle. Das ist ja das Witzige. Du kannst auch zum Beispiel, was ich auch gerne mal hatte, als Narr. Also du kannst quasi zwei Persönlichkeitsmerkmale geben zu deinen eigenen. Also du hast quasi ein Rassenmerkmal. Ja. Mensch und Toder elf, egal was. und dann halt von deinem Hintergrund her. So. Jetzt hast du dann zum Beispiel als Narr, der sich über alles lustig macht. Okay. Das macht so einen Bock. Wenn zum Beispiel da der Oberböse steht hier mit seinem Hammer und sagt, dass er dich hier gleich von all deinen bösen Gedanken befreien möchte. Dazu zum Beispiel sagen, äh, wenn ihr meint, dass ich euch nicht mehr nackt vorstellen soll, dann könnt ihr das gerne tun. Und so Sachen. Ja, könnte ein Spruch von mir sein. Also da kommen dann noch noch mehr. Also das kann ich jetzt gar nicht alles wiedergeben. Aber es ist teilweise sehr, sehr witzig. Vor allem hast du dann auch eine Begleiterin am Anfang, wenn du einen Untoten spielst. Also du kannst auch tatsächlich, also die bedroht einen, hat eine Nadel, wirklich eine Nadel und kann einen damit töten, weil sie eine ausgebildete Assassinin ist. Okay. Und die hat das einen dann im Halswirbel stecken. Und wenn du kein Untoter bist, kann sie dich töten. Tatsächlich. Wenn du ihr total dumm kommst im Gespräch. Wenn du das als Untoter machst, bricht irgendwann ihre Nadel ab und sie bricht dann fast in Tränen aus, weil es eigentlich ihre Lieblingsnadel ist, diese mit der sie eigentlich schon seit Jahrzehnten tötet. Und sie sagt, wie ist das möglich? Ich kann euch nicht töten. Und dann steht er, da sticht mehrfach auf euch ein und gibt verzweifelt auf. Okay. Dann ist er auf einmal ein netter zu Eidem und man kann sie vollbrechen damit. Das kannst du eigentlich mal fast jeder Figur machen. Macht sie bestimmt vollfällig. Die Echsen. Das Letzte, was ich jetzt sage, dann höre ich auf, weil ich muss auch ins Bett jetzt. Ja. Der Rote Prinz ist eine Echse. Rot ist da eine ganz seltene Farbe. Die sind eher so Weinrot, also von der Farbe so Lila oder Grün oder Schwarz. Und wenn er die Spielfigur sieht, als erstes da behandelt er dich wie ein Sklaven, weil das ist eher ein Prinz und die Echsen stehen über allen Völkern. Ah ja. Und da überprüft er ihm erstmal die Zunge, die Zähne. Da stellt er einem drei Fragen, ob man kochen kann. Ja. Da kann man zum Beispiel sagen, ja, ich bin Meisterkoch oder ob man auch gepflegt ist. Als positive Antwort, ja, ich bin mit Kämmen auf Du und Du. Oder, ach, ich habe mich zuletzt gebadet, weiß ich nicht mehr. Vor drei Jahren. Das Witzige ist, als Untoter, hast du nochmal einen besonderen Satz, den er sagt. Der wundert sich. Ich weiß nicht, ob das normal ist, aber ihr scheint keine Zunge zu haben. Naja, gut. Weil er halt auch im Volltrottel ist. Aber verstehst du, was ich meine? Nein, gerade nicht. Ähm, als Untoter hast du keine Zunge, du hast keine Lunge, du bist wirklich nur ein wandelndes Skelett. Ah ja, okay. Das getarnt ist. Und er schaut einen an, sagt, ihr habt keine Zunge. Ähm, das ist mir noch nie und vorgekommen. Egal. Könnt ihr kochen? Und da kann man als Untoter die Antwort geben, da ihr keine Geschmackssinne habt, könnt ihr das überhaupt nicht feststellen. Ja. Und so Sachen. All ist es sehr viel Humor drin. Okay. Ah, ich glaube, so viel ist ein Humor teilweise. Man kann zum Beispiel allen Menschen auch, ähm, Mensch-Teile geben. Kann man irgendwo eine super Untergründe essen die das. Fuck. Ja. Man trifft auch zum Beispiel einen Hund, der heißt Kumpel. Mit dem kann man sich mit der Tierspömer, wenn man das Tierfreund hat, der Perk, kann man sich mit dem unterhalten. Und da kann man ihm auch Menschenfleisch geben. Dann dreht er total durch. Ihr sollt, äh, ich werde keine Menschen essen. Ihr seid ein Monster, ihr seid bösartig. Und dann greift der einen an. Okay. Also, merke, nie Menschenfleisch geben. Genau. Und wenn man eben so rohes Fleisch gibt, dann freut er sich total. Und ist der beste Kumpel, bringt einem Schlüssel und alles und sagt, man soll noch seine Hundefreundin Emmy suchen. Ah ja. Auch interessant. Ist das erste Mal, jetzt, dass ich das überhaupt hatte. Und ich habe das Spiel ein paar Mal gespielt. Siehste, wirst du immer noch überrascht. Ja, es ist wirklich so. Es ist gut. Wenn ich ein Spiel nach so vielen Spielen noch überraschen kann, ist das gut. Ja. Nee, also das Spiel ist echt genial. Aber gut. Aber ich danke dir. Also ich werde mir morgen mal Bett mal drüber schlafen und mal schauen mit dem Harry Potter. Alles klar. Gucken wir vielleicht nochmal von dir ein Let's Play an, wo ich dann die Figur mal reden höre. Ja, kannst einfach in irgendeine Streamaufzeichnung reingucken. Ja, weil bei mir ist das echtes A und O. Und du hast die tiefste Stimme gewählt, hast du gesagt, gell? Ja, ich bin ins Tiefste rübergegangen, ja. Ja, aber ich mag das halt gar nicht, wenn ich halt einen Kerl spiele und der hört sich an wie ein Mädel oder als hätte er einen Tritt zwischen die Beine gekriegt. Ich weiß, was du meinst. Guck sie. Sie geht. Bitte. Okay. So. Dann vielen Dank. Mach's gut. Ihr auch beim Stream. Danke, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, ich hab dich zu sehr genervt. Nö. Kam eigentlich mal eine Antwort? Äh. Zu einer Frage, die du gestellt hattest, ne? Nö. Das letzte war von Nikon, wo wir bei Blade waren. Ah, okay. Naja, gut. War auch mal schön mit Gott und die Welt. Ja. Das auf jeden Fall. Wenn ich mir jetzt überlege, ich hab heute gar keine Videospiele gespielt, gell? Ich schon. Zwei Stunden, fast zwei Stunden Hogwarts. Ja. Und dann sechs Stunden labern mit mir. Hey. So um den Dreh, ja. Ja, fünf Stunden fast. Ja, ich bin jetzt sieben Stunden im Stream. Ist cool. Dann mach's gut, ich wünsch dir was und danke für die Zeit. Ich danke dir, dass du als Gast bist, da warst und, äh, genau. Genau, bis die Tage Würsing, bis dann am Mittwoch. Wohl Mittwoch muss ich gucken, wie fett ich bin, das hatte ich dir ja schon mal gesagt. Wie gesagt, wenn es halt nicht ist, dann ist halt nicht. Kein Stress macht ihr da gar nicht. Ich muss halt gucken, wie fett ich dann bin. Genau. Ich spiele meistens dann eher noch mal was ruhiges, weil mich strengt das Spiel immer extrem an. Ich kann dir nicht sagen, wieso. Ich wüsste ich jetzt auch nicht, warum. Auf jeden Fall, das wie heute hier müsste man mal wiederholen, wenn wir mal ein paar Leute mehr sind. Ja, das wäre bestimmt cool. Könnte eine lustige Talkrunde werden. Jawohl. Mach's gut und danke. Bitteschön und hab eine gute Nacht und schlaf gut und so. Ja, du auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss, Leute. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt hier auch dicht machen. Wobei, die Zigarette raue ich jetzt mal fertig und dann dürfte ich bei sieben Stunden sein. Das ist eine schöne Zahl. Eigentlich nicht, was ungerade ist. Ich mag keine ungeraden Zahlen. Jiesel die Niesel. Aber auf jeden Fall werde ich dann was essen und mir irgendeinen Scheiß anschauen. Ich kenne euch noch im Battle Royale, ihr Avatare da unten. Boom. Ladies and gentlemen, es startet ein neues Factory Royale der Avatare. Viel Glück an die Teilnehmer. Schauen wir mal, wer heute gewinnt. Also jetzt. Schubi hat sich auch schon einen Stab gemacht. Dieser Audi. Ah, er taucht wieder auf dem Morgen. Ich habe morgen Spätdienst. Ich bin dann überlegen, ob ich vor der Arbeit noch ein bisschen Hogwarts spielen sollte oder danach. Davor ja weniger, da schlafe ich. Ich glaube danach, wenn ich Heimkopf und Arbeit noch ein kleiner Hogwarts-Stream morgen so reinschieben. Wenn nicht morgen, dann glaube ich Mittwoch, da habe ich frei. Ist eine gute Idee. Was geht beim Nikon überhaupt? Er ist so still. Der Go-Bot schreibt nochmal. Das schaue ich mir später an. So. Interessante Namen. Wenn heute mal wieder einen Bot-Follow bekommen. Yay. Geiler Scheiß. Hatte ich schon lange nicht mehr. Hatte ich wirklich schon lange nicht mehr. Und dann gleich 40 Stück. Da geht was. Könnte ich auch mal wieder durchlaufen lassen, oder? Ja, kann ich auch mal. Was kannst du auch mal? Bot-Follow machen, oder was? Ich habe ja noch ein paar Lurts zum Skippen. So, jetzt müsste ich durch sein. Ja. Dem Hund war wohl langweilig. Was da so Leute davon haben, wenn sie andere Leute Bot-Followen. Ich weiß es nicht. Du hattest bisher noch keine, echt? Also ich hatte 2020, hatte ich jede Menge davon. Fast in jedem Stream, den ich damals gemacht habe, kam dann immer so Schwung Bot-Follows rein. Und ich habe wieder mal das Battle Royale gewonnen. Geil. Ich brauche die Kohle gar nicht. Egal. Am Bot-Followen verstehe ich nicht. Und dann alles Werbung. Oh yeah. So, meine Lieben. Ich werde euch jetzt langsam verlassen. Mich hungert's. Und wenn ich Hunger habe, werde ich zu Lieber. Das wollen wir alle nicht. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt diese Talk-Runde ein bisschen genossen jetzt. War ganz chillig, muss ich sagen. Hat mir getaugt. Ja, brauche ich aber auch nicht. Daher schreie ich lieber. Ja, glaube ich dir. Würde ich auch nicht zu laut schreien. Mach mal ganz leise. Bot-Follow geht ab zu Nico. Genau. Ich hoffe, euch hat die Talk-Runde gefallen. Fand ich ganz witzig. Sollte ich das nächste Mal mit ein paar Mehrkästen wiederholen. Und dann sehen wir uns spätestens. Spätestens. Mittwoch, 19 Uhr zu Grounded. Ich glaube 19 Uhr war es. 18 Uhr, 19 Uhr steht im Zeitplan. Und wird immer mal wieder geupdatet und so. Und frühestens morgen halt nochmal nach der Arbeit. Gegen neun wahrscheinlich auf Nacht. Na, habe deri. Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Habt eine gute Nacht. Schlaft später gut. Träumt was Schönes von mir oder so. Und dann bis spätestens Mittwoch. Habt einen schönen Abend und ciao, tschüss.